Vielen Dank. 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 Es gibt das Ohr, ein kunstsinniges Organ, das bei uns Menschen sehr stark entwickelt ist durch den aufrechten Gang und Musik versteht, Sprache versteht, Intonationen, also Zwischentöne versteht und Gleichgewicht beherrscht. Das ist schon ganz schön. Und nur funktioniert zusammen mit den Augen. Gehen Sie mal auf dem Seil von einem Hochhaus in New York zum nächsten. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie einmal nach unten gucken, Sie müssen den Horizontpunkt halten, damit das Ohr sich orientiert, was gerade heißt. Also der gerade Gang, der aufreiste Gang ist, ist ein hochkomplex ist, ist ein hochkomplex ist, ist so fein, wie diese moon, wie diese E senses, weil die Ohr, die das noch mal, um, weil es ist, wie viele Idee, die céu-Tmee kämpft. und 300.000 Jahre gibt es Homo Sapiens, das ist noch nicht sehr lang. Und das ist, um eine Industrialisierung zu verdauen und sich dann noch weiterzuentwickeln und auch aus der Trägheit des Konsumismus herauszufinden, sehr kurze Zeit. Also die französische Revolution dauert fünf Jahre, richtig? Knapp. Wenn man die Kriege mitrechnet, länger. Über die haben wir ja gestern gesprochen. Das sind eigentlich 20 Jahre, länger. Also wenn ein Lehrer aus der Normandie nach Paris verschlagen wird, 1789, und sagt, hier kann doch nicht eine Laien-Spielgruppe Revolution machen, wir wollen doch erst mal einen Unterricht haben und man lernt die Produktion von Revolution. Dann hat er sieben Klassen, dann haben wir den Termidor ausgebildet. Und wenn er zwölf Klassen da hat von Schülern, dann ist die Restauration 1815 wieder da. Das heißt, das ist zu kurz für einen Produktionsprozess, denn es ist ja noch durch Terror unterbrochen, durch Kriege unterbrochen. Und deswegen ist der Schätzwert von verständigen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, eine französische Revolution kostet 800.000 Jahre Entwicklung, wenn, sagen wir mal, die bürgerliche Emanzipation 400 Jahre ist oder die Geschichte der Oper, 428 Jahre lang ist. Nur mal, ich tue nur mal diese Dimensionen hier in den Raum, und jetzt, wie orientiert man sich, wie gewinnt man Mut, welche Gründe gibt es dafür, welche Ressourcen. Das müssen wir nicht entscheiden, aber wir können es mal beleuchten. Aber Sie müssten jetzt hier... Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das technisch geht. Also ich habe zwei, drei Bilder mitgebracht. Benutze ich das oder vielleicht kann ich... Sie haben mit den Algorithmen sozusagen die technologischen Veränderungen, die uns mehr und mehr bestimmen, angesprochen. Und wenn man jetzt auch diese Zeitdimension, die Sie angesprochen haben, dazu nimmt, dann kann man ja sagen, dass in der Vergangenheit wurde Wissen über Generationen weitergegeben. Und heute sind die technologischen Entwicklungen und gerade die Algorithmen als Beispiel oder die digitale Welt als Beispiel, haben ja Innovationen, die grundlegend auf planetarischer Ebene die Welt verändern, die in Rhythmen von 10, 15 Jahren stattfinden. Und das, denke ich, diese Form sozusagen der Welt, die wir permanent erschaffen, mit der wir dann auch konfrontiert sind, das ist sozusagen die Uneasiness, in der wir uns befinden, weil wir produzieren schneller Welten, als wir sie verstehen. Und da, vor dem Hintergrund, denke ich, findet unsere heutige Diskussion statt, wie ist das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst. Und wenn man über Kunst redet, denke ich, ist es immer hilfreich, ein paar Beispiele zur Grundlage zu haben, auf die man sich beziehen kann. Ich habe ein Bild mitgebracht, das jetzt eher aus dem Wissenschaftsbereich kommt, The Great Acceleration. Das sind Graphen, die deutlich machen, wie in den letzten 60, 70 Jahren das System Erde verändert hat, der Planet. Und die auffallende Eigenschaft dieser Graphen ist, dass sie exponentiell ansteigen. Und zwar fast alle Graphen. Also, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, da geht es um Bevölkerungsentwicklungen, da geht es um Infrastrukturen wie Straßen und so weiter. All dieses und dann natürlich auch die natürlichen Prozesse, Carbon-Dioxid, Versäuerung der Meere, Ascification und so weiter, alles steigt exponentiell an. Und die zweite Eigenschaft, die diese Graphen abbilden, sind alle diese Prozesse sind menschengemacht. Das ist einfach jetzt so als ein Einstieg eher von wissenschaftlicher Seite. Und dann habe ich drei Bilder mitgebracht von Armin Linke, einem Fotografen, die ich kurz beschreiben möchte oder vorstellen möchte und sagen möchte, was sagt das aus über die Welt, in der wir uns befinden. Das ist ein Bild, das bildet ein ganz bedeutendes Gebäude in Hamburg aus, ab, das den höchsten Energieverbrauch in der gesamten Bundesrepublik hat. Und der Inhalt dieses Gebäudes ist die Infrastruktur für die Computer, mit denen unter anderem auch Klimaveränderungen abgebildet werden, modelliert werden. Das heißt, es ist ein Gebäude für die digitale Infrastruktur unserer Welt, die gleichzeitig erhebliche Energieressourcen schluckt. Zweites Bild, bitte. Das ist ein Garten in Südspanien, wenn Sie so wollen. Das ist in diesem Gebäude oder in diesen Gebäuden oder Zeltstrukturen werden Tomaten angebaut. Also Sie sehen eine völlig durchtechnisierte Gartenlandschaft. Und das ist der Ort, wo die, also wenn überhaupt Arbeiter auftreten, die dann die Tomaten sammeln, sind es in der Regel Migranten aus Afrika. Also das ist so einer dieser Unorte, die wir nicht kennen, die aber wesentlich zu dem Konsum unserer Gesellschaft beitragen. Vielleicht das letzte Bild. Das ist ein Staudamm in China. Und Sie wissen, dass die Energieversorgung Chinas und aber auch speziell die Energieversorgung teilweise über diese Staudämme geregelt wird. Also es gibt ein ganzes Staudamm-System in China, das wichtig ist für die Elektrizitätsversorgung. Und Sie sehen am unteren Ende da diese Schattenfiguren. Das sind Fischer, die ursprünglich auf dem Fluss gefischt haben, die aber jetzt mit der Hand sozusagen die Fische fangen. Und Sie können die mit der Hand fangen, weil der Wasserdruck durch den Staudamm so groß ist, dass die Fische desorientiert sind. Die können sich nicht orientieren und deshalb sind sie leicht zu fangen. Was besagen die? Es gibt ähnliche Fotos, also Armin Linke hat ein ganzes Archiv dieser Infrastrukturen, wenn Sie so wollen. Und sie bieten Anlass sozusagen über die Rolle von Technologie nachzudenken. Technologie, wie wir sie kennen, kann man unter der Perspektive sehen, man will von Punkt A zu Punkt B kommen, interessiert sich aber nicht für den Zwischenweg. Der Zwischenweg ist irrelevant. Also wenn Sie Licht haben wollen, drücken Sie auf den Schalter und dann kommt das Licht, aber Sie kümmern sich nicht darum, wo der Strom herkommt, wie der erzeugt wird. Das ist momentan sozusagen nicht Teil der Debatte. Und was hier in diesen Bildern von Infrastrukturen deutlich wird, ist sozusagen die Schattenwelt, die eigentlich die Grundlage unseres Zivilisations, das was wir als Zivilisation bezeichnen, darstellt. Und diese Schattenwelt erzeugt dann diese Uncanniness, man ist irritiert, man versteht gar nicht, dass das Teil der eigenen Welt ist. Was ist das eigentlich für ein Leben, das sich neben dem Leben, das wir kennen, abspielt? Also das ist das, was hinter den Wänden stattfindet. Aber ohne, dass wir, wenn es sozusagen implodieren würde, und manchmal sind ja, zum Beispiel in den USA, gab es mal in 2010 oder 2009 war das, wo die gesamte Nordamerika für anderthalb Tage keinen Strom hatte. Also es kommt schon immer wieder vor, dass diese Infrastrukturen auch mal implodieren. Und dann ist eigentlich Leben, wie wir es kennen, gar nicht mehr möglich. Oder wird erschwert. Also wie wir es kennen, würde ich mal sagen. Wie wir es kennen, ist glaube ich schon ganz okay. Dass Leben nicht mehr möglich ist, ist eine andere Frage. Und das heißt, wir haben Infrastrukturen oder eine Welt geschaffen, die, wenn sie nicht mehr funktioniert, uns erhebliche Probleme schafft. Und was Kunst, in dem Fall die Kunst von Armin Linke, kann, ist, was Sie angesprochen hatte, Herr Kluge, Sie kann einen subjektiven Bezug, man kann das, was er da abbildet, mit seiner eigenen Erfahrung zusammenbringen. Man sieht in den Bildern, wenn das Teil unserer Welt ist, was stellt sich direkt vor, was ist das für eine Welt. Ja, ich belasse es mal hier. Und ich habe dann nachher noch ein anderes Beispiel, aber das können wir ja später vielleicht. Wenn Sie einmal darauf antworten, Sie haben ja ein Buch geschrieben über Katastrophen, ja, aber vom Narrativen her. Es ist ja ganz wichtig, dass man die Mittel der Erzählung, der poetischen Kartografierung, aber auch der wissenschaftlichen Kartografierung nutzt, um sozusagen sich ein solches Bild zu verschaffen. Wir sind nicht wirklich für solche Großzusammenhänge geeicht, nach unserer Entwicklung. Ja, denn wann sollten wir es sein? Ja, mitten im Zweiten Weltkrieg, in den 30er Jahren, haben wir ganz andere Irrtümer am Wickel. Ja, in der Zeit der Wiederaufbaus von Adenauer. Ja, irgendwann haben wir dann das Projekt eines Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen in der technisch-wissenschaftlichen Welt mit Habermas, Luhmann und dem älteren, dem Physiker von Weizsäcker. Die haben sich aber alle ganz mit dem Jahresfrist miteinander verstritten und das Institut wurde eingestellt. Das heißt, wir haben im Grunde keine Fernrohre und Mikroskope, spirituelle Fernrohre und Mikroskope, die in uns eingebaut werden, um Sinnlichkeit, Leben und diese Probleme, die doch evident sind, miteinander zu verknüpfen und verknüpft zu halten. Schon ein einziges Weihnachtsfest löscht die ganze Fähigkeit, ein Jahr wahrzunehmen. Schon ein RTL-Abend oder ein ZDF-Abend am Samstag führt uns sozusagen, macht eine schöne Binde vor die Augen. Also ich will ja nicht so lange ausrufen, aber wenn Sie einmal, wie kann man jetzt hier, ohne sich ohnmächtig zu fühlen, damit umgehen. Meine Tochter, als sie sieben Jahre alt war, hat aufgrund einer Aktion sich ein Quadratmeter Regenwald in Brasilien gekauft. Sie ist aber noch nicht dazu gekommen, hinzufahren. Das kostete fünf Euro da, fünf D-Mark damals. Möglicherweise steht da ein Baum, der von ihr geschützt werden könnte, gegen Bolsonaro. Aber die Hacienda-Besitzer, die sind alle bewaffnet. Sie kämen dorthin, so wie ein deutscher Emigrant 1848 in den Wilden Westen, der plötzlich sagt, ich möchte die Freiheitsrechte von 1848 im Wilden Westen realisieren und die Indianer schützen. Der wird ja viel werden. Das heißt also, wir brauchen hier im Grunde eine Gegenrüstung zum Algorithmus, einen Gegenalgorithmus, aber nicht feindselig, sondern unter Anerkennung der Algorithmenwelt, die nun mal da ist. Brauchen wir Notfallpläne, wenn sie eines Nachts erlischt, wenn wir Dark Digital Age haben, aber auch eine Gegenwelt, in der wir während des Regimes der Algorithmenwelt hier quasi in den Lücken Biotope bauen. Wo zu viel Silizium ist, sagt man, ist eine Wüste. Und in einer Wüste gibt es aber diese Oasen. Also die Wüste hat unendlich viele Lebensmöglichkeiten. Aber eine Oase, richtig von Arabern errichtet, mit Cordoba-Wissen, ist ein unglaublich feines Kunstwerk, von Kanälen der Wüste abgerungen. Und wenn sie nicht pausenlos gepflegt wird, dann wird sie wieder Wüste. Aber es gibt offenkundig solche Oasen, die über mehr als tausend Jahre wie Raumschiffe in der Wüste existieren. Wenn ich noch etwas sagen darf, da gibt es von dem französischen Revolutionär, das ist unser Gespräch gestern, 1793, er hat gebaut, ein Leuchtturm für Wanderer in der Wüste. Es gibt nur ein Exemplar im Louvre, er ist nie nach Afrika geraten, aber die Grundidee, dass die umherirrenden Menschen, die irgendwie im Mittelmeer dann ertrinken, ein Leuchtturm hätten, von Menschen errichtet, von einer Republik errichtet und finanziert, und sozusagen wie die Seefahrer durch Leuchttürme gerettet werden können, so Orientierung bieten, das hat poetisches Pathos. Obwohl es keine praktische Auswirkung hat, hat ja, wie gesagt, das Stück steht sehr schön in Paris, wo kein Wanderer in der Wüste ist. Aber das kann man jetzt übertragen, und wenn Sie mir da mal sozusagen in Ihren Worten, in den Worten Ihres Bücher, nicht, das ist ja, ich war ja verblüfft, ich habe mich natürlich hier vorbereitet drauf, ja, und da gibt es ein Buch hier, über den Stadtlich, das geht allein über Orte der Trauer, und Formen der öffentlichen Trauer, ja, und auch der literarischen Trauer. Ja, wenn ich irgendwann ernsthaft sein kann, dann kann ich auch lachen, ja, aber unter Bedingung, dass es diese Orte nicht gibt, dass alles in Konsum und Lustigkeit verwandelt wird, ja, in Zielgruppen verwandelt ist, ja, die befriedigt werden, ja, dann kann es, ohne Ernsthaftigkeit, ohne Trauer, gibt es überhaupt keine Wahrnehmung. Ja, vielleicht, es ist immer schwer, auf Sie zu antworten, weil es weitergeht. Ich habe mir sozusagen auf Ihre Frage von vor zehn Minuten eine Antwort überlegt, und da würde ich jetzt gerne einhaken. Also, ich glaube, diese ganze Geschichte mit dem Anthropozän, Bernd Scherer hat das ja wunderbar geschildert, und auch mit Kunst und Wissenschaft bebildert, ist eine, in der wir gehalten sind, natürlich darüber nachzudenken, was der Mensch eigentlich ist. Sie fragen nach der Ausstattung und nach den Oasen in der Wüste des Menschen. Mir ist dazu ein Satz von Anders eingefallen, wir werfen weiter, als wir sehen können. Das ist sozusagen aus dem Kalten Krieg und der Technikkritik, die damals entstanden ist, angesichts der Atombombe. Aber ich glaube, das gilt natürlich immer noch, das gilt ganz besonders für die Technosphäre, über die das HKW ja seit einiger Zeit forscht. Aber die Frage ist, was machen wir mit dem Menschen? Zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass der Mensch im Anthropozän als etwas auftaucht, was genau nicht das ist, was wir mit dem Menschen eigentlich verbinden. Subjektivität, Intentionen, die Fähigkeit sozusagen, von A nach B zu kommen und auch wirklich in B anzukommen und nicht, wir haben gestern auch darüber geredet, 10.000 Nebeneffekte zu kreieren. Ich glaube, das Anthropozän ist, wenn man es runterbricht auf diese Grafiken, das sind alles Nebeneffekte. Niemand hat das so gewollt, sondern das sind Nebeneffekte der Umstellung auf fossile Brennstoffe, die in ihrer Entstehung, also in dem Moment, wo man umsteigt, am Beginn des 19. Jahrhunderts im großen Stil und damit eben die Dampfmaschine betreiben kann, Mobilität ermöglicht, Massenproduktion möglich wird und so weiter, ist das eine Umweltmaßnahme, das ermöglicht nämlich, weniger Bäume zu fällen. Also es gibt einen Riesendiskurs aus dieser Zeit, der sagt, wir schonen die Wälder, wir brauchen das Holz für andere Zwecke, als es zu verheizen, also greifen wir auf das Holz, auf die Energie im Boden zurück. Das, was wir jetzt haben, der Klimawandel, erhöhte CO2-Levels, sind nicht intendierte Nebeneffekte und ich glaube, das ist ganz wichtig, erst mal zu verstehen, wir sind Menschen, wir glauben, wir wissen, wer wir sind, was wir sind, wofür wir stehen, aber was wir tun, während wir das glauben, ist etwas völlig anderes. Das heißt, zunächst mal ist das Anthropozän diese Gegenwartsdiagnose, wir befinden uns in einem unvorstellbaren, erdgeschädlich nicht dagewesenen Umbruchsprozess, den die Grafiken von der Great Acceleration jetzt bebildern. Man muss das genau lesen, man könnte über jede Grafik eine Stunde reden. Aber wir befinden uns in diesem Umbruchprozess und die Frage ist zu sagen, was ist jetzt, was ist die Gegenwart, was ist dieser Umbruchprozess und was hat er mit dem Menschen zu tun? Und dann ist natürlich die Frage, und das ist ja im Kern ihres gesamten Denkens, die Frage, was hat der Mensch an Fähigkeiten, gegen dieses Werfen, aber nicht genau zu wissen, wo man trifft, etwas entgegenzusetzen. Und da ist natürlich schon die Frage, ist das nur die gute alte humanistische Grundausstattung? Emotionalität, Fantasie, Subjektivität. Das ist das, was wir sehen. Die Frage ist, hat der Mensch vielleicht über diese gute alte humanistische Grundausstattung hinaus Vermögen, die wir nicht so richtig im Auge haben. Das Anthropozän sagt uns jedenfalls, dass diese Vermögen relativ geringfügig sind und uns wenig geholfen haben. Das Desaster, das bestimmte menschliche Lebensstile angerichtet haben, zu lösen. Aber zu Kunst und Wissenschaft habe ich mir überlegt, die stehen im Grunde genommen für zwei verschiedene Weltbezüge des Menschen, in denen sowohl ein Desaster als auch eine Hoffnung drinsteckt. Wissenschaft hat, glaube ich, zu tun mit dem, was Musil den Wirklichkeitssinn des Menschen nennt. Und Wirklichkeitssinn kann auch sehr abstrakt sein. Mathematik ist auch eine Wissenschaft, auch darüber haben wir geredet. Es ist ein völlig abstraktes, ein abstrakter Weltentwurf und Weltzugang, von dem man sich fragt, was ist das eigentlich für eine Welt. Aber grundsätzlich können wir uns vielleicht darauf einigen, zu sagen, das Ziel von Wissenschaft ist die Konstruktion von Wirklichkeit, zu sagen, was ist. Das Ziel von Kunst ist was anderes, das ist der andere Begriff im Mann ohne Eigenschaft, der Möglichkeitssinn. Kunst schaut, was möglich ist. Und natürlich gibt es dazwischen, auch Wissenschaft schaut oft, was möglich ist. Aber Kunst ist der Raum der Fantasie, des Narrativs, des Szenarien sich Vorstellens, in dem dieser Möglichkeitssinn ausgeübt wird. Das kann einerseits dazu führen, dass man sozusagen die menschlichen Möglichkeiten in der Eskalation von Konsum, von Technologie, die sich selbstständig obsolet macht und so weiter, ausübt. Es kann aber natürlich auch, und das ist ja der Clou bei Kunst, darin besteht, diesen Möglichkeitssinn in einer gewissen Weise folgenlos zu betätigen. Also nicht einen riesen Mullhaufen von alten Handys mit der Fantasie zu erschaffen, sondern eben diese Fotos von Armin Linke, Dinge auszuprobieren, Dinge zu durchdenken, zu schauen, wie könnte es gewesen sein, wie wird es sein werden und so weiter. Das ist, glaube ich, das, wo die Kunst gut ist. Und natürlich, wenn man sagt, darin liegt eine Gefahr, aber darin liegt auch eine Hoffnung, dann würde ich sagen, die Hoffnung dieses Möglichkeitssins liegt natürlich darin, nicht nur, ich werde immer gefragt, haben Sie nicht eine Utopie, haben Sie nicht eine Lösung für das Anthropozän? Sie haben doch ein Buch darüber geschrieben, wo ist denn der Teil mit den Lösungen? Sorry. Sondern sagen, nicht nur, was wäre möglich, weniger Fleisch essen, mehr Fahrrad fahren, D-Growth, völlig d'accord, aber das ist natürlich so, sondern sagen, welche Möglichkeiten stecken eigentlich noch im Menschen? Welche spielerischen Seiten oder welche Sinne, wenn man so will? Sie wissen alle, wir haben so ein paar Sinne und es gibt Menschen, die haben noch ein paar mehr Sinne, die haben eine bessere Intuition, die haben besseres emotionales Verständnis und vielleicht gibt es auch noch Sinne, von denen wir gar nichts wissen. Die Frage wäre, gibt es noch andere Versionen des Menschen, von denen wir noch nicht genau wissen, worin sie liegen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist Kooperation. Menschen haben mit ihrer Zivilisierung zunehmend gelernt, zu kooperieren, das wichtigste Kooperationsinstrument, wir haben gestern über Sex geredet als Kooperation, aber das können nicht nur Menschen, aber ein anderes sehr Wichtiges ist Sprache, dass der Grund von Sprache ist, Kooperation zu koordinieren, zu kommunizieren und ich glaube, in diesem Vermögen liegt eine Hoffnung und Kunst ist genau der Tätigkeitsbereich, in dem wir diese Vermögen sozusagen austesten und erweitern. Das andere, was ich als Wissenschaftlerin auch noch kurz sagen will, ist Wissenschaft ist auch wichtig, wir leben gerade jetzt in einer Zeit der aberwitzigen, seltsamen Wissenschaftsskepsis. Wissenschaft sagt uns, was wirklich ist und das sagen nicht nur die Naturwissenschaften, sondern Wissenschaften wie meine, eine Geisteswissenschaft, sind dazu da, zu sagen, was ist jetzt los, welche Deutungen, welche Narrative zirkulieren im Moment und wie können wir die lesen, wie können wir die fortschreiben und so weiter. Das heißt, es ist auch wichtig, sich wirklich sehr genau zu fragen, was ist jetzt und was ist der Fall, was ist wirklich und deshalb glaube ich, dass diese zwei Möglichkeiten und Wirklichkeitssinn unbedingt ineinander greifen müssen und diese Bilder von Armin Linke sind ja Kunst, die auch Darstellung ist, die Analyse ist. Gerade moderne Kunst hat eben die Fähigkeit, sehr, sehr analytisch auch zu sein, dokumentarisch zu sein, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese beiden Bereiche irgendwie noch stärker ineinander fassen für die Zeitdiagnose des Anthropozäns. Darf ich daran direkt anschließen? Eigentlich an Sie beide. Vielleicht an das Letzte direkt. Ich glaube, es herrscht eigentlich auch immer noch eine falsche Vorstellung dessen, was Wissenschaft und was Kunst ist. Ich glaube, jeder tolle Wissenschaftler hat kreative, ästhetische Fähigkeiten, die muss er haben, um seine Wissenschaft zu betreiben und umgekehrt, Sie haben es angesprochen, dass natürlich auch in ästhetischen Prozessen kognitive Prozesse abläufen, dass das sozusagen kein wirklicher Gegensatz ist. Aber was ich eigentlich aufgreifen möchte, sind zwei Analyse oder Hinweise, die Sie beide gegeben haben, und so aus unserer Praxis da was zu sagen. Das eine ist, ich würde Ihnen total zustimmen, dass eigentlich das gesamte Anthropozän als ein Zeitalter der unintended-Zeiteffekts, der nicht intendierten Nebeneffekte verstanden werden kann. Trotzdem ist es dann noch mal interessant, sich anzugucken, wie entstehen die denn, diese unintended-Zeiteffekts? Und warum haben sie so eine desaströse Wirkung momentan? Oder entfalten sie? Und da ist einfach entscheidend, dass im 20. Jahrhundert über Technologie die Menschen Instrumente in die Hand bekommen haben, von denen sie glaubten, sie könnten immer planetarische Probleme direkt damit lösen. Also zum Beispiel Atomkraft löst das Energieproblem der ganzen Erde. Die künstliche Stickstoffherstellung löst das Ernährungsproblem der Erde. Und durch diese Skalierung, die sozusagen für ein Problemfeld an einem Punkt der Erde gleich durch Skalierung sozusagen Lösungen für den gesamten Planeten erzeugt haben, sind diese Side-Effekte, sind die so dramatisch angestiegen. Das ist im Blick zu haben. Und dagegen finde ich Ihr Bild mit der Wüste und den Oasen interessant. Also das ist zumindest ein Denkmodell, wie man gegen dieses Skalierungsmodell, also jedes größere Problem, das man irgendwo hat, wird gleichzeitig zum Weltkrieg. Das hat natürlich auch mit Kapitalismus zu tun, das muss man jetzt einfach auch sagen. Also wenn ich ein Auto herstellen kann, das in der gesamten Welt fahren kann, mache ich natürlich einen ganz anderen Reibach, als wenn ich das nur in Deutschland läuft. Also diese Verbindung, die muss man einfach mitsehen. Und wenn man jetzt Gegenmodelle entwickelt, ist zumindest eine, ich würde nicht sagen, dass das das einzige ist, ist zu gucken, also wie sehen die Oasen aus oder wie könnten die Oasen aussehen. Und da haben Sie ja auch schon beide angesprochen, dass Künstler sozusagen diese Möglichkeiten entwickeln, damit umzugehen. Und ich möchte ein kleines Projekt, oder es war ein Großprojekt, das wir vor zwölf Jahren gemacht haben und das auch mit der Grundfrage sich auseinandersetzen, was ist unser Menschenbild in dieser Situation? Sind wir Opfer oder sind wir Akteure? Und wie können wir zu Akteuren werden? Denn sehr viele Klimaskep... oder Menschen, die sozusagen den Klimawandel thematisieren, kommen eigentlich zu dem Ergebnis oder man hat den Eindruck, wir sind einfach nur noch Opfer dieser Entwicklung, wir können da überhaupt nichts tun. Und in dem Kontext haben wir ein Projekt entwickelt, das nannte sich Überlebenskunst, das einerseits damit, mit der Idee spielt oder mit dem Wort spielt, es geht ums Überleben und gleichzeitig aber die Frage stellt, was ist ein gutes Leben? Über Lebenskunst, ja. Und da gab es ein Projekt, das nannte sich Vorratskammer. Das wurde von einem Künstlerkollektiv von Frauen gemacht, My Villages, die haben für, also die Aufgabe war, für 10.000 Besucher eines Festivals in einer Woche lokales Essen zur Verfügung zu stellen. Und das Projekt hieß Vorratskammer, weil um dieses Essen zur Verfügung zu stellen, musste man eine große Infrastruktur aufbauen, die es erlaubte, über das ganze Jahr, weil natürlich das Essen in unseren Klimata oder Früchte, Kartoffeln und so weiter, natürlich nur zu bestimmten Seiten wachsen, das heißt, man die Zeitdimensionen des Wachstums in regionales Essen mit einbeziehen musste, aber natürlich auch so Tätigkeiten, wie stelle ich Käse her, wie stelle ich Brot her, wo kommt eigentlich der Alkohol her, der Wein, das Bier und dieses Bild der Vorratskammer, denke ich, ist so ein Bild, also wenn man jetzt fragt, wie sehen die Oasen aus, ein Bild, das in dem Fall von Künstlern geschaffen wurde, wo man sich sozusagen eine Gegenstrategie zu der herrschenden Logik einfach vor Augen stellen kann und auch dann durch existiert, im Detail, was bedeutet das denn, was für ein Leben generiert so eine Sicht auf unsere Ernährung und ich will da jetzt gar nicht in Details eingehen, jedenfalls hatten wir über ein Jahr Workshops, Diskussionen und so weiter über all diese Fragen, die sich allein mit dieser Frage auseinandersetzen, wie ist regionales Essen für größere Menschenmassen möglich und diese Bilder zu schaffen, glaube ich, das ist so, glaube ich, auch, das hatten Sie, glaube ich, gemeint mit diesen Oasen. Da gibt es einen Kameralisten im 18. Jahrhundert, den Marquis de Pombal, das ist der Premierminister von Portugal zu dem Zeitpunkt 1755, als eine Flut, ein Tsunami, die Stadt de Sabon angreift, gefolgt von Erdbeben und Bränden und diese schöne Stadt wird vernichtet und jetzt kommt hier ein Aufklärer der Praxis. Schon am nächsten Tag hat er ein Institut begründet zur Erforschung der Seismologie. Dann holt er eine Truppe und Bauleute und jetzt wird diese Unterstadt, die heute unter Denkmalschutz steht und das heutige Zentrum von Portugal ist, neu gebaut in Windeseile mit kameralistischen Oase-Bauten-Kräften und die Soldaten sind dazu da, da rumzutrampeln im Marschritt, um die Statik zu prüfen, ob das Ding auch fest genug ist. Sehr einfach, sehr robust und so weiter. Das ist jetzt nicht Immanuel Kant, der die Welt ordnet im Gedanken, sondern das ist ein Praktiker, aber aus dem selben Geiste. Und jetzt gehe ich mal auf einen ganz anderen Punkt, nämlich ihr Buch über Katastrophen erhält für mich die beste Beschreibung, die beste, konkreteste auf wenigen Seiten des Unglücks in Tschernobyl. Aber ganz genau, da wird ein Versuch gemacht, ein Verbesserungsversuch. Ein Sicherheitsversuch, ein Sicherheitsprüfung, ein Sicherheitsversuch. Die Sicherheit soll verbessert werden und dabei entstehen über eine Reihe von Schritten, bei denen jeder Einzelne hat eine Bifurkationsmöglichkeit, könnte auch anders sein. Der Mann, der Chef, könnte aufhören an einem bestimmten Punkt, in dem der Apparat klüger ist, als die Leute, die ihn bedienen und Warnsignale ausstößt. Nein, er macht weiter. Das hat das Gewicht einer antiken Tragödie, gucken Sie mal, Nehmen Sie mal Oedipus, dieser Junge, marschiert auf eine Wegkreuzung zu, wo er wenig später seinen Vater erschlagen wird. Darf ich ganz kurz dazu was? Weil Sie gehen ja jetzt auf Technologie ein. Ich habe jetzt gerade einen Text von Friedrich Kittler gelesen, einer der Ersten, die so über Krieg und Infrastruktur schreiben, da sagt er, die ganze Tragödie mit Oedipus wäre nicht passiert, wenn es einen Mittelstreifen gegeben hätte. Dann werden die gemütlich. Das ist hochinteressant, hochinteressant, das ist wahr. Also die Frage, wie Technik unser Glück oder Unglück bahnt. Und jetzt sozusagen im musielischen Möglichkeitsraum, ja, könnten Sie aber auch sagen, der Junge ist müde, ja, er kehrt um, ihm kommt die Untat abhanden, ja, nicht? Es ist jetzt gar keiner da, der sich da trifft, und er kehrt um nach Hause. Haben wir auch wieder eine Tragödie weniger, ja? Und diese Dinge muss man im Grunde poetisch, ja, im Kopf halten und ich möchte gerne einmal vorführen, einen Film, die Frau des Montagearbeiters, das interpretiert Svetlana Alexejewitsch, die Nobelpreisträgerin für Literatur und die Sternobel studiert hat, ja, und die studiert hier mal eine ganz konkrete Frage, da gibt es einen Schlosser, ja, der, obwohl er schon gerettet ist, nochmal zurückgekehrt in die kontaminierte ein, äh, also, Ruine, das Werk, ja, um die Sicherungen rauszuschrauben, damit zu der, die nuklearen Katastrophe nicht noch eine konventionelle hinzukommt, dass es ein kleiner Brand kommt, ja, und er wird, auch wieder Sicherheitsarbeit, aber positive Sicherheit, einfache Sicherheitsarbeit, aber hören Sie, was aus dem wird, können wir den Film abfahren? Das ist eine von diesen, eine andere von diesen tragischen Geschichten. Also ihr Mann war so ein Montagearbeiter, was aus dem Jahrzehnt, er hat in den ersten Monaten, als die Dörfer evakuiert wurden, hat er die Lichtleitungen unterbrochen. Und das waren zehn Leute, die das gemacht haben und ich habe... Warum das? Aus Ordnung Sinn. Weil sonst hätten doch irgendwelche Brände ausbrechen können, also man musste einfach deshalb alle elektrischen Leitungen unterbrechen. Ich habe also diese Brigade, das waren zehn Leute, mit denen habe ich mich befasst. Und die sind innerhalb von fünf Jahren alle gestorben. Und ich habe mich mit einer Frau eben nicht länger unterhalten und zwar mit der Frau dessen, der als letzte gestorben ist, der war der kräftigste von allen. Und da habe ich etwas erfahren, das war etwas, das habe ich auch nie irgendwo was darüber gelesen. In der gesamten Kultur der Menschheit gibt es so etwas nicht. Die Frau hat erzählt, schon ein Jahr vor seinem Tod haben die Ärzte gesagt, sie können nichts mehr machen. Und der Mann war dann zu Hause und er hat sich zu Hause mehr und mehr in etwas Schreckliches in ein Scheusal verwandelt. Er hat sie hat zum Beispiel alle Spiegel im Haus weggetan. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, ein Mann, ein schöner Mann, der 40 Jahre ist, der Kopf hat sich auf das Dreifache vergrößert. Gezüge wie ein Beutel aus dem Mund der ganze Körper war ein einziges Geschwür. Und wenn er blutet, dann kommt Blut aus dem ganzen Körper. Sie holt die erste Hilfe, weil er blutet und noch im Flur hört der Mann, dass das ein Tschernobyl-Opfer ist. Hört der Arzt, dass das ein Tschernobyl-Opfer ist. Und da sagen die von der ersten Hilfe, dann können wir nicht helfen. Da gehen wir gar nicht erst ein. Wir gehen da nicht in das Zimmer, denn da sind wir hilflos. Sie sagen oft, das wird oft gesagt, dass diese Tschernobyl-Opfer am allerschrecklichsten sterben. Das Einzige, was sie für ihn tun konnte, das war, dass sie tagsüber mit Hilfe einer Spritze zwei Flaschen Wodka ihm eingeflößt hat. Nachts zu ihm zu kommen und ihn zu lieben. Was einfach den normalen Menschen völlig unverständlich erscheint. Und sie hat das auch verborgen. Und zwar sie sagte, ich habe da besonders Angst gehabt, dass meine Mutter davon erfährt. sie hätte geglaubt, ich wäre nicht normal, dass das ein Wahnsinn ist. Weil außer ihr haben alle anderen Angst gehabt, ihn überhaupt anzugucken. Wenn die Leute von seiner Arbeit zu ihm kamen, um ihm Besuch zu machen, hat er die Decke über sich gezogen, dass nur die Haare noch rausgestanden sind. Dann habe ich gesagt, wie sind sie zu ihm gegangen? Ich weiß nicht, wer so eine Antwort geben könnte. Sie hat dann gesagt, was hätte ich sonst für ihn tun können? Nacht und er ruft mich zu sich. Aber ich sage, haben sie sich überlegt, ob sie gehen sollen oder nicht? Sie sagt, nein, ich habe mir vorgestellt, wie er aussah, als er jung und schön war. Und dann bin ich eben zu ihm gegangen. Was ist das? Und was vermag die Kunst nach einer solchen Realität? Das heißt, die Grenzen des Grauens, die die Kunst in sich aufnehmen kann, die verändern sich. Und man kann nicht sagen, wie wir das gewöhnlich getan haben, dass es alles auf der Welt schon mal gegeben hat. Also die Schöne und das Biest, Tristan und Isolde. Die Geschichten passen alle nicht. die Raskase nicht verantwortet. Ich habe mich auch als Robinson gefühlt, als ich dort war. Ich hatte nur meinen Kugelschreiber in der Hand. Alles, was ich weiß, was ich in der Universität gelernt habe, aus Büchern erfahren habe, das ist alles eine Truhe mit alten Manuskripten. Nehmen Sie das Tristan und Isolde, die sich gegenseitig umbringen, nicht im Ergebnis, der Abstand davon, zu dieser einfachen, robusten Geschichte. Und mich tröstet dabei die Kooperation aus Russisch und Deutsch, wie die Frau Tietze, sozusagen quasi in Einfühlung in slawischer Rede weiter. Das ist eine von diesen anderen. Hier sich einschwingt und die beiden Frauen hier, etwas, was doch geschehen ist, über so viele Jahre hinweg, hier in diesen Vormittag hieven. Und das ist eine Berührungsstelle zwischen Erfahrung und wenn Sie so wollen, Liebeskunst. Was ist für eine alberne Idee, dass Liebeskunst irgendwas mit Technik zu tun hätte, wie man einander anfasst. Es hat damit zu tun mit Erfahrungen, wie ein Mensch den anderen auch retten kann. Und sehen Sie, Beethovens einzige Oper, Fidelio, handelt von einer jungen Frau, einer Adelien, die ihren Mann, der in der französischen Koalition eingekerkert ist, dort herausholt. sie tritt als Mann auf, verkleidet sich, sie ist Henkers Markt, wenn es im Dritten Reich gewesen wäre, hinterher große Entnazifizierungs Probleme, aber sie holt den Mann wirksam raus. Und das gehört zu den Waffen, die wir in uns haben. Und wenn wir jetzt überlegen, welche Art der Intelligenz ist das, dass so ein Mann zurückkehrt, ohne dass seine Schwiegermutter es verstehen kann, oder diese Frau hier zu ihm ins Bett geht, zu dem Monstrum, sich kontaminiert. Kein Arzt kommt mehr ihn behandeln, aber die Frau geht noch zu ihm und ihre Mutter missbilligt das als unvernünftig. Meine Großmutter hätte auch gesagt, das wäre verrückt. Sie merken, wie durcheinander, gemessen meinetwegen an dem Gemütsleben eines Gorillas, wir hier sind, wenn wir direkt konfrontiert sind mit Geschehnissen, die es doch gibt und die sich offensichtlich in Fukushima dann wiederholen und wiederholen werden. Also ich wollte es nur mal sagen, und die Ausrüstung, indem wir diese subjektive Seite poetisch betrachten, ausgraben, dass wir Herrn Partzingers Tätigkeit über die Menschen vor Erfindung der Schrift so können wir unseren gegenwärtigen Menschen nicht mit den Mitteln von Grimms, sondern mit gesteigerten Mitteln der Grimms Brüder untersuchen, was für Märchen geschehen die ganze Zeit in uns. wenn wir in Krisen helfen, uns kooperativ verhalten und zwar spontan. Man denkt doch nicht nach, da stürzt ein Mensch hin. Spontan steige ich doch vom Fahrrad und helfe ihm. Das mache ich nicht, weil ich ein guter Mensch bin, was mich überrascht hat, im falschen Moment erwischt hat und jetzt wage ich etwas. Manches Kind ist gerettet worden aus dem Eis. Da habe ich noch mal einhaken mit Tschernobyl. Also diese Geschichte, sie hinterlässt mich als Frau ein bisschen, mir ist unwohl bei der Geschichte. Das kann ich mir denken. Einfach weil das eine sehr klassische Vorstellung ist, dass Frauen für diese Art von unbezahlter Gefühlsarbeit immer zuständig sind. Aber ich würde gerne mal über den Technikaspekt noch mal reden. Wir haben mit diesem Unfall von Tschernobyl das Bild einer Technik, die unglaublich gefährlich ist, die den Menschen vernichtet. Mit diesen Opfern, die dabei schwer krank wurden und einige sind gestorben, haben wir menschenvernichtende Technik und wir haben immer noch diese Vorstellung, dass das die Essenz von Atomkraft ist. Wenn ich jetzt mal so anschließe an die Dinge, die Sie zur Technosphäre machen, da im Haus der Kulturen der Welt, ist das eine völlig andere Technik und ich glaube, das ist wichtig, dass wir von 1986 zu 2021 auch mit einer völlig anderen Technik zu tun haben, nicht die Maschine, die größer ist als der Mensch und den Mensch möglicherweise im Ausschlagen ihres Arms auch mal erwischt und zerquetscht, sondern Maschinen, die mit Maschinen kommunizieren. Das ist die Technosphäre. Maschinen, die eine praktisch, Sie haben immer wieder auf den Algorithmus hingewiesen, aber das ist der Kern unserer Technikwelt oder dieser Technosphäre, die der Mensch als Teil der Biosphäre nun hervorgebracht hat, wie so eine Art neues, künstliches, nicht organisches Leben. Das ist eine Zone, in der ganz viele Elemente ineinander greifen, die, das sagen Forscher heute, auch unsere eigentliche Umwelt ausmacht. Unsere Umwelt ist nicht mehr das Wetter und die Wiese, sondern unsere Umwelt ist das Netzwerk oder der Riegen an Nachrichten, der jederzeit durch unsere Handys auf uns eingeht. Sind die Kontrollmechanismen durch Digitalität, die Art und Weise, wie wir Dinge zur Verfügung haben, dadurch, dass sie uns digital zugeordnet oder zur Verfügung gestellt werden, natürlich auch Mobilität, Energieversorgung und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich Gedanken macht über die Vermögen oder die Oasen des Menschen, müssen wir diese Wüste definieren und es ist diese technoide Umgebung, von der wir existenziell, das sagt Peter K. Huff eben auch, der diesen Begriff Technosphäre erfunden hat, wir sind existenziell von dieser Technosphäre abhängig. Sie haben diesen Stromausfall genannt. Ich war 2003 in einem Stromausfall an der Ostküste in New York und der ging aber nur etwa 18 oder 20 Stunden und das war einfach herrlich. Das war vielleicht auch so eine Oase. Also wenn die Technik mal einen Moment innehält, ist das beglückend, wunderschön. Es war aber auch im Sommer, ich glaube 19. August 2003 und das heißt man brauchte keine Heizung. Man konnte, die Handys gingen noch, aber es war ein Moment des Durchatmens. Die Frage ist vielleicht auch nicht keine Technik oder wir können aus der Technosphäre nicht mehr raus, aber gibt es sozusagen Löcher in der Technosphäre wie Funklöcher zum Beispiel, in denen wir plötzlich wieder raus sind aus dieser engmaschigen Sphäre. Ich glaube damit verbunden ist die Frage, inwieweit verändern wir unsere Systeme und auch das, was der Mensch ist letztendlich, um uns an diesen neuen Entwicklungen anzupassen oder versuchen wir sozusagen vor dem Hintergrund unseres Menschen Verständnisses, unseres Demokratie, politischen Verständnisses und so weiter die Technik noch mal ganz anders in den Dienst zu nehmen und da ist natürlich gerade die Digitalisierung ein zentraler Aspekt, weil das Internet ja ursprünglich verkauft worden ist und hatte auch die Grundidee eine Demokratisierung des Wissens herzustellen und dann innerhalb von 15, 20 Jahren wurden daraus Geschäftsmodelle die dieses Wissen zentralisieren wieder und also ich glaube das ist eine entscheidende Frage entwickeln wir oder zumindest kommerzialisieren zentral ist nichts mehr aber alles ist kommerziell alles jede Suchanfrage wird natürlich in Metadaten umgesetzt und so weiter ja also aber zum Beispiel wenn man Google kontrollieren will wie das die EU wollte dann hat sie gar nicht sozusagen die finanziellen und technischen Möglichkeiten dazu tun ja mittlerweile geht es ja auch so weit dass die Hauptakteure von Silicon Valley wenn sie über ihre Raumschiff Programme nachdenken ja eigentlich vorführen dass sie eine Welt geschaffen haben wo ihr erster Gedanke der Fluchtgedanke ist ja das heißt die Frage ist wirklich da haben sie absolut recht wie weit kontrollieren die denn überhaupt noch ihre eigene Welt die sie geschaffen haben aber ich denke das ist schon eine zentrale Fragestellung die ja permanent auch gerade vor dem Hintergrund von politischen Entscheidungen ja wir haben eine Welt geschaffen wo lokale Phänomene oder regionale Phänomene immer gleich globale Konsequenzen haben und umgekehrt und unsere politischen Systeme gar nicht dazu gemacht sind hergestellt sind um mit dieser Welt umzugehen also versuchen wir sozusagen die politischen Systeme neu zu denken und neu aufzustellen oder muss es wieder Eingriffe in diese technologischen Entwicklungen geben müssen die stärker einem bestehenden Menschen Bild mit einem bestehenden Verständnis von Politik und Gesellschaft angepasst werden Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt also Michel Serre hat von einem Menschenrecht der Dinge gesprochen auch Latour tut das und gewissermaßen wenn wir sozusagen die Technik nicht als dienend betrachten sondern die menschliche Arbeitskraft die nötig war sie zu erzeugen also das was im wahren Fetisch steckt dem kleinen Lämpchen Seelenlämpchen das in den Gegenständen steckt und ihre Verschiedenartigkeit signalisiert ihre Brauchbarkeit aber eigentlich signalisieren sie hier waren Menschen tätig vielleicht eine Milliarde verschiedener Menschen die Voraussetzung sind dass solche Produkte jetzt bestehen oder so ein Ührchen und diese Seite dass sozusagen die Menschen zweimal vorkommen einmal in Form ihrer Produkte dann in Form ihrer Nachkommen ja und dass das parallel Menschengesellschaften sind dann könnte es sein dass für Verbündete Überläufer wenn sie so wollen Hugenotten ja die nach Preußen ziehen und die besten Generäle gegen Frankreich waren ja die sind Überläufer und Überläufer aus der Welt der Viren Überläufer aus der von Maschinen die den Menschen treuer sind ja als die Menschen den Maschinen das ist etwas was mich poetisch zunächst mal zur Beschreibung auffordert nehmen sie in der DDR da haben sie eine Maschinerie in manchen Städten ja die 1937 im Wege der Rüstung des Dritten Reichs eingerichtet wurden dann wurden sie zerdeppert durch Bomben repariert dann kamen die Russen haben sie dezimiert durch Reparationen das wurde wieder ausgeglichen repariert in dieser Weise sehe ich eine Szene vor mir im harten Winter in einem der ganz härtesten Winter die im Osten ja immer ein bisschen kälter sind als in Westdeutschland war alle Heizungsrohre des Kreiskrankenhauses Halberstadt eingefroren und da haben Eisenbahner aus dem Reichsbahnausbesserungswerk eine ihrer kranken Lokomotiven hingefahren und das drei Monate beheizt mit Eisenbahnkraft ja mit Lokomotivkraft ich muss ganz ehrlich sagen das rührt mich an ja und noch 1990 wäre es möglich gewesen dass die DDR gleich in die EU einzieht ja unter Erhaltung eines Teils ihrer wirtschaftlichen Struktur als Lieblingslandgut der Bürokraten in Brüssel ja kameralistisch ja und in dem da wäre der Euro gleich eingeführt worden ja nicht 89 dann wäre vielleicht als Nord-Süd-Währung gar nicht nötig ich rede nur in der Möglichkeitsform und Mitterrand war hier ja der hatte 18 Banker bei sich und den Kulturminister Jacques Lang hat mit Einschlüssel Neubauten konferiert aber er hatte kein Gegenüber mit dem er verhandeln konnte denn die Leute vom runden Tisch haben mit ihm gefrühstückt mussten dann aber zur Tagesordnung ja nicht das heißt er hat einfach nicht die Möglichkeit gehabt er war in Vollmacht von André Rotte Mrs. Thatcher und gut vernetzt auch mit westdeutschen Kräften einschließlich der Bundesbank ja ich sage das nur mal so dass manchmal die Möglichkeit ja so nahe ist ja und dass dabei die Frage ob wir mit Technik gütig umgehen oder sie abwracken ja einen Unterschied ausmacht nichts geht über Reparaturerfahrung ja das ist ein Leitsatz ja ja aber das sagt doch gerade was über unsere jetzige Technosphäre dass sie nicht reparierbar ist haben sie mal eine Waschmaschine von 1970 die kann man noch reparieren und die halten dann auch meistens 50 Jahre aber wenn die mal kaputt ist haben sie alle fünf Jahre eine neue die nicht mehr reparierbar ist und das ist also es ist gar nicht so eine Frage des Umgangs mit Technik sondern der Art und Weise wie Technik heute verfasst ist dass sie nur noch obsolet wird aber nicht mehr reparierbar ist also ich habe das gemerkt als ich irgendwann ein Auto hatte das elektronische Bestandteil also jetzt ist es vorbei da irgendjemanden irgendeinen Freund drunter zu schieben und zu sagen reparieren wir das zusammen oder da rein zu gucken der Keilriemen da gab es also sicherlich noch irgendwo ein Keilriemen aber der Kern war diese Elektronik und damit war die Sache für die Verbraucherinnen oder die Nutzerinnen sozusagen zur Blackbox geworden und heute sind die kleinsten Sachen so und ich glaube das ist auch ein guter Ansatzpunkt für eine Technikkritik sagen wir wollen wieder reparierbare recycelbare Kreislauf-Technik haben ich bin mal vor ungefähr 10-15 Jahren in Südindien gereist und hatte die Option in zwei verschiedenen Autos zu reisen das eine war ein Ambassador der sozusagen von der Kolonialmacht in Indien eingeführt worden ist der aber leicht zu reparieren war und das andere war ein Mercedes ja neuer Art und alle rieten mir ab mit dem Mercedes zu fahren weil sie sagten wenn du auf deiner Reise wenn da über Land was passiert dann bist du stuck du kommst nicht weiter und der Ambassador musste auch repariert werden aber da war jeder in jedem kleineren Dorf war eine Hütte wo jemand den Ambassador reparieren konnte und was es zeigt also wie sich sozusagen die technologischen Prozesse losgelöst haben von den sozialen Kontexten ja und ein Eigenleben dem die sozialen Kontexte einfach nicht mehr nachkommen und diese ja wie man das wieder zusammenbringt das ist glaube ich diese zentrale Frage also eigentlich Stichwort nochmal Kooperation müssen wir reden über die Möglichkeiten oder die Wiedergewinnung einer Möglichkeit mit unserer Technik zu kooperieren und nicht einfach so eine Art Organismus-Umweltverhältnis zueinander zu haben indem das eine wir haben über Skalenprobleme geredet und die Sachen sind entweder zu klein oder zu groß um einzugreifen die Technik muss wieder so eine etwa Menschen große Größe haben oder dass zumindest Menschen in der Lage sind sie zu reparieren die Frage ist ist es überhaupt noch denkbar für die Komplexität an Technik ist sowas reparierbar dieses dieses Handy ich glaube nicht ich glaube man kann diese Art von Sophistication Kommunikationstechniker Sophistication um den Preis dieser Einweg ein Stockwerk drüber beim Stellenwert den das hier das liebe ich inzwischen in unserer Gesellschaft hat bei der Art der Benutzung auch Liebesverhältnisse gehen hier rüber ich wollte gerade fragen wie lieben sie wir und an den Verhältnissen kann ich natürlich sie haben gestern vorgelesen über den Unterschied von Reparieren und Heilen und das gehört ja mit zu den Fähigkeiten heilen was ein Arzt kann ja oder eine Hebamme tut wenn sie sozusagen das Kind heil raushebt ja nicht das macht sie nicht mit Gewalt das heißt wir haben Erfahrungen in einer Menge alternativer aber nicht sozusagen schittsturmartig alternativer also Geburtshilfe ist ja etwas ganz normales und Sokrates sagt er ist Geburtshelfer ja also Denken selber ja ist sozusagen gehört zur Akt der Fortzeugung was auch interessant ist in diesem Kontext ist dass die diese Technologie Entwicklung über die wir jetzt sprechen und die unsere Welt prägt ja an den Ansätzen aus ähnlichen Überlegungen erst entstanden ist also Apple ist ja entstanden als Gegenmodell gegen IBM gegen diesen IBM Computer der den ganzen Raum sozusagen in Anspruch nahm und den kein individueller Person sich leisten konnte oder überhaupt denkbar war dass sich das sozusagen an normale Lebensbedingungen dieses Objekt anpasst und Apple war sozusagen der Gegenentwurf davon und also insofern gibt es sozusagen auch Logiken in der technologischen Welt wenn man die historisch anguckt die interessant sind zu studieren was ist da eigentlich sozial kulturell passiert um diesen Umbruchprozess herzustellen und ich glaube hier muss man studieren und nehmen Sie jetzt mal Sie haben es ja jetzt schon studiert mit dieser Berührungsstelle und nehmen Sie mal was Apple zugute kam und was eine seiner Erfindungen sind und das hat er geschenkt gekriegt haben sie geschenkt gekriegt aus der Evolution das ist das Tatschen das Fingerspitzengefühl dass sie streichen und nicht schalten ja und dieses streichen oder streicheln kommt aus einer Urzeit in der sich unsere Vorfahren im Fell der Mutter festklammerten im Fall von Gefahr ja und dadurch ist ein zärtlicher Griff entstanden der noch heute die Polizei entzückt durch die Individualität ja die Unverwechselbarkeit ja das heißt was wir hier haben ja ein besonderer menschlicher Besonderheit ja im Hirn repräsentiert übrigens ganz groß ja das ist die Hand so ein Ding ja nicht und gucken Sie mal das ist eine Errungenschaft und die ist jetzt hier enthalten ja die bildet eine der Brücken ja dass meine Kinder streichen wo ich noch schaltete ja ja und das ist jetzt eine positive Seite ja wenn man sie zusammenbauen würde so wie Marquis de Pombal ja das mit Lissabon ja und wie der Aufbau macht würden wir tatsächlich Chancen haben ja und zwar auf unerwartetes stoßen wir würden es tun wie Brüder Grimm die die Märchen finden da sind Hugenottinnen das sind keine deutschen Märchen das sind französische Märchen ja nicht und die werden in Kassel erzählt ja und wären sie nicht gesammelt worden gäbe es sie nicht Sie merken das ist eine Oasentätigkeit das ist eine Archenohatätigkeit wenn Sie so wollen ja natürlich haben wir die Hausmärchen wenn wir sich jetzt ausdeuten also ich hätte jetzt ganz große Lust ich finde das ist hier eine schöne kooperative Runde ja und wenn wir uns hinsetzen würden und jetzt Märchenauslegung betreiben können wir bis 24 Stunden damit verbringen ja wären wir weit scheinbar weit von der Technik und von unserer Frage weg wir wären in Wirklichkeit gar nicht weit weg denn ein Algorithmus ja ist ein Ausgrenzungsmechanismus und das Märchen von Don Röschen zeigt uns einen elementaren Ausgrenzungsmechanismus das Geschirr reicht nur in Gold für zwölf weiße Frauen im Lande deswegen wird die 13. Fee rausgeschickt und das Schloss verfällt in Schlaf ja eine wunderschöne Metapher ja und wenn ich als Marco Polo da nach Silicon Valley käme dann würden die zwar mich für einen Eingeborenen halten aber meine Geschichte von Don Röschen von den Brüdern Grimm und aus Frankreich also kooperativ hergestellt wäre immer noch die bessere Erzählung ja und sollte sie warnen ja denn die schicken lauter 13. Fees irgendwo ins Gelände ja ich würde gerne am Ende also wenn sie gesprochen haben jetzt noch am Ende Stadtmusik einen kurzen Film fürs Gemüt über Trauer ja nicht noch einmal einsenden ja weil das gehört zu den Eigenschaften die nicht technisch reproduzierbar sind ja die Algorithmen sind es ja die Wünsche von uns sind meistens auch ja uns zu enteignen ja und können uns also eine ganze Gegenwelt gegenübergestellt werden dass wir sie kaufen ja also wir können sehr leicht enteignet werden und zwar sehr viel radikaler ja als wir uns das alles vorstellen oder als die Arbeitskraft der Arbeiter enteignet wurde das ging immer nur bis zu einem bestimmten Stück bis zum Feierabend ja dies hier geht gerade in den Feierabend hinein und ins Leben hinein ja und da mich das mutlos machen würde ja wenn ich daran denke ja das ist eine Expropriation im materiellen Sinne ja unsere Gehirne unsere Gefühle und so weiter unsere Subjektivität objektiv möglich wäre ja nicht das was sich Kral in der Protestbewegung immer gepredigt hat ja und er doch noch nicht glaubte ja aber er dachte dann spielt er immer noch Klavier ja das ist etwas was mich mutlos macht also will ich es gar nicht wissen ja das sagt der Epiktet ja wenn ich sterben muss ja dann muss ich nicht noch den Tod in den Moment in dem ich lebe heranziehen also die würden mich irren und verdrängen und Illusionen pflegen wenn sie mich lebendiger machen das ist eine schwachsinnige Behauptung im Rahmen der Philosophie ja das ist auch nicht meine wirkliche Überzeugung aber es ist wahr und Nietzsche rätzt uns ja nicht aber wollt ihr noch ein Wort gucken wir mal an Regeln für das Weinen das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss Abschluss das ist ein guter Abschluss das ist ein guter Abschluss Abschluss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... Es ist schon gut. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung über eine Institution, die Spezialistin für Kooperation ist, nämlich das Wissenschaftskolleg zu Berlin. Vor 40 Jahren gegründet, 1981 noch im alten West-Berlin und nicht zufällig im alten West-Berlin, in der damals noch ummauerten Stadt. Die Stadt hatte damals wenig Industrie, sie war fast aufgegeben, sie hatte eine blühende Kultur und die Kultur war immer auch Kompensation der geschwundenen politischen und ökonomischen Bedeutung. Kultursenator, nicht Kultur, sondern Wissenschaftssenator war damals, die Ämter waren damals getrennt, Peter Glotz, ein für die Geschichte nicht nur der Berliner Sozialdemokratie sehr wichtiger, nicht nur Kulturpolitiker, sondern Politiker der SPD. Der hatte die Idee, man kann sagen, dass der Grundansatz der Idee eigentlich ein Import aus den angelsächsischen Ländern, speziell aus den USA ist. Also die Instituts for Advanced Study mit ihrem Pilotprojekt Princeton sind da natürlich immer Vorbild gewesen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist gewesen, dass Berlin ja nahe, nicht nur inmitten der Deutschen Demokratischen Republik lag, sondern auch nahe zur Oder-Neiße-Grenze und zum damals nicht zugänglichen Mittel- und Osteuropa. Und das Konzept war von Anfang an, die Mauer nicht zuletzt durch das Wissenschaftskolleg durchlässig zu machen, also Fellows auch einzuladen, die nicht nur aus den westlichen Ländern kamen, also aus den Vereinigten Staaten oder aus England, Italien, Frankreich oder wo immer, sondern eben auch aus den osteuropäischen Ländern. Der erste Jahrgang enthielt tatsächlich auch eine Reihe polnischer Fellows. Das Grundkonzept also, Fellows einzuladen aus sehr vielen Ländern, aus sehr vielen Disziplinen, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Juristen, alle wurden eingeladen, nur nicht Professoren, die an einer Berliner Universität lehrten. Das hat einen gewissen plausiblen Grund, weil sonst sozusagen interne Berliner Konkurrenzen diese Auswahlprozesse im Wissenschaftskolleg bestimmt hätten. Man hat also das von vornherein als eine Berliner Institution, die nach außen gerichtet ist und auch nach außen hin vermittelt und tätig wird, aufgefasst. Und die Kooperationen, die dann in den folgenden Jahrzehnten das Wissenschaftskolleg gemacht hat, die zeigen die Spuren dieser Gründungsgeschichte. Das Wissenschaftskolleg hat seine Fühler ausgestreckt nach Osteuropa. Es hat sozusagen Dependancen avisiert in Budapest, in Bukarest. Es hat auch Versuche gegeben mit Prag, die aber leider nicht zu einem glücklichen Ende geführt haben. Aber man sieht daran, dass die Ursprungsintention, also von damals West-Berlin aus, auch nach 1989, 1990 lebendig geblieben ist, als dann real die mittel- und osteuropäischen Räume sich wieder öffneten. Da intensivierte natürlich sich dieser gesamte Betrieb. Kooperationen wurden breitflächiger möglich. Das wurde auch alles so gemacht. Die Mythologie, die immer mit solchen Institutionen verknüpft ist, ist nicht zuletzt durch einen Spiegelartikel ganz kurz nach der Gründungsgeschichte die der Artusrunde gewesen. Das hing auch damit zusammen, dass der Gründungsdirektor Peter Wawneski Medievist war. Und dann stellte man sich halt im Grunde diese Ritterrunden vor. Und es ist kein Zufall, dass hier heute zwei Damen sitzen und Frau Stolberg-Renlinger gewissermaßen auf eine illustre Artusrunde folgt. Also Wawneski und die Mythologie, die sich da drum gebildet hat, war so ein bisschen diese abgehobene Welt des Grunewald. Das war nie eine ganz exakte Beschreibung des Wissenschaftskollegs. Und gerade deshalb nicht, weil das Wissenschaftskolleg so viel Kooperationen auf den Weg gebracht hat, die jetzt nicht so spektakulär nach außen waren, die aber faktisch für die Vermittlung zwischen bundesrepublikanischer und dann aber auch gesamtdeutscher Wissenschaft und internationaler Wissenschaft viel, viel getan hat. Die Reihenfolge der Direktoren will ich Ihnen gar nicht aufzählen, nur ganz kurz erwähnen, dass die Vielfalt des Fächerkanons sich auch in der Besetzung der Direktorenstellen immer geäußert hat. Also Wolf Le Penis, der von Peter Wawneski das Amt übernahm, war zwar von Haus aus Sitzologe, aber mit stark geisteswissenschaftlichen Interessen. Dieter Grimm, der ihm folgte, war Verfassungsrechtler und aktiver Part der deutschen Verfassungsgeschichte. Er ist am Verfassungsgericht selber gewesen und er war sozusagen für die Binnengeschichte des Wissenschaftskollegs natürlich wieder eine wichtige Vernetzungsfigur in Regionen, die ein reiner Geisteswissenschaftler nicht hätte erschließen können. Luca Giuliane wiederum kam aus der klassischen Archäologie und hat aber auch sein Fach immer über die Fächergrenzen hinaus sowieso schon betrieben, ehe er überhaupt ans Wissenschaftskolleg kam. Und Barbara Stolberg-Rinninger, die ich jetzt gleich sozusagen anschließend dann auch damit vorstelle, ist Historikerin. Und sie ist, vielleicht ist das sogar eine günstige Voraussetzung für dieses Amt, Historikerin der frühen Neuzeit. Und wenn ich Ihnen einen Titel vorlese aus Ihrem reichen Oeuvre des Kaisers Alte Kleider, Verfassungsgeschichte und Symbolpraxis des Alten Reichs, dann ahnen Sie schon, dass vom methodischen Instrumentarium her da Menge drinstecken kann, mit dem man auch Wissenschaftsinstitutionen analysieren kann. Symbolpolitik gibt es da auch, alte Kleider gibt es viele, auch neue Kaiser gelegentlich, die aber nicht unter solchen Titeln auftauchen. Also man kann Institutionenkunde mit dem Instrumentarium von Frau Stolberg-Rilliger wunderbar betreiben. Sie hat dann, das ist vielleicht noch gar nicht so lange her, nämlich ich glaube 2017 eine große Biografie über Maria Theresia geschrieben, die Kaiserin in ihrer Zeit, also nicht einfach eine Personalbiografie, sondern die Biografie einer Zeit, kann man sagen, die durch Maria Theresia repräsentiert wird. Das Wissenschaftskolleg hat Kooperation, aber eben nicht nur ausgelegt als Kooperation zwischen Wissenschaftlern und zwischen Wissenschaftskulturen in verschiedenen Ländern, sondern immer auch als Kooperation zwischen Wissenschaft und Künsten. Also die Position des entweder Composer oder Composer in Residence oder Writer in Residence oder auch Artist in Residence im Sinne der bildenden Kunst, das ist ein großer Teil der Geschichte des WIKO gewesen und in dieser Geschichte spielt Isabel Mundry eine Rolle, die ich Ihnen jetzt auch kurz vorstellen will. Sie ist auch so etwas wie eine Personalunion von Kooperation innerhalb einer Person, weil sie ist Komponistin, sie ist aber auch akademische Lehrerin, also sie waren ja in Frankfurt an der Universität Professorin für Komposition und sie schreibt auch, also sie schreiben ja auch Artikel, Aufsätze über nicht nur ihre Kunst, sondern reflektieren gewissermaßen ihre Tätigkeit. Die Zeit, in der sie hier im Wissenschaftskolleg war, liegt schon etwas länger zurück, 2002, 2003, da waren sie sozusagen Composer in Residence, in dem man schreibt dann immer so kleine zusammenfassende Berichte. Da spielt Odysseus als Motto und Zitat über ihrem Bericht eine große Rolle und ich vermute, dass die Oper einen Atemzug, die Odyssee, die dann 2006, glaube ich sogar, Uraufführung des Jahres wurde, Opern, dass die irgendwie im Hintergrund auch etwas mit dem Wissenschaftskolleg vielleicht sogar zu tun hat. Da können wir vielleicht gleich noch darüber reden. Alexander Kluge, auf den trifft die berühmte Moderatorenformel zu, dass man den in diesem Haus nicht vorstellen muss, will ich auch gar nicht tun, sondern nur sagen, es gibt eine Seite seiner Existenz, die auch Kooperation in gewisser Weise mit dem WIKO ist. Er hat nämlich im Rahmen der vielen Gespräche, die er für seinen Kanal DCTP führt, immer wieder auch das Programm des Wissenschaftskollegs durchblättert und geguckt, mit wem könnte man denn da so ein Gespräch führen. Und entweder sind die Leute zu ihm oder sie zu ihnen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls sind da auch viele Gespräche daraus entstanden, dadurch, dass Leute, Fellows am WIKO waren, Kluge mit seiner Infrastruktur das mitbekommt und dann zwei Kreise sich sozusagen überschneiden. Insofern gibt es auch so ein Element, Wissenschaftskolleg in Alexander Kluge. Damit sind wir jetzt direkt schon beim Thema, nämlich doppelte Kooperation. Einerseits dieses nach außen kooperieren, was Sie wahrscheinlich auch sehr beschäftigt, und zweitens das nach innen kooperieren und eben auch mit den Künsten kooperieren. Und da würde ich jetzt zunächst Frau Stolberg-Rillinger, die das Amt seit 2018 inne hat, also jetzt ja auch schon auf eine Zeit zurückblicken kann, wenn auch überschattet von Corona so im letzten anderthalb Jahren, vielleicht einfach mal kurz darzustellen, wie das aktuell funktioniert. Also Wissenschaft, Kooperation, Wissenschaftskolleg. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Ich habe mich gefragt hier anlässlich dieser Veranstaltung, in welchem Sinne man im Wissenschaftskolleg eigentlich kooperiert. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass das eigentlich eine sehr bescheidene Form von Kooperation nur ist, denn eigentlich ist die Idee natürlich, individuell Persönlichkeiten zu fördern und zwei Dinge ihnen zu bieten, nämlich zum einen Freiheit von allen anderen Verpflichtungen, die ja immer mehr werden in der Wissenschaftslandschaft heutzutage, Freiheit, ein Projekt ganz freier Wahl zu verfolgen. Und das sind meistens natürlich individuelle Projekte, also eben nicht kooperative, das gibt es manchmal auch, Gruppenprojekte, aber meistens sind es individuelle. Und das andere, was wir zu bieten haben, ist dann aber eben die Gesamtheit der Fellow-Gruppe, also diese stimulierende Umgebung, die Fellows, die sich wechselseitig dann inspirieren können. Und die Idee ist eben, dass es dann zu sowas kommt, was im angelsächsischen Raum Serendipity genannt wird, wofür es kein deutsches Wort gibt, nämlich die Gelegenheit zu ganz überraschenden und eben nicht planbaren Begegnungen, die dann sich irgendwie möglicherweise in der Arbeit der einzelnen Fellows niederschlägt. Und das funktioniert natürlich immer sehr unterschiedlich, manchmal funktioniert es auch nicht, muss man sagen. Es gibt sicher auch Fellows, die sich sehr zurückziehen und sehr für sich bleiben, es gibt aber eben immer auch sehr überraschende Einflüsse. Und aus meiner Sicht, die ich selber mal Fellow war, sind die Inspirationen, die man von den Nicht-Akademikern, also nicht im engeren Sinne Wissenschaftskollegen bekommen, sondern eben von den Künstlern, die Aufregendsten. Und ich denke, es geht ja in erster Linie darum, in dem Kolleg, oder das Optimale, was ich erfahren habe, ist, dass man die eigenen Selbstverständlichkeiten oder der eigenen Selbstverständlichkeiten gewahr wird. Also das, was man normalerweise nicht reflektiert, weil es einem so selbstverständlich ist, bestimmte Regeln der Wissenschaft, man ist immer in seiner akademischen Blase. Und durch die Konfrontation mit oder den engen Kontakt, auch persönlichen Kontakt mit nicht im engeren Sinne Wissenschaftlern, wird man überhaupt erst der eigenen Begrenzung bewusst. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste. Aber Kooperation in dem Sinne, dass man jetzt wirklich ein gemeinsames Werk produziert, ist natürlich ganz, ganz selten. Es kommt aber vor. Und ich könnte Beispiele nennen, aber ich will jetzt nicht zu viel reden. Ja, Frau Mundry, war das für Sie so ein Fall, also dass Sie hingingen, eingeladen worden und dieses Gefühl hatten, ich komme jetzt in eine Welt, die einerseits anders ist, als in der ich normalerweise arbeite, aber andererseits gerade das, was ich will, führt? Ja, also ich würde, vielleicht sollte man ergänzen, es werden ja auch, und das versuchen wir ja auch immer irgendwie zu pflegen, KünstlerInnen eingeladen als Wissenschaftskolleg, die auch Interesse an solchen Diskursen haben. Also wenn jemand einfach denkt, ich bin ein Genie und alle müssen mich bewundern, dann ist diese Person sicherlich im Konzertleben unter Umständen gut aufgehoben, aber nicht im Wissenschaftskolleg. Und das heißt, es müssen schon irgendwie Personen sein, die ein Verständnis von ihrem Kunstschaffen haben, das sich mit Reflexivität verbindet. Und ich würde mich zu diesem Personenkreis auch zählen. Das heißt nicht, dass die Kunst selbst übersetzbar ist in Sprache, aber dass das Schaffen begleitet wird durch Sprache. Und dann sind solche Gespräche ausgesprochen anregend. Und da könnte ich jetzt auch hunderte von Geschichten erzählen. Vielleicht eine, also als ich damals dort war, war ein Wissenschaftler, der in sich selbst schon interdisziplinär war, Eric Briand, ein Franzose, der aus der Wissenschaftstheorie, Mathematik und Soziologie und Philosophie kam. Und der hat einen völlig verrückten Vortrag gehalten über ein Objekt, das in dem 19. Jahrhundert, als die Statistikforschung blühte und auch für Statistiken wichtig waren, hat man überlegt, wie stellt man Statistiken dar und hat ein dreidimensionales Gebilde, was so ein Raster hat, was irgendwie Schweden abbilden sollte. Und dann stand auch der Name einer Stadt drauf, die kein Mensch kennt. Also es war eine dreidimensionale Darstellung einer Statistik, die damals, das war damals Mode, dann wurde das Ganze vergessen. Irgendwann landete dieses Objekt auf dem Flohmarkt in Paris, dann hat es einer der Surrealisten auf dem Flohmarkt gefunden, hat es in irgendeine Kiste gesteckt unter skurrile Objekte, dann ist er gestorben, dann ist das in irgendeinem Archiv gelandet und dann fing Eric Briand an, zu erforschen sozusagen, was für ein Narrativ in diesem Objekt an Umdeutung entsteht. Und darüber hat er einen brillanten Vortrag gemacht und der hat mich wiederum angeregt, überhaupt, da ich eben damals auch viel mit Text an dem Odyssee-Projekt gearbeitet habe, so die Frage, was heißt es eigentlich, ein Sujet zu verstehen und was sind sozusagen die wandelnden Perspektiven im Verstehensprozess, was einen ja künstlerisch durchaus umtreiben kann. Ich habe eben vergessen, noch einen vierten Beteiligten hier vorzustellen, das ist ein Medium, das ist der Film. Also Alexander Kluge hat kurze Einspielungen auch mitgebracht, die zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt hier reinkommen. Ich verrate Ihnen aber jetzt nicht, wovon es handelt, das sollen dann Überraschungen sein. Also diese Special Guests, die werden jetzt hier zwischendurch auch noch auftauchen. Herr Kluge, Ihr Blick aufs Wissenschaftskolleg, der kommt ja doch eher von außen, aber irgendwie auch von innen. Wie sehen Sie diese Institutionen? Sie kennen ja eine Menge Institutionen, also zum Beispiel Film ist ja ein Medium, das auch Institutionen braucht. Das kann man nicht so ganz gut ganz alleine machen. Wie sehen Sie diese Welt im Grunewald? Also es ist ja nicht so, dass ich vom Beruf gelernt habe, da habe ich Jurisprudenz. Und ich habe da ein Spezialgebiet, das ist die Geschichte der Universitäten und die Gründungsgeschichte von wissenschaftlichen Institutionen, also Göttingen, aber vor allen Dingen im 12. Jahrhundert die Universitäten. Und mich hat erschüttert, dass wie Habermas jetzt ausgebrochen ist in seiner, auch eine Geschichte der Philosophie, aus dem, wenn Sie so wollen, dem Festungsbau, einer Romanchenfestung der Aufklärung, die sich im 17. und 18. Jahrhundert eingeschanzt hat, in der Umgebung alle Gespenster erschießt, und dann das alles auslässt. Aber diese Gründungsgeschichte des Wissens, die geht eben auf die Achsenzeit bei Habermas zurück. Generös wird der Erkenntnishorizont erweitert. Und wenn Sie so wollen, können Sie das natürlich bis Uruk treiben und nach Ägypten vortreiben mit Assmannshilfe. Und diese Seite hat mich immer lebenslänglich interessiert. Ja, weil es ist etwas ganz Wunderbares, wenn gegen alle Wahrscheinlichkeit und an nicht vorhersagbaren Orten eine selbstbewusste Wissenschaft entsteht. Es gibt die Lilie in Frankreich als Königswappen und die heißt Chevalerie, Foie, also Kirche, Rittertum und Sapientia, Science. Das ist die Universität Paris. Und dass sie gleichrangig steht und auf Konzilien übrigens über die Absetzung und Einsetzung von Päpsten entscheiden kann. Das sind selbstbewusste Punkte des Wissens. In den Efeu-Universitäten blüht das manchmal kurz auf. Und dies zu verbinden mit plebeischen Formen der Intelligenz, also von Till Eulenspiegel an der Universität Prag bis hin zum Mutterwitz, bis hin zu dem Überlebenswitz aus den Slums, Vorstädten. Akademische Arbeit bleibt wichtig. Und gleichzeitig gibt es auch andere Formen des Witzes. Könnte man das zusammenfügen, würde man im Grunde das Lebendige und die emotionale Verwurzelung der wissenschaftlichen Arbeit und des Wissens nicht sehr gut begreifen. Wir denken immer, das Wissen hat ja was mit dem Verstand zu tun. Nein, es hat mit Motiven zu tun, mit einer Haltung zu tun. Ähnlich übrigens in den Künsten. Und es kommt bei den Künsten was ganz anderes heraus, nämlich ein Möglichkeitssinn. Während ein Wirklichkeitssinn, das wurde vorhin schon gesagt, die Sache der Wissenschaft ist. Und die Musik würde eigentlich beides decken. Die seelische Wirklichkeit, man sagt doch, bei Mozart gibt es den Satz, wovon man nicht sprechen kann, davon muss man singen. Und es gibt sozusagen Dinge in der Trauer, im Verhältnis von Müttern zu Kindern, die muss man summen. Die kann man nicht verbalisieren. Und ich glaube, dass es erst die Musik gab, vor 40.000 Jahren, da im Donaugebiet. Erst die Musik. Dann wurde an die Wände gemalt. Und dann setzt sich die Grammatik auf die Musik. Und dann kommt der Handel und macht die Grammatik spezifisch und genauer. So langsam kommt Wissen zustande. Und jetzt gibt es etwas, der lange Rede kurzer Sinn ist, das mich sehr entzückt hat damals, 1981, wenn der Peter Glotz diese Idee, das war seine wichtigste Idee, der Frieder Rau, der Staatssekretär hier, der Nationaldirektor meine ich, der hat auch noch eine Planung gehabt, einer weiteren Universität an der Grenze, an der Mauer. Das Max Planck für Bildungsforschung ist der Rest dieser Planung. Und so gibt es in diesem West-Berlin so mehrere solche Ansätze. Und die geglückteste Gründung ist das Wissenschaftskolleg, weil das ist überhaupt nicht elitär. Es ist ein Stück organisierter Freiheit. Das heißt, Freiheit besteht ja nicht darin, dass ein Universitätsprofessor sich lehren darf, was er will. Er ist aber in die Nervosität, in die Konkurrenzen, in den Zeitgeiz einer Universität eingesperrt. Und das wird entkrampft auf Zeit. Und sehen Sie, Sie haben es in 1981 begründet worden, 1988 beginnt die Zusammenarbeit, dann haben wir den Herrn Grimm begleitet, den Herrn Lepenis, Macht im Mittelmeer. Was ist das für ein mächtiges Buch? Und gleichzeitig, wenn Sie es mündlich dann noch einmal mit ihm aus ihm herausfragen, redet er noch einmal wieder freier. Also kommunikativer. Und solche Produkte ergänzen sich. Und die sind alle am Wissenschaftskolleg möglich. Und zwar ohne Kooperation und mit Kooperation. Auch Lachenmann kann dort offener spekulieren darüber, was man noch alles mit Musik machen kann. Er ist sehr zögerlich bei eigener Arbeit, sehr skrupulös. Er ist aber einer, der kann entwerfen. Da war Oe bei Ihnen. Ken Saburo Oe, ein japanischer, bewundernswerter, also Nobelpreisträger übrigens, Dichter und ein wirklich unglaublicher Geist. und solche japanisch-europäische Brücke, die gibt es ihm nur, wenn er hier mal ein Jahr oder ein halbes Jahr einen Sitz hat. Dadurch wird er nicht europäischer. Aber wir können mit ihm kooperieren. Und da ist eine schöne Kooperation daraus entstanden und ich kann durchaus zu einem Vers von ihm eine Geschichte schreiben. Die schicke ich ihm und dann macht er wieder was anderes. Und so geht Kooperation. und die geht über Film hinaus. Film ist ein ganz junges Medium. Sehen Sie, ich sprach eben von 40.000 vor Christus, also bevor die Schrift erfunden wurde, würde Partzinger sagen. und da ist sozusagen eigentlich die erste große Blüte von der Künste, der verfeinerten Werkzeuge und so weiter, ich brauche Ihnen das nicht zu beschreiben, und der Musik. Und dann kommen lange, und jetzt sind wir im Anthropozän gelandet. Das sich davon ganz scharf unterscheidet. Und diese Inneneinrichtung, also Peter Glotz hat geschrieben, die Innenausstattung der Macht. Sie können aber auch sagen, die Innenausstattung unserer Subjektivität. Die können wir jetzt neu und müssen wir neu überprüfen. Denn ich meine, die Big Five in Silicon Valley, die langen schon mal in unsere Subjektivitäten hinein und können das, was wir wünschen, besser anbieten. Sie sehen doch immer, daneben, neben dem, was Sie gerade wählen, kriegen Sie Angebote. Das ist jetzt noch ein bisschen plump und händlerisch. Das kann auch mal feinsinnig werden. Und dann ist plötzlich das, was in uns an Identität, Wünschen, Strebungen, Emotionen ist, nach außen gekehrt steht uns verführerisch wie eine Sirene gegenüber. Wie in Ihrem Bild in der Odyssee. Und wir sitzen leer davor. Ich glaube nie, dass das so sein wird. Und in dem natürlich, was aus uns rausgeholt wird. Und wie Jona im Bauch des Walfischs dann gelandet ist, ist ja immer noch menschlich. Das heißt, die künstliche Intelligenz kann mir keiner vormachen, dass die jetzt sachlich wäre. Sondern da ist Lebenszeit drin. Man kann es schon ein bisschen animistisch sehen, das wird nicht jeder Wissenschaftler bei Ihnen mitmachen. Aber er, der das Jahr 1799 kennt, als er bei Ihnen gearbeitet hat, hat er zwei wunderbare, drei wunderbare Bücher geschrieben. Und über jedes davon haben wir immer einen Film gemacht. Und da wäre sozusagen so eine Idee, dass etwas, was an Arbeitskraft, Intensität, Lebenszeit, Emotion, in die Dinge hineingeraten ist, in denen auch lebendig bleibt. Im Laborversuch habe ich das noch nicht bewiesen gesehen. Aber ich glaube es eh nicht. Und unsere Vorfahren haben in der großen Zeit, in der Klassik und vor allem in der Vorklassik bei Leibniz, haben das gesehen, geglaubt und so weiter. Und selbst wenn es Irrtum ist, finde ich das weiterführender als jede Einsicht. Das ist meine Verbindung und das ist eine Verbindung der Empathie und der Sympathie und der Sachlichkeit, die mich verbindet. Also wenn Sie nehmen, es gibt zwei Bissformen, also die Sachlichkeit, die scheint kühl, wird aber mit sehr viel Emotion hergestellt. Genauigkeit können Sie nicht, ist nicht von selbst gegeben. Da müssen Sie innerlich dran arbeiten. Das andere ist die Empathie. Und diese beiden Seiten, die sind bei Ihnen vereinigt, die sind aber auch in anderen Künsten vereinigt. Und dazu brauchen wir manchmal erweiterte Sprachformen. Also zum Beispiel die Musik ist eine Sprachform, die ich zusätzlich brauche, um exzessive Seelenzustände zu beschreiben, aber auch Ruhezustände, selbst Schweigen. Sie haben es hier sehr schön beschrieben, oder wenn Sie beschreiben, wie Ihr Hinterhof sich wandelt. Und da, wo vorher so Klavier, sozusagen so wie um 1910, im Hinterhof so ein Klavierton ist, und plötzlich kommen da Klänge aus dem Balkan oder woher, von Flüchtlingen und Klagelieder. Dann ändert sich eine ganze Musikumgebung. Für ein Kind zum Beispiel, dass das zuerst hört, macht das einen massiven Unterschied. Das ist die Musik. Aber Sie haben auf der anderen Seite die Mathematik. Bei Habermas sieht man die Nominalisten. Hat er 100 Seiten darüber verfasst. Hätte ich nie ihm zugetraut. Und die, also die späten Nominalisten, wie William von Ockham oder Duns Kotus, die sozusagen die falschen Fragen kürzen, die sind die Vorgänger der Göttinger Mathematik. Die sind die Vorgänger von Kassirer, Ernst Kassirer, der genau so von einem Parallelismus spricht. Das ist ja der Nominalismus. Wenn ich denke an eine Kuh, dann ist keine Kuh in meinem Kopf. Ein Realist und ein Heidegger würde sagen, natürlich ist der Geist der Kuh in meinem Kopf. Ich würde als Kassirer sagen, das ist Unfug. So lange haben Synapsen wie Vögelchen in uns gesungen, in einer Sprache, die nichts mit der Realität zu tun hat, bis das, was Sie denken, auf die Außenwelt auch noch passt. Aber es ist ein strenger Parallelismus. Ich finde so etwas ganz wichtig. Und so etwas kann eigentlich nur bei Ihnen und im Herz anderer Künste und in Max-Planck-Instituten und dann mal wieder bei Harvard, aber in Oasen stattfinden, in Enklaven, so wie die Fliege in Bernstein existieren. Als ganze Fakultäten habe ich das noch nie kennengelernt. Und das ist das, was uns verbindet und das wir auch zusammenschnüren müssen, und sei es im Wege der Gegenwehr oder im Interesse eines Gegenalgorithmus zu der Allmacht der Algorithmen, die ich durchaus anerkenne. Verstehen Sie, ich muss doch gar nicht sagen, ich schätze die Verfügungsgewalt, die kommunikative Kompetenz, die die Big Five haben. Aber was Sie ausschließen, ist zum Teil grauenhaft. Und das Wort Arbeit gibt es da eigentlich nicht. Sagen Sie, ich habe jetzt gerade gedacht, dann müssten wir vielleicht doch noch in der zweiten Runde dieses Wissenschaftsgeleg nochmal mit einem anderen Begriff ins Auge fassen. Sie haben eben ja auch gesagt, es könnte sein, wenn jemand ein solches Genie ist, dass er das gar nicht braucht, dass er dann da auch am falschen Ort ist. Und Sie haben einen Begriff wie Serendipity ins Spiel gebracht, also Bels mäßig übersetzbar mit das Glück, irgendwas zu finden, was man nicht gesucht hat. Dann ist die Frage, wie stellt man Bedingungen dafür her, dass das möglich ist. Es gab mal einen Philosophen an der Humboldt-Universität, der hieß Friedrich Kunze, Neukanzianer, der besuchte eine Büroausstellung in Berlin und war total beeindruckt, so um 1910, von den Fortschritten der Bürotechnik und hat dann ein Buch geschrieben, die Technik der geistigen Arbeit. Und der stellte sich solche Fragen rein kantisch. Also es gibt selbstständige Einfälle, wie sind sie möglich? Fragte der sich. Und dann listete der so Möglichkeiten auf, wie sind selbstständige Einfälle möglich? Und das Kapitel hat einen ganz tollen Titel. Das heißt, über die Entstehungsbedingungen selbstständiger Einfälle. Und das fängt so an, dass man das nicht angeben kann, sondern dass man nur und alle Intellektuellen darauf verpflichten kann, sich selbst zu beobachten, unter welchen Bedingungen ihnen mal ein selbstständiger Einfall gekommen ist. Und dann aus der Vielfalt der Erfahrungen, die man zusammenträgt, kann man vielleicht ahnen, wie könnten solche Bedingungen aussehen. Und dann unterscheidet er zum Beispiel die Efeu-Naturen, das sind nicht die, die auf Ivy League-Unis gehen, sondern die sich an Büchern hochranken, um selber eigene zu schreiben. Die Spazierengeher, die nur ambulant Gedanken haben. Und zwar, man kann sich das ja vorstellen. Das Wissenschaftskolleg ist eben nicht nur Institution, es ist nicht nur Struktur, sondern es ist primär, und das klang ja in dem an, was Sie gesagt haben, Lebenswelt. Das heißt, man schafft als Ort der Produktion oder der Inkubation von Wissenschaft einen bestimmten spezifischen Typ von Lebenswelt, der auch deshalb diese Artusrundenmythologien einzog, weil es zum Beispiel Rituale gibt. Da kommt man jetzt auf eines ihrer Spezialgebiete. Also, das Mittagessen im Wissenschaftskolleg ist gewissermaßen ein eigenes Mythologem geworden in diesen 40 Jahren. Also, man könnte jetzt eine Dissertation irgendwo in Auftrag geben, das mal ausfindig zu machen, in den Erinnerungen der Fellows, aber auch in den äußeren Zuschreibungen. das Mittagessen am WIKO als halb verpflichtend, aber doch irgendwie mit einer strengen sozialen Verpflichtung. Das ist eben was anderes, zu einem Mittagessen zu verpflichten, als dazu, dass zu einem bestimmten Vortrag alle anwesend sein müssen, was Wissenschaft ja normalerweise eher macht. Das ist aber auch forschlich. Aber das ist auch so. Ich will Ihnen das jetzt gar nicht, ich will Ihnen nur nahelegen, dass Sie Ihre Institution mal als Lebenswelt beschreiben, weil das ist wirklich interessant. Aber da sind wir dann schon wieder bei der Odyssee, der Symposium. Kaum sitzen die zusammen, fangen sie an, Einwelle zu haben und zu reden. Das ist in gewisser Weise unvermeidlich. Ja, und ich würde ja noch eins ergänzen, also Diversität ist bei uns natürlich ein großer Wert, und zwar Diversität der Disziplin, nicht nur Wissenschaft, sondern auch Wissenschaft und Künste, aber auch Diversität, und das ist mindestens genauso wichtig, der Herkunftsregionen. Und Herr Müller hat es eben schon erwähnt, dass in der Anfangsphase vor allem Gäste aus Osteuropa eingeladen wurden, aber vor allem aus Israel auch. Und das Wissenschaftskolleg hatte sozusagen den Wunsch, das war die Ursprungsidee, eben auch ein Angebot zu machen an diejenigen, die von den Nationalsozialisten vertrieben worden waren, zurückzukommen. Und das war auch ein sehr großes Kompliment für diese Einrichtung, dass es tatsächlich oft gelungen ist und in manchen Fällen, zum Beispiel Immigranten aus Israel oder den USA, hier in Berlin dann die deutsche Staatseingehörigkeit wieder angenommen haben. Also das war für uns ein ungeheures Kompliment und ein Zeichen für den Erfolg dieser Idee. Aber diese Diversität ist eben auch das, der Herkünfte ist auch das, was wirklich zu dieser produktiven geistigen Atmosphäre erheblich beiträgt. Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt zum Beispiel immer auch Fellows dabei sind, die eine Migrationsgeschichte haben, also auch wirklich eine Exilgeschichte haben. Also jetzt im Moment haben wir einen syrischen Fellow, einen syrischen Dramaturgen und Theaterautor, eine belarussische Philosophin. und was da an Lebenserfahrungen eingebracht wird bei den gemeinsamen Essen oder nicht nur Essen, sondern auch, jetzt haben wir einen Chor ins Leben gerufen, Daniel Schönflug hat einen Chor ins Leben gerufen, der Fellows oder eine Laufgruppe oder was auch immer, also alle möglichen Aktivitäten neben der eigentlich wissenschaftlichen Arbeit. Und wenn da solche Lebenserfahrungen ganz anderer Art einfließen, das ist, denke ich, auch eine unschätzbare Bereicherung. Ich will nur ein Beispiel geben von vor zwei oder drei Jahren. Da hatten wir einen ungarischen Fellow, Georgi Dragoman, den Romanautor, der uns aus seiner Perspektive beschrieben hat, was es für ihn bedeutet, dass nämlich vor Jahren, in der Zeit, als das Wissenschaftskollege gegründet wurde, für ihn, der in Rumänien geboren war, Ungarn als Zufluchtsort und Freiheitsort erschien und er ist als Kind mit seinen Eltern aus Rumänien nach Ungarn geflüchtet und Ungarn war die Zuflucht und jetzt, als er bei uns war, hat er uns darüber berichtet, was Ungarn, wo er mittlerweile erlebt, für ihn jetzt ist. Und jetzt ist Ungarn ein Ort, vor dem man fliehen muss, aus dem man fliehen muss. Und er hat uns erzählt, dass er auf einer schwarzen Liste steht und die Journalisten in Ungarn über ihn nicht berichten dürfen, was er aus deren eigenen Mund gehört hat. Also, wo einem dann klar wurde, was für eine Wende in der Zwischenzeit, seit der Gründung des Wissenschaftskollegs bis heute, was für eine Wende da stattgefunden hat, in der gesamten Konstellation von Freiheit und Unfreiheit innerhalb von Europa und außerhalb von Europa. Und das sind so Lebenserfahrungen, die da einfließen und der man da bewertigt wird, die man normalerweise in seinem Alltag nicht, wozu man keine Chance hätte, die kennenzulernen. Also, das ist für mich jedenfalls einer der ganz, ganz großen Werte, die das Wissenschaftskolleg hat für die Fellows. Frau Mundry, wie ist das aus Fellow-Perspektive? Da ist man ein Jahr da. Das ist ja nicht so eine geringe Zeit. Also, da kann man schon einiges erleben in einem Jahr. Also, es wird immer wieder gesagt, das weiß ich gar nicht, ob das bei den Künstlern auch so ist, bei den Wissenschaftlern ist es oft so, dass die Projekte, mit denen sie ankommen, nicht die sind, mit denen sie gehen. Oder dass in dem Jahr plötzlich ganz was anderes wichtig wird, als sie vorher gedacht haben, was wichtig wird. Und das ist ein Effekt der Begegnung. Also, ein Effekt der Begegnung ist oft, dass die Leute ihre Projekte wechseln oder anders gestalten, als sie das ursprünglich gedacht haben. Also, da gibt es so eine unmittelbare Einwirkung, könnte man sagen, der Mittagessen auf die Schreibtätigkeit oder auf die Forschungstätigkeit. Sie kamen ja wahrscheinlich schon auch mit einem Projekt. Ja, ich meine, meine Zeit war insofern etwas skurril, weil ich wollte eben an einem Musiktheater arbeiten und ich war, glaube ich, ungefähr einen Monat da. da las ich in der Zeitung Mundri-Opa abgesagt. Und das war diese Zeit, wo Thielemann und der Intendant Zimmermann so zueinander standen und dann ist Zimmermann gegangen und hat irgendwie das so verstanden, dass wenn er weggeht, diese Oper auch abgesagt. Es war wirklich Chaos. Und dann, also eine meiner ersten Taten, als ich am Viko war, das war zum Rechtsanwalt zu gehen, zur Raue. Und dann irgendwann, aber wie das dann eben auch so ist, irgendwann traf ich dann Adrian Göhler auf der Straße, die ehemalige Kultursenatorin, fragte Frau Mundri, was denn mit ihrer Oper ist. Und dann hat die das Problem wieder gelöst. Also ich bin so ein bisschen in Turbulenzen reingekommen, das war recht anstrengend. Aber ich habe dann an dem Stück geschrieben und ja, viel gearbeitet. Aber ich würde gerne noch was anderes auf Ihre Frage antworten. Ich war 2002 da und ich nehme wahr, dass sich das Wissenschaftskolleg schon sehr geändert hat seither. Also damals war das, ich war damals wirklich noch so was wie eine, es gab wenige Frauen, ich war die erste Komponistin, es gab noch sozusagen, es umwehte einen, so ein bisschen dieses Genie sind die anderen. Und ich bin jetzt relativ regelmäßig am Wissenschaftskolleg. Und gestern habe ich mal gedacht, ich finde, wenn es sich so geändert hat, dann müsste man sich noch ein zweites Mal bewerben dürfen. aber das jeder, ich weiß, jeder wünscht sich das. Nein, aber ich genieße es jetzt sehr, immer wieder dort zu sein und partizipiere natürlich auch. Also ich war vor drei Jahren, war ich mal zwei Monate wieder dort. Und was ich sehr schön... Und sie ist unsere, wenn ich das noch erwähnen darf, sie ist unsere Beraterin in allen Musikfragen und sozusagen Special Advisor to the Rector. Und was sich seither meines Erachtens schon sehr geändert hat, aber vielleicht, das ist wirklich meine subjektive Perspektive, das ist, glaube ich, würde ich beschreiben, überhaupt die Infragestellung der Methoden. Ich glaube, da ist viel passiert und ich habe auch zum Beispiel viel in diesen auch Abendkollektionen zum Beispiel mitbekommen, dass eben bei Vorträgen aus einer Disziplin dann auch eine Diskussion mit Perspektive aus den anderen Disziplinen eröffnet wird, was zum Beispiel was für Metaphern man wählt. Also wenn ein Biologe über Viren, irgendwas mit Viren redet und dann lauter Kriegsmetaphern bringt, ob dann, ob aus diesen Metaphern eine andere Erkenntnisform generiert wird, als wenn man ganz andere wählen würde. Und da habe ich das Gefühl, da ist viel Bewegung und da gibt es auch so eine, glaube ich, wahrzunehmen, eine andere Sehens, das eigene Metier ganz bewusst aus den Methoden des anderen zu befragen. Also wir wissen, es ist gerade Schwermode künstlerische Forschung, ist ein Großterrain des Streits, teilweise auch des Konkurrenzstreits, aber irgendwas ist da ja auch dran. Also dass es offensichtlich Künstlerinnen und Künstler gibt, die die Einheit die eigene Arbeit eben nicht einfach nur als zielorientiert beschreiben, sondern auch irgendwo als Verfahrensweise der Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis muss dann eben nicht auf Synthesen und Spracherkenntnisse herauflaufen, sondern meinetwegen Materialerkenntnisse oder Erfahrungserkenntnisse, wie auch immer. Und umgekehrt nehme ich eben auch in der Wissenschaft wahr, also ich bilde mir ein, mehr als früher, von Wissenschaftlern auch und Wissenschaftlerinnen gefragt zu werden, zum Beispiel ihre Buchmaneskripte zu diskutieren. Also ein Beispiel, zum Beispiel Christoph Möllers und ich, wir haben vor dem Lockdown haben wir mal einen ganzen Tag in der Kantine gesessen und er hat mit mir sein Freiheitsgradbuch diskutiert und ich habe mein nächstes Stück diskutiert und wir haben einfach gemerkt, also ich meine, mit Freiheit beschäftige ich mich als Komponistin ausgesprochen viel und zwar eben nicht jetzt einfach nur lebensweltlich, sondern strukturell. und umgekehrt ist Christoph Möllers wiederum ein so struktureller Denker, dass er das auch auf Musik projizieren kann und da gibt es, finde ich, mehr, auch Diskurse als früher, aber jetzt um noch ein letztes Beispiel zu bringen, ich war vor ein paar Jahren bei einer, so einer Art Exkursion oder so ein zehntägiges, so eine Reise zwischen, organisiert von der ETH in Zürich und der ZHDK, der Hochschule der Künste und da gab es irgendwie so richtig Streits auch der Übergriffigkeit, also zum Beispiel, wenn Biologen irgendwelche Visualisierungen ihrer Recherchen wählen, die dann bunt sind und irgendwie und die sagen, das ist Kunst, die Natur oder die Zelluntersuchung generiert Kunst, da gehen natürlich die Künstler irgendwie auf die Barrikaden und natürlich umgekehrt sagen die Wissenschaftler gerne, also wenn ihr das Forschung nennt, dann desqualifiziert ihr unsere Arbeit und ich finde diese Debatten aber ausgesprochen produktiv, sofern sie wohlwollend sind. Es können dabei auch neue Produkte entstehen, die nur auf diese Weise entstehen. Ich sage mal, ein praktisches Beispiel, das mich sehr überrascht hat. Ich habe seinerzeit, als er hier im Wissenschaftskolleg saß und bequem erreichbar war, wenn ich hier drehte in Berlin, da haben wir uns, also ich habe mich verguckt in sein Interesse in das Jahr 1799. Da ist ein Jahrhundert, das ist ungeduldig, das will nicht warten, dass Kalendarisches sich ändert zu Silvester 1800, nein, 1799 fängt ein neues Jahrhundert an. Das hat er nun in drei Sendungen hier mir besprochen. Ich habe dann diese Sendungen gemacht mit Ihnen, dann habe ich aber davon entzündet, eine 90-Minuten-Sammlung von Filmen gemacht, die alle nichts weitermachen, als das Jahr 1799 zu umkreisen. Der Napoleon ist sechs Wochen im Amt, ist noch jung, unverbraucht, klar, es glaubt an ihn. Also Sie verstehen, diese Zeit kann man ganz schwer erfassen, sie ist aber ein Potenzial, eine Hoffnungsfunke. Und der 90-Minuten-Film wäre nicht entstanden, ohne diesen Kontakt, das wissen Sie auch gar nicht. Ne, erfahre ich aber jetzt. Wie bitte? Ich erfahre es gerade. Muss man ja auch nicht erfahren gerade. Und jetzt ein anderes Beispiel, da hat mich der Herr Grimm verblüfft, der plötzlich eingreift, das macht er sonst nie. Im Sinne der Freiheit der Kunst schreibt er, dass bei der Neuenfelsoper abgesetzt wurde, wegen Drogen von muhammedanischer Seite. Und hat dann eine ganz lange Ausführung und sehr subtile Ausführung über die Freiheit der Kunst, die eben nicht negativ abwehrend nur ist vom Staat, sondern die Forderung ist, dass der Staat Freiheit garantieren muss, Ausdrucksmöglichkeiten garantieren muss. Sehr eindrucksstark. Das können Sie alles unten in der Ausstellung sehen. Jetzt nehmen Sie Herrn Lepinies mit seiner Macht im Mittelmeer, die mich besonders fasziniert hat, werden Sie auch unten sehen. Das heißt, dass eine EU seit Napoleon im Dritten, seit Gründung des Suezkanals, aber dann 1945 als Gründungsvorschlag von Chimont für die Kohlerzunion war die Idee, es muss neben einem Europa der mitteleuropäischen und nördlichen Länder eine Wiederherstellung des Orbis im Mittelmeer geben. Was meinen Sie, wenn das verwirklicht worden wäre? Und die Franzosen wollten das mehrfach. Was wäre das für eine Lösung für Konflikte im Nahen Osten gewesen? Für einen Schutz übrigens für Israel. Und alle solche Dinge haben wir versaubeutelt durch Dreckheit, durch Nichtverstehen, durch Norddeutschheit, was weiß ich. Und das aber kann man sich auch noch wieder ändern. Man kann die Aufmerksamkeit wieder neu umlenken. Und das sind Produkte besonderer Art, bei denen etwas Schriftliches neben mündliche Kommunikation, neben Mittagessen, neben Filmen stehen kommt. und wenn es hochkommt, kann man das mit einer Komposition krönen. Und wenn es eine Komposition wie Ihre Oper über die Odyssee geht, dann könnten wir aufgrund dessen, was wir hier treiben gerade und was ich eben hoffe, dass man es fortsetzt gemeinsam, könnten auf die Idee kommen, wir hatten am ersten Abend eine Fernbegegnung mit Josef Vogel in Princeton über das Thema das Schweigen der Sirenen von Kafka und diese Grundszene aus der Dialektik der Aufklärung, dass der Odysseus sich an den Mastbaum bindet, also dem Mythos und der Verfügungskraft der Sirenen dicht folgen kann und den Gefährten die Ohren mit Wachs verstopft. Das heißt, der Mensch entmündigt sich, instrumentalisiert sich, das ist die Bedingung für Aufklärung. Das ist das große Klagegesang der Dialektik der Aufklärung. Würde man jetzt beim selben Homer weitererzählen und forschen aus musikalischem Interesse, kämen Sie auf die Rückkehr des Odysseus. Immerhin, der Titel bei Monteverdi, den gibt es ja schon. Und da würden Sie sehen, dass er sich von seiner Frau, die denkt, da kommt ein Hochstapler nach 20 Jahren, der behauptet, Odysseus zu sein, Odysseus ist doch längst tot. die erkennt ihn daran, dass er weiß, wie das Ehebett von ihm als junger Mann gezimmert wurde, nämlich in einen Olivenbaum, glaube ich, hineingezimmert, den die daraufhin die Freier auch nicht wegräumen können. Dieses Bett kann man nicht rauben. Das ist ein Stück Identität plötzlich und nicht eine verzweiflungsvolle Selbstfesselung. Und das ist auch Heimkehr, ist, was die Abenteuer entbindet, heißt es, auch in der Dialektikaufklärung. Das heißt, Sie haben jetzt hier einen arbeitsweisenden Mythosteil. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man extra zu Ihrer Oper und in der Pause davon jetzt siebenmündig in einem Film das genau beschreibt, das unverrückbare Bett des Odysseus, würde man gut handeln. Und man würde jetzt wiederum eine innovative Tendenz in der Oper haben, die extrem konservativ ist. Dieses Operpublikum hält die Oper im Grunde ganz fest, ist allerdings in der Pause tolerant. Wir haben jetzt mal beim Parsifal von Wagner dreieinhalb Stunden lang und mit einer langen Pause vor dem dritten Akt. Da waren die Baselis-Bühnenbilder von Baselis. Und mit dessen Unterstützung haben wir acht Filme im Foyer gezeigt in der Pause und dort ist es uns gelungen, dieses, sagen wir mal, diese Privatreligion auf wenigstens 20 Minuten vergessen zu machen. Ich habe eine absolute Hochachtung von der Musik bei Parsifal und wirklich Gänsehaut, wenn ich die Art von Privatchristentum höre. Und das ist alles bei Wolfram von Eschenbach und Chrétien de Troyes nicht so. Sondern da ist das eine wunderbare Erzählung mit geheimnisvollen Witzigen, mit sehr viel Mutterwitz. Und das haben wir da reingebracht. Gibt es eine Szene, die muss ich Ihnen kurz erzählen, weil die fordert geradezu nach Musik. Da ist der Parsifal trifft auf seinen Bruder Feirefitz, ein uneheliges Kind mit einer Muslimin gezeugt vom Parsifals Vater, Zebra gestreift. Und der ist der bessere Krieger. Und schon liegt das Schwert von Parsifal zersplittert am Boden und er rechnet damit, in der nächsten Minute liegt der Tod da. Da kommen aus der Zukunft die noch ungeborenen Söhne, die geboren werden sollen, Lohngrin und Kadais, geben dem Feirefitz ein, es ist unwürdig, einen Unbewaffneten zu töten. Die Brüder setzen sich an den Wegrand, erkennen einander, die Krise ist gelöst. Das sind nur sieben Zeilen bei Wolfram von Eschenbach. Und die in der Pause von Wagner. Und ich habe eine andere Fliege in Bernstein. Und das ist im Opernhaus zulässig. Und ohne dass ich die eine Oper zerstöre, habe ich innovativ etwas gemacht. Und das kann ich jetzt im Dreieck mit Ihnen diese komponiert haben. Und wir kommen jetzt nicht zu einem Gesamt Kunstwerk, den es einer macht, und das plakativ alle Nebengebäude erschlägt, Sondern wir kommen zu einem Flottenverband. Der Anfang der Ilias ist die Beschreibung des Flottenverbandes des Losfährt. Das ist die älteste Quelle. Und solche Werke, die können in ihrer Umgebung entstehen. In der Universität entstehen Werke und Zusammenarbeit so nicht. Aber an der Universität Göttingen, da hatten sie den Göttinger Hain 1734, der Münchhausen, ein wunderbarer Gärtner, der hat Gärten aus Menschen hergestellt. Das nannte man akademische Bergwerke oder aber Baumschulen. Ein Seminar ist ja nur die Übersetzung davon. Und so etwas hat er angelegt und auch mit Künstlern. Da ist zum Beispiel der Komponist, der schwedische Mozart, der ist in Göttinger Hain mit bei. Wie heißt der nochmal? Ich kenne den Spiegel. Der war der Opa in Stockholm, wunderbarer Mann. Kraus, Franz Josef Kraus. Und der hat Enias und Dido geschrieben, wunderbar, ein Sturm und Drang Komponist. Und den hat er in die Universität mit reingesetzt. So wie Lichtenberg meinetwegen auch, der ist ja nicht im strengsten Sinne Wissenschaftler. Wie wollen sie es benennen, was er da macht? Also anders gesagt, dies ist der Punkt, wo ich glaube, dass sie in dieser informellen Form ihrer Institution gewissermaßen zusammen mit anderen, unabhängig davon, wer gerade jetzt Fellow ist oder ob einer werden kann. Wenn es ein Berater ist, ist es ja auch was Gutes. Und dabei können eben auch Produkte entstehen. Also nicht nur Wissen, nicht nur Aufenthalte, sondern Produkte, wie bei Ihnen ja, mehrere Produkte entstanden. Es gibt einen Vorzug des Wissenschaftskollegs, der wahrscheinlich für Wissenschaftler eine gar nicht so geringe Rolle spielt. Die Wissenschaftler werden ja ständig evaluiert. Die müssen immer je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr sind die damit beschäftigt, einen Antrag für irgendwas zu schreiben. Das wird dann evaluiert, dann muss das nächste Graduierten Kollege aus der Taufe groben, das wird wieder evaluiert, ehe es anfängt. Und am Ende ist es Leistungskontrolle. Also man muss zwischen, das muss ja auch der Einzelne, der dann da selber ist im Graduierten Kollege und seine Dissertation die Evaluation. Und das heißt aber, dass die gesamte Zeit, die die da verbringen, ist wirklich frei. Das heißt, wenn die am Ende gar nichts vorlegen, gibt es keine Sanktionen. Und dadurch entsteht Lust, etwas zu machen. Aber das ist natürlich einfach schon eine Sondersituation. Darum würde ich Sie jetzt gerne fragen, das mal als Struktur genommen, welche Rolle spielt denn physische Präsenz? Weil das Wissenschafts Kollege Begegnung, dass man sagt, indem ich die Leute jetzt irgendwie so durcheinander mische und Begegnungsmöglichkeiten schaffe, die sie im normalen Alltag nicht hätten, generiere ich vielleicht einen Typ von Fragestellung, der sonst nicht erstand. Das ist das Konzept. Das setzt aber ja irgendwie physische Anwesenheit doch voraus. Jetzt gibt es in der Wissenschaft im Moment ja durchaus Diskussionen, wie wichtig ist Präsenzlehre. Es gibt auch Universitätspräsidenten, die in einem hohen Grad von Digitalisierung des normalen Universitären bis hin zu der Idee Auslandssemester ohne Ausland. Also das heißt, ein Auslandssemester an der Humboldt-Uni heißt, dass von überall zugeschaltet Leute da studieren. Das würde doch Ihr Kollege im Grunde ruinieren, oder nicht? Ja, das ist natürlich vollkommen bizarr und die große Wissenschaftssoziologin Helga Nowotny, die wir neulich aus Anlass des Jubiläums interviewt haben, hat gesagt, ein digitales Wissenschaftskolleg ist unmöglich. Und zwar, ich meine, es ist ja jetzt während der Pandemie ja besonders bewusst geworden, was eigentlich verloren geht, wenn man sich nicht persönlich trifft. Ich meine, man hat zwar sozusagen synchrone Kommunikation unter Abwesenden, das geht, aber alles das, was eigentlich informelle Kommunikation ist, alles das, was sozusagen über die Körpersprache, über die Kaffeepausengespräche und so weiter sich vermittelt, fällt ja weg. Das heißt, es bleibt nur die formale Kommunikation übrig. Und dann wird immer erst gewahr, wie unglaublich wichtig alles Informale ist oder Informelle. Und ich würde gerne noch ein Beispiel, auch um das anschaulich zu machen, das mir meine Kollegin Katharina Wiedemann erzählt hat, aus der Zeit lange vor meinem Rektorat, um das zu veranschaulichen und es ist auch ein schönes Beispiel für vollkommen unplanbare Ergebnisse oder unplanbare Begegnungen, nämlich, so jedenfalls die Legende Georgie Ligeti war zusammen im Fellow mit Gerhard Neuweiler, ist das der Name richtig? Neuweiler, der Neurobiologe ist und die Legende ist, dass in einem der Büros oder in mehreren Büros die Heizung ausgefallen ist und deswegen mussten sie dann sich zusammen in einem Raum, in dem die Heizung funktionierte, aufhalten und sich einen heißen Tee gemeinsam kochen und das hat zu einem langen, intensiven, auch sachlichen Austausch geführt und tatsächlich auch zu einem gemeinsamen Buch zwischen dem Komponisten und dem Neurobiologen und zwar zum Thema motorische Intelligenz. Der Neuweiler hat die Theorie entwickelt, offenbar in der Kommunikation mit Ligeti, dass die extrem ausgeprägte feinmotorische Fähigkeit des Menschen, nämlich das, was die Sprechwerkzeuge betrifft, die Motorik der Sprechwerkzeuge und die Motorik der Hände, die im Gehirn ein unglaublich großes Areal besetzen, also vollkommen unverhältnismäßig im Verhältnis sozusagen zur Größe dieser Organe, dass das gewissermaßen der Schlüssel zur Menschwerdung ist, das heißt, dass die Menschen sich von den Affen gar nicht so sehr unterscheiden durch kognitive Fähigkeiten, sondern durch feinmotorische Ausdifferenzierung und das ist sozusagen der erste Schritt und Schlüssel auf dem Weg zur Entwicklung aller anderen Fähigkeiten, die die Menschen von Primaten unterscheiden war und offenbar hat da das Gespräch mit Ligeti, der natürlich als Komponist und also Feinmotorik und das Beherrschen eines Instrumentes sozusagen als sein Thema hat, hat offenbar dieser Kontakt dazu beigetragen, dass der Neurobiologe die Dinge auch anders gesehen hat und Ligeti seinerseits ein anderes Verhältnis zur Bedeutung von Motorik für das Komponieren hat und wir sehen das ja jetzt auch lerntheoretisch, dass etwa Kinder viel besser schreiben lernen, wenn sie handschriftlich schreiben, als wenn sie mit Computertastatur bedienen, weil das motorische Schreiben offenbar so eine wichtige Bedeutung für die kognitive Entwicklung hat, also die Verbindung zwischen Feinmotorik und Kognition und da ist offenbar wirklich mal ein Moment gewesen, wo diese Tatsache, dass die Heizung ausgefallen war in der Villa Wald oder wo auch immer, sozusagen eine unverhoffte Begegnung stattgefunden hat, die tatsächlich ein gemeinsames neues Denken hervorgebracht hat und es ist tatsächlich auch in einem Buch nachzulesen, das Reinhard Mayer Kalkus rausgegeben hat, das heißt motorische Intelligenz, wo also beide ihre Sicht der Dinge beschreiben. Also es ist natürlich schon eine Ausnahme, dass es so greifbar ist, wie solche Wissenschaftskollegs Begegnungen Früchte tragen können, aber das zeigt, sowas passiert und es ist dann wirklich ein gemeinsames , da kann man wirklich von Kooperation in einem ganz starken emphatischen Sinne sprechen. Jetzt würde ich gerne dieses Institut, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, kurz mit einer Hommage ehren filmischer Art. Machen Sie das. Kann man den ersten Film vorführen, Die Nase des Sokrates. Das ist nicht der Film, das ist nicht die Sendung, sondern es ist eine Hommage, aufgrund der Sendung mit Glastafeln von Kerstin Brätsch, einer ganz großen Künstlerin in New York, die Glastafeln, das sind Steine von die Polke der Maler. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, dass man nachweisen kann, dass der Tod des Sokrates und die Aufrichtung dieser Staple ist eigentlich das zündende Element, was die Schüler dazu bringen, eine Physiologie zu konstruieren. Und das sieht man daran, dass im platonischen Symposium ist es Alkibianes, der dem Sokrates sagt, du bist wie Marsias. Er sagt ihm, du bist wie Marsias, du bist frech wie Marsias, du bist Hybristes. Es ist ein Satyr, der den Apoll herausfordert, wer musiziert schöner. Also Marsias ist ein Virtuose der Doppelflöte, also dieser Art Hoboe, die man mit zwei Röhren spielt. Und Apoll ist natürlich der Virtuose der Kitarer und er sagt, ich kann besser, bessere Musik machen als du. Und dann gibt es ein Wettbewerb und Apollon lässt sich bescheinigen, dass der Sieger mit dem Besiegten machen kann, was er will. Und er siegt dann, Apollo siegt. Die Jury besteht aus den Musen, man kann sich fragen, ob das eine unparteiische Jury ist, aber die Musen sprechen Apollo den Sieg zu. Und dann lässt Apollo dem Marsias die Haut abziehen, lebendigen Leibes. Also das ist eine ganz blutige, furchtbare Form der Hinrichtung. Und das Spannende ist nun, dass Alkibiades im platonischen Symposium, Alkibiades dem Sokrates sagt, du bist wie Marsias. Und dann sagt er, du bist wie Marsias, weil du frech bist, hybristäis, du bist unverschämt. Und du kannst dein Publikum bezaubern und das machst du noch besser als Marsias, weil Marsias die Flöten braucht und du brauchst nur deine Worte, du kommst ohne Instrumente her. Und das steht so. Aber wenn man sich vorstellt, dass jemand das liest, 15 Jahre, 20 Jahre nach der Hinrichtung des Sokrates. Und Marsias ist die einzige Figur in der gesamten griechischen Mythologie, der nach einem Prozess hingerichtet wird. Ich halte das für vollkommen ausgeschlossen, dass die Assoziation Hinrichtung nicht im Text mit drin ist. Sie ist natürlich implizit im Text drin, denn explizit kann das nicht gemacht werden, weil ja Sokrates in der Situation, wo das Symposium fiktiv angesiedelt ist, natürlich lebt. Das ist 15 Jahre vor seinem Tod. Aber für den Leser, im Augenblick, wo er hört, Sokrates, du bist wie Marsias, ist die Hinrichtung da. Aber der Text ist doch geschrieben nach seinem Tod. Natürlich, und ich glaube, dass die ganze Vorstellung von Sokrates als Satyr nach dem Tod ist und dass es verschiedene Facetten miteinander kombiniert, aber das ist ein Bild, das konstruiert wird von den Sokrates-Schülern. Im Augenblick, wo sie beschließen, sie errichten dem Meister eine Bronzestaatware. Und im Augenblick, wo sie das machen, und das ist natürlich eine Provokation, müssen sie sich eine Meinung anquellen, wie wollen wir ihn dargestellt haben. Und dann gibt es ein Brainstorming. Und von diesem Brainstorming finden wir Spuren in diesen platonischen Texten. Im platonischen Text und im Xenophonstext. Übereinstimmend. Übereinstimmend, vollkommen übereinstimmend. Und wir haben die Kopien von der Bronzestaat. Wie ist der Marsias dann, nachdem die Haut abgezogen ist, hat der weiterleben können? Nein. Nein, der ist gestorben. Das ist tot, ja, ja. Das ist wie beim heiligen Bartholomäus. Das ist ja dieselbe Geschichte im Christlichen. Nein, nein, das ist eine Form der Hinrichtung. Das überlebt keiner. Und jetzt Film ab zu Ehren von unserem Moderator. Dezember 1799. Das ist nur ein ganz kleines Fragmentstück aus dem 90-Minuten-Film, das aus unserer Zusammenarbeit entstanden ist. Und das ist ja eine Fernwirkung. Hätte er nicht bei Ihnen gesessen, hätte er das nicht geschrieben, vermutlich. Hätte ich ihn nicht aufgesucht, wäre der Film nicht entstanden. Und das ist jetzt nur eine kleine Probe. Fahren Sie bitte ab. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt als weitere, letzte Hommage, die Eulen der Minerva. Untertitelung des ZDF, 2020 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 anhebt und damit so spät beginnt, darüber könnte man ja nachdenken, weil das, was Sie die ganze Zeit hier sagen, widerspricht dem in gewisser Weise. Also bei Hegel ist dieser späte Flug natürlich sehr nah herangerückt an seine Gegenwart. Also am besten hat die Eule der Minerva schon Hegel gelesen, damit sie so richtig hochfliegen kann. Und dieses, was Sie jetzt andeuten mit der Menschheitsgeschichte und den Höhlenzeichnungen und der Musik, die vor der Schrift war, das ist ein bisschen anderer Brick, der geht eher so auf Leroy-Gourhan, also mit Auge, Hand, also die Anthropologie, die bei Ihnen am Kolleg ja auch immer eine große Rolle gespielt hat, hat vielleicht doch noch andere Zeiträume, also mein Eindruck war immer, wenn Hegel von der Eule der Minerva spricht, dann ist das irgendwie die Philosophie, die spät kommt, aber dann Überblick hat und eben losfliegt. Und das Bild mit der Hand und dem Auge, das passt ja viel besser zu Ihrer Geschichte. Also das passt sozusagen zu der Geschichte der Begegnung des Neurobiologen mit dem Komponisten. Wenn ich noch eine kleine Bemerkung anfügen darf, man könnte einen kleinen Film drehen, der sehr ergeblich wäre, Sie haben es eben angedeutet im Kurzporträt von Georgi Dragomann. Also die Geschichte Ungarns am Wissenschaftskolleg, das ist ein ganz hochinteressanter Seitenstrang, der sozusagen aus dem alten West-Berlin bis in die Orban-Zeit führt, denn es will ja der Zufall, dass nicht nur Nobelpreisträger wie Gensaburo Oe da waren, sondern kehrte es zufällig zu dem Zeitpunkt, als er am Wissenschaftskolleg war, den Nobelpreis erhielt und gleichzeitig sozusagen diese anderen Planeten um, kehrte es rum, Esterhazy, Nadasch und diese ganze Generation sehr geprägt ist von dieser Grunewaldwelt. Ich war gestern auf einer Gedenkveranstaltung für Esterhazy in Budapest, wo das genau diese Funktion hat, die Sie gerade beschreiben. Also das ist gewissermaßen, da versammelt sich dann in so einem Café an der Elisabethbrücke, die nicht zufällig so heißt, versammelt sich diese jüngere, aber auch ältere Generation, die den Effekt hat, den Sie jetzt gerade an Dragomann beschrieben haben. Also das ist auch sowas. In gewisser Weise so ein ferner Ableger solcher Welten. Also Nadasch war da aus dem Off zu sehen und hielt eine kleine Hommage und da kam das in gewisser Weise vor, also diese Hintergrundwelten. Also man könnte Ivan Nagel noch ergänzen, Georgi Konrad, Laszlo Völdeni. Also das heißt, es gibt da für diese osteuropäische Seite des Wissenschafts ist wahrscheinlich diese ungarische Filiation eine der ertragreichsten gewesen. Und zugleich muss man sagen, ausgerechnet die ungarische Ausgründung des Wissenschaftskollegs existiert nicht mehr. Genau, aber eben aus diesem Grund. Also da kommen wir natürlich jetzt ganz in die aktuelle, auch europäische Politik, aber das ist Teil des Wissenschaftskollegs. Darum wäre mir das wichtig, dass das auch als Eindruck irgendwie bleibt, dass das Wissenschaftskolleg nicht ausschließlich im Grunewald ist. Aber nehmen wir einmal an, aus solchen Bewegungen, käme jetzt von der Beraterin hier gefordert, gesammelt und mit Musik versehen, eine spirituelle Republik Ungarn, also Legiti. Also wenn wir das machen, hätte man eine Gegen-Orban-Welt und ein reiches Ungarn. Und man hätte die Grenze von 1956 über die Leute, die heute bei Harvard sitzen, geflüchtet sind. Und dann kommen unsere 1989 über die ungarische Grenze. Und dann wird die genau gesperrt. Und so etwas kann man doch empfinden. Und das sind Dramatiken unserer Zeit. Und man muss sie nicht zur Gesamtkunst werken, die werden nie 90 Minuten lang. Aber wenn es so eine Republik gibt, könnte die korrespondieren mit, sagen Sie mal etwas anderes, was Sie mögen. Also ich mag zum Beispiel die Schweiz. Ich mag gerne Kantonsverfassungen. Die Bauernkriege in Deutschland, wenn die Kantonsverfassung, die in Salzburg schon existierte und die Bündnisse hatte im Elsass und mit den Schweizerinnen verbündet war durch Delegationen, wir hätten eine zweite Schweiz wert können und hätten kein 1933 je gehabt. Da schüttelt die Historikerin des Alten Reichs ein wenig. Das ist ganz Deutschland. Also das ist Thomas Mann, was ich hier erzähle. Ja, ja, ja. Aber das wäre dann ein kleines südwestdeutsches Deutschland geworden. Ein südwestdeutsches. Das wäre ein relativ kleines, eher südwestdeutsches Deutschland. Aber sicher, Ostpreußen gäbe es dann nicht. Wie wollen Sie die Gutsherrschaft in Ostpreußen in eine Räteverfassung bringen? In eine Kanton-Artsverfassung bringen? Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde das gerne eintauschen als Geschichte gegen die, die wir hatten. Die Preußische, ich bin nicht stolz darauf. Und das unterliegt ja nicht meinem Willen. Es liegt ja nur, die Vorstellungsvermögen, könnte man sagen, was versäumen wir derzeit, wenn damals etwas versäumt wurde. Ja, nicht? Aber da bringen Sie ein, komisch, mir ist jetzt gerade noch bei dieser ganzen Ungarn-Thematik eingefallen, weil ich war in dem Jahr da, in dem Imri Kertisch und Peter Naderstarr waren. Und jetzt merke ich gerade, dass für mich nochmal ein neuer Wahrnehmungsbereich sich auftut. Ich fand damals sehr deutlich, dass eben die Reflexion auf die eigene Geschichte, die Reflexion auf das eigene Land, also Imri Kertisch hat ein kleines, internes Kolloquium ganz am Anfang gegeben, wo er über Sprache im Exil gesprochen hat. Jetzt wird mir plötzlich klar, auch während dieses Jahres haben viele der Fellows ihre Heimat gewechselt. Also es gab auch viele Amerikaner, die nicht zurück in die USA wollten, wegen Bush und Peter Naderstarr. Ich habe in dem Jahr, als ich da war, hat mir Peter Naderstarr ein Buch geschenkt und es gab einen Text, den ich sehr geliebt oder den ich bis heute sehr liebe, über die Melancholie, die er nicht als psychologischen Zustand, sondern als Wahrnehmungsform beschreibt. Der schreibt so schön, der Melancholiker nimmt weniger wahr, was ist, als das, was nicht ist. Und ich finde, in diesem Sinne ist das Wissenschaftskolleg irgendwie auch ein melancholischer Ort. Oder zum Beispiel auch Andreas Steier, der vor drei Jahren da war und dem Jahr danach plötzlich komponierte und ein wunderbares Stück geschrieben hat, was ich letztes Jahr immer so lesend ein bisschen begleitet habe. Und auch ich bin nach dem Jahr ein Wissenschaftskolleg. Ganz am Ende habe ich mich entschieden, Frankfurt zu verlassen und nach Zürich weiterzugehen. Es ist irgendwo ein Ort, wo sich nicht nur die Perspektive auf die eigene Disziplin verschiebt, sondern auch die Perspektive auf die eigenen Bedingungen, unter denen man die Disziplin betreibt. Es bleiben übrigens viele Fellows dann in Berlin, entweder mit einer Zweitwohnung oder auch wirklich, indem sie nach Berlin wechseln. Also zum Beispiel in dem Jahr, dann war es vor zwei Jahren, ist eine amerikanische junge Gynäkologin in Berlin geblieben, hat eine Stelle, ich glaube an der Charité bekommen, mit der ich übrigens noch eine Wette offen habe. Die war nämlich damals der Meinung, dass Trump wiedergewählt würde. Und ich habe dagegen gewettet und habe gewonnen und habe immer noch einen Wettgewinnen, war eher offen. Aber die ist aufgrund dieser Horrorvorstellung in Berlin geblieben. Und das gilt nicht nur für Amerikaner, das gilt für Fellows aus allen möglichen Ländern, die anschließend hier bleiben, weil sie wirklich von der Stadt auch so beeindruckt sind. Also, aber die Idee, einen kleinen Film über Ungarn, die das Wissenschaftskolleg zusammengeführt hat, zu machen, können Sie ja vielleicht realisieren. Also, das Motiv hätte ich, ich gucke um, ja, sowas würde ich nicht alleine machen, ja, nicht? Und das wäre hochmütig, ja, aber zusammen... Naja, es gibt jetzt zum Beispiel, nicht zufällig sind sehr viele Nachlässe der ungarischen Autoren im Archiv der Berliner Akademie der Wissenschaften gelandet. Das gilt für Nagel, das gilt für Konrad, das gilt sogar auch für Esterhazy und das gilt zum Teil Teilnachlass von Kertes. Und sobald man über diese Nachlässe redet, ist man mittendrin in der aktuellen Politik der Ungarn. Da muss man nur mit den Leuten, die jetzt in Berlin die ungarischen Nachlässe verwalten und übrigens jemand eingestellt haben, der die auch erschließen kann, also Ungarisch spricht, mit dem Kertes-Institut, was jetzt die Hand auf den ungarischen Nachlässen hat und gerade bei einer anstehenden Publikation, also aus dem Nachlass von Kertes wird bei Rowold im nächsten Frühjahr ein Band erscheinen, der Tagebücher, die er schrieb, als er den Roman des Schicksallosen noch nicht geschrieben hatte, sondern erst noch schreiben wollte. Und diese Auswahl hätte umfangreicher sein können, wenn die Ungarn zugestimmt hätten. Also das heißt, da ist im Moment sehr viel in Bewegung, es ist also gar nicht nur ein Rückblick auf die Zeit und Dragoman ist ja ein aktuelles Verbindungslied, aber das könnte man dann in einem eigenen Panel sozusagen diskutieren. Ich denke, 90 Minuten sind vorbei. Wir haben einiges an Einblicken erlebt. Das Wissenschaftskolleg enthält natürlich wie immer diese Institutionen noch ungeheuer viel mehr Anekdoten, als hier erzählt worden sind. Also wir haben jetzt so ein paar gehört. Es gibt ja auch zum Beispiel natürlich einen Unterschied zwischen der Direktorenperspektive und der Fellowperspektive, was Gossip betrifft. Also Gossip und Wissenschaft, denkt man, seien auch eher getrennt. Das ist mitnichten der Fall, sondern das ist auch mit so einer der Humus-Geschichten, aus denen diese Ideen erwachsen. Also auch Gerede. Man könnte auch sagen Klatsch. Das gehört auch alles dazu, damit die Institutionen in ihrer lebensweltlichen Seite nicht zu kurz kommen, wollte ich das angefügt haben. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Danke Ihnen. Sie sind ja, glaube ich, sogar in Berlin aufgewachsen. Also in dem Beitrag, den Sie dann geschrieben hat, über Ihre Zeit am Viko stand, dass es so ein bisschen auch eine Heimkehr für Sie war, in die Stadt der Kindheit. Und Sie sind ja eigentlich auch so ein Dauergast, obwohl Münchner mit festem Wohnsitz. Nein, ich bin Heimatstädter, entschuldigen Sie. Nein, im Wohnsitz. Eine ganz kleine Stadt. 800 nach Christus, bedeutend, seid ihr nicht mehr. Aber das ist eine Heimatstadt. Und ich bin aber seit 1946 in Berlin. Ja. Und das soll so bleiben. Und ja, und noch ein kurzes Kompliment. Sie haben eine bezaubernde Komponistin, ja, Regisseurin, Operngeregisseurin, die Frau Schwab, weiß ich, ja, mit der ich auch wahrscheinlich zusammenarbeiten werde. Letztes Jahr, ja. Das ist ganz besonders. Und ich teile mit ihr den Mortier-Preis. Also sie kriegt das Geld, ich kriege die Ehre. Und das ist eine ganz großartige Frau. Gerade Giovanni-Aufführung in der Neuköllner Oper. Das ist genau das. Und die Neuköllner Oper ist auch etwas Besonderes. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir irgendwie Trauer tragen müssen über unsere Zeiten, ja, wenn wir wirklich arbeiten, ja, könnten wir ganz schön stark sein zu Meeren. Ja. Aber wie auch, wie sagt man, in nährstoffarmen Meeren nährt sich das Leben auf Korallenriffen. Und alle Lebewesen dort, ja, sind unwahrscheinlich. Die Kooperation, ja, dass so verschiedene Lebewesen zusammen ein Biotop bilden, ist absolut unwahrscheinlich. Das Hering-Schwärmer-Schwärmen ist wahrscheinlich, ja, dass sie überleben. Aber das Korallenriff ist ein großes Rätsel, ja, aber das ganze Leben besteht nur aus Unwahrscheinlichkeit, ja, und dass wir die Musik erfunden haben, ja, und dass sie so schön sein kann, ja, ist auch pure Unwahrscheinlichkeit, ja, also Zauber der Zufälle, ja, nicht. Schönes Schluss. Schönes Schluss. Zauber der Zufälle, das lassen wir als Schluss. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Montage von Alexander Kluge. den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ich muss mal gucken. Annette, ein Helden-Epos. So ist der richtige Titel. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind bei uns beim Festival. Die beiden werden sich auf Französisch unterhalten. Es wird allerdings auch eine Verdolmetschung geben von Kerstin Elsner, die Sie sowohl hier im Saal hören können, aber auch im Livestream. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß und gebe das Podium frei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, fangen wir also an. Wir haben hier keinen Moderator. Wir werden uns also selbst animieren, moderieren, gegenseitig. Ja. Also, ich fange jetzt einfach an, aber du kannst mich natürlich gern unterbrechen. Bevor wir beginnen, wollte ich einen Text vorlesen, den wir extra für diese Veranstaltung hier geschrieben haben. Ich möchte kurz sagen, wie wir dazu gekommen sind. Das ist ja eine Korrespondenz, ein Austausch einer besonderen Art. Das ist nicht wirklich eine Mail-Korrespondenz. Es ist auch kein klassischer Briefwechsel. Sondern eher ein gemeinsamer Text, den wir gemeinsam geschrieben haben. Aber bevor wir das getan haben, wusste ich gar nicht, dass so etwas möglich wäre, einen Text zu zweit zu schreiben. Also nicht jetzt sozusagen wir beide, jeder mit seinen Händen. Sondern indem wir uns jeweils wieder unser Echo zurückgeschickt haben. Wir haben also zurückgespiegelt, was der andere geschrieben hat. Du hast etwas geschrieben, ich habe es gelesen und aufgegriffen. Und bin dann in eine bestimmte Richtung gegangen, um darauf zu reagieren. Wie sind wir eigentlich zu diesem Austausch gekommen? Die Idee war folgende. Ich habe sozusagen den Ort bestimmt und du sozusagen den Tanzschritt, den Takt. Wir haben beide festgestellt, dass wir beide über einen Dialog der Toten arbeiteten. Das ist also eine bestimmte Form. In Frankreich ist das etwas in Vergessenheit geraten, obwohl es ursprünglich eine sehr verbreitete Form war. Hans-Marclus Enzensberger zum Beispiel hat sehr viel dazu gearbeitet. Er hat also sehr viel zur Frage der Dialoge der Toten gearbeitet. Er hat selbst auch Texte geschrieben. Ich weiß, dass Sie hier im Saal wahrscheinlich besser informiert sind als ich. Und wir beide haben darüber nachgedacht, wie wir die Toten zum Sprechen bringen könnten. Wie wir mit den Toten sprechen könnten. Aber nicht jetzt im mystischen Sinne, sondern auf sehr rationale Art und Weise. Das ist ja auch unsere Art beim Schreiben. Also wie schafft man es, denen eine Stimme zu geben, die nicht mehr da sind? Oder die noch nicht da sind? Und das, indem man sich gleichzeitig an die wendet, die bereits da sind. Das war also die Herausforderung. Also ein Dialog über die Toten. So hattest du das ursprünglich geplant. Du wolltest an der Stelle eines Toten schreiben. Du wolltest die Toten in einen Dialog treten lassen. Aber letzten Endes ist es nicht das gewesen, was wir dann gemacht haben. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Naja, du hast gesagt, ich will jetzt hier die Tote machen, die Tote spielen. Das hat mir etwas Angst gemacht. Denn das sind ja eigentlich die Dinge, die sich sozusagen wegdrücken. Aber fangen wir mit unserem Text an. Wir sind natürlich von einem Ort der Sprache ausgegangen. Perlachaise, der Friedhof, im ersten Text. Denn ich wohne direkt nebenan. Das heißt, wir sind also von der Kase 382 ausgegangen. Jacques Perrec liegt dort, ein Dichter. Und er hat natürlich sehr viel zu sagen. Und über ihn gibt es auch viel zu sagen. Es gibt sehr viele Spuren und Texte. Nun schlage ich vor, dass wir unseren Texten lesen. Das wird vielleicht 20 Minuten dauern, oder? Vielleicht etwas mehr? Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Wir diskutieren dann später. Es gibt auch Bilder, die hier im Hintergrund normalerweise projiziert werden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Denn wir haben uns auch nicht nur Texte ausgetauscht, sondern auch Bilder geschickt. Fangen wir an? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Okay, wir können schon anfangen. Wir fangen an. Also, Kase 382. Kase 382. Soheben habe ich aufgeliebt. Anna Webers Telefonstimme ist verschwunden. Ich spreche nicht mehr mit ihr. Ich schreibe ihr. Ich eröffne den Dialog zum Thema der Dialog der Toten und andere Fragen zur poetischen Riesbarmachung dokumentarischen Materials. Abgesehen von einigen Epiphanien nichts Romantisches an all dem. Zitate ohne Anführungszeichen, Telepatenplayback, bestenfalls Wahlverwandtschaften und natürlich Montagemethoden. Das halboffene Fenster bewegt sich. Der Wind zerstreut meine Gedanken. Das Fenster ist ungefähr zwei Meter hoch von weißen Holzstreben und vier gleich große Flächen geteilt. Ein diagonaler Sprung de la partie supérieure est fendu sur toute la diagonale. Im Hintergrund bewegt sich das Fletterdach des Perlachaises. Der durchsichtige Ritz bildet einen hauchdönen Durchgang zwischen mir und der Nische 382 des Kolumbariums. Glaubte Georges Perec ein Gespenster? Zumindest behauptete er, dass man, um zu schreiben, nur aufzählen müsse, was man vor sich hat. Jenseits des Fensters oder auf dem Tisch. Gegenstände, etwas Staub, Spuren. Retoucherie l'excellence, 32 rue Copernic, 75116 Paris, zwei Jacken, Name, Pick, Datum, 10.07.2021. Wir bewahren Ihre Kleidung nicht länger als drei Monate auf. Vielen Dank. Also, das ist ganz außerordentlich. Denn kaum hatte ich diese Nachricht gelesen, ist Georges Perec mir erschienen. Es trug sich in einer vier Quadratmeter großen Kammer zu, die als Waschküche dient. Dort warf ich einen Blick auf den Fenster und auf der Außenmauer oder Fensterlaibung war sehr deutlich Georges Perec zu sehen, besser gesagt die Hälfte seines Gesichts, als würde er den Kopf vorstrecken, um einen Blick ins Haus zu werfen. Ich sah sein rechtes Auge und die Hälfte seines Barts und seiner üppigen Frisur. Er war's oder es war sein Gespenst und außerdem war's der Zahn der Zeit, der im Putz genagt hatte. Daran soll nichts Romantisches sein? Womöglich doch. Sobald ich das Wort Romantisch höre, zücke ich meinen Dokumentarrevolver. Peng, peng. Ich lege der Elegie den Revolver an die Schläfe und sie hört sofort auf zu greiben. Uff, ich war am Ende meiner Nerven. Kolumbarium. Ein Name, der auf einer Analogie beruht. Hatten doch die Toten früher Seelen, die entflogen wie Tauben. Wie Tauben, die nicht in kleinen Steinkäpfigen eingesperrt sind. Rue Copernic. 3. Oktober 1980. Ein antisemitischer Bombenanschlag gegen eine Synagoge, 46 Verletzte und vier Tote. Philippe Boissoux, Alisa Chagrir, Jean-Michel Barbé, Hilario López Fernández. Vier Tote, darunter ein einziges jüdisches Opfer, was den damaligen Premierminister Raimond Barré zu der Bemerkung veranluste, der Anstag habe auch unschuldige Franzosen das Leben gekostet. Salle 228. Jammern und Klagen im Richelieu-Flügel des Louvre. Auf einer mehr als 2000 Jahre alten sumerischen Tafel sehe ich das elftenige Klagelied über den Untergang der Stadt Ur, inzwischen digitalisiert. Anscheinend dienten die Klagetafeln auch als Grundsteinelemente. Man legte sie in die Fundamente neuer Gebäude, um das Unheil weiterer Katastrophen abzuwenden. Der Anblick dieser Tafel zerschmettert jegliche konformistische Vorstellungen von Lyrik. Hier geht es weder um den reibungslosen, faden Ausdruck der Empfindungen eines Subjekts, noch um virtuose Kunst mit festen prosotischen Regeln, deren Aufgabe es ist, sich in den Homosphären des Erhabenen und Schönen aufzuhalten. In Frankreich erinnert man sich vor allem an Boileaus Vers, der die Verurteilung der Marie Madeleine heraufbeschwört. Die Klagen der Elegie in langen Trauerkleidern, das Haar zerzaust, versteht sich auf, das Jammern über einen Sarg. Ich erinnere mich unwillig daran. Erinnerungen an die Schulzeit, an die Chronologie der Literaturgeschichte nach Epochen. Die babylonische Tafel ist bloß ein Ausschnitt. Ein Stein, der Zeichen weint, deren Bedeutungen nur zu erahnen sind. Betrachten wir demgegenüber die Elegia, also als das, was sie wirklich ist. Todesgesang, von den Toten oder für die Toten. Ihr harter Kern ist das Partikulare. Emotionen, Gefühle, etliche degradierte Wirklichkeiten, etliche Erlebnisse, die sich aus unerheblichen Details zusammensetzen, einem Überschuss an Sinnlosigkeit. In seinen philologischen Lesarten griechischer Lyrik zeigt Nietzsche, dass die Elegie, die sich in der Antike während der Persischen Kriege durchsetzt und in der Zerstörung ihren Ursprung nimmt, das Subjekt qua Schmerz seiner Subjektivität enthebt. Diese Enteignung ist auch die der professionellen Klagefrauen, die sich dem Gefühl annehmen, dass durch den Verlust eines geliebten Menschen ausgelöst wird. Anscheinend gibt es sie auf Corsica noch heute. Sie gaben dem Schmerz eine Stimme, sie schenkten jedem und jeder ihre Tränen, indem sie das Verschwinden dokumentierten, von den Eigenheiten eines Verlustes erzählten, die Gesten der Verstorbenen in Erinnerung riefen. Diesen Beruf, der Frauen vorbehalten war, habe ich im Saal 228 des Louvre entdeckt, auf einer mit Zeichen gestikulierenden Tafel, die ich weder lesen noch verstehen oder analysieren konnte, deren Rhythmus, Material und feine Oberfläche ich aber wahrnahm. Kurzum, ich bin eine Dokumentarklagefrau. Wenn man plurös professionell, also berufsklagefrauen googelt, ist die häufigste Wortkombination plurös professionell salaire, berufsklagefrauen gehalt. Es sieht so aus, als würden nicht wenige Frauen darauf umsteigen wollen. Google zeigt ihnen den Blog einer Begräbnisversicherung, wo man erfährt, dass in Frankreich der Beruf der Klagefrauen in den 60er Jahren verschwunden ist. Von Korsika wissen sie dort nichts. Dass er aber in verschiedenen Weltgegenden weiter ausgeübt wird, unter anderem in Afrika, vermittelt von Unternehmen, deren Angebot vom normalen Weinem über Weinen bei gleichzeitigem auf dem Boden wälzen oder Beschimpfung des Verantwortlichen für den Tod bis hin zu einem Weinreich, das mit der Drohung einhergeht, mit ins Grab zu springen. In der Elfenbeinküste werden diese Serviceleistungen mit zwischen 300 und 500 Euro vergütet. Wer eine Klage anstimmt, geht ein Wagnis ein. In westlichen Ländern macht man sich leicht lächerlich, sogar als Frau. Als Mann kannst du es vergessen, außer du bist Dichter. Das sind zwar herkömmlicherweise Männer, ehrwürdige sogar, aber eben ein bisschen Aufgeweichte. Ein Mann weint nicht. Eine Frau weint natürlicherweise und aus gutem Grund. Klagefrau, das kann man lernen. Das ist ein Beruf, und zwar einer, der für den Frauen prädestiniert zu sein scheinen. Von Hippokrates bis Freud sind nicht weinende Männer sich daran einig, Frauen leicht hysterisch zu finden, woran wie an allem anderen die Gebärmutter schuld ist. In Hysterie steckt Uterus. Womöglich reagieren Frauen auf das Austrocknen der Gebärmutter mit einer Überproduktion an Tränen. Seit Jahrtausenden versiegen ihre Tränen nicht. Auf der sumerischen Tafel aus dem Louvre ist es Ningal, also auch schon eine Frau, die die zerstörte Stadt Ur und deren getöteter Einwohner beweint. Der Mann, der dem Louvre die sumerische Tafel verkauft hat, heißt Ibrahim Elias Guillaume. Es ist ein Iraker armenischer Herkunft, der später die französische Herkunft annahm und nicht so nah am Wasser gebaut war. Innerhalb von 40 Jahren, vom Ende des 19. Jahrhunderts an, hat er dem Louvre mehr als 1.000 und dem British Museum 18.000 Objekte aus dem nahen und mittleren Orient verkauft. In Frankreich wurde er für seinen Beitrag zur Anreicherung der staatlichen Sammlung und zur Vergrößerung des französischen Einflusses im Orient 1926 zum Ritter der Ehrenregion gemacht. Zelle 219 Frauengefängnis Berlin, Barnimstraße Rosa Luxemburg schreibt der Mathilde Wurm Ich fühle mich auf der ganzen Welt zu Hause, überall wo es Wolken, Vögel und menschliche Tränen gibt. Wie Mathilde Wurm stand auch Rosa Luxemburg Clara Zetkin nah, die in Frankreich vor allem für die Einführung des Frauentags bekannt ist. Im Gegensatz zu ihren beiden Freundinnen hat Rosa Luxemburg nie eine feministische Haltung vertreten. Anscheinend betrachtete sie jeden Menschen, jenseits der Geschlechterfrage, als Träger eines einmaligen Rhythmus und fühlte sich noch mit dem kleinsten Tier der kleinsten Blume durch unsichtbare Fäden verbunden. Außerhalb des Gefängnisses lebte sie allerdings so frei wie ihrer Zeit nur irgend möglich. Finanziell unabhängig, ohne Einschränkungen ihrer Sexualität, Vernunft eher aus Einwanderungsgründen und, das ist das Wichtigste, bereit die Wahrheit zu sagen, die ihrer Wahrnehmung und einer Wut, die ebenfalls Tränen in die Augen treibt. Woanders? Tränen sind eine Anklage. Kein Zweifel. Luxemburg ist stark und menschlich geblieben, gütig und klug, weder verbittert noch abgestumpft durch eine Sehnsucht, die ihr weder die Jahre im Gefängnis noch ihre Magenprobleme genommen haben. Sie wollte die Stärke des Gefühls und der Empfindungen für die Revolution bewahren. Sie weigerte sich, sie der Propaganda zu überlassen, vor allem derjenigen, die Menschen zur Akzeptanz des Krieges bewegen sollte. In Zelle 219 setzt sie ihr Herbarium fort, das am Tag vor eurem Tod mehr als 500 Exemplare umfassen wird. Sie klebt eine Coie-Lacrima-Jobie auf, eine imaginäre Hiobs-Träne sowie einen gebrochenen Jasmin und einen Dach-Pipau, eine Art Löwenzahn, humpelnd wie sie, mit rechtwinkligem Stängel. Rosa Luxemburg liebte die Naturwissenschaften und an der Universität Zürich, wo sie ihre Doktorarbeit in den Wirtschaftswissenschaften über die Industrialisierung Polens verteidigte, war sie zunächst für Zoologie, Botanik und Mineralogie eingeschrieben gewesen. Sobald ein Exemplar, männlich oder weiblich, festgeklebt ist, lässt sie es unter den im Gefängnis zugelassenen Büchern trocknen, zweifellos ein Handbuch der Botanik oder Gedichte von Goethe, deren Wissenschaftsromantik der Gefängnisdirektor zu kennen sich rühmt. Einige Tage später notiert sie die wissenschaftliche Bezeichnung der Pflanze, Familie, Herkunft, den Ort, an dem die Pflanze gefunden wurde und den Namen der Person, die ihr die Blume geschickt hat, in einem Brief mit politischen Informationen. Nährsaft des Widerstands. Eine Frau, eine Blume, eine Frau, ein Epos. Doch haben Heldinnen das Recht zu weinen? In ihrem Herbarium, das eine Art Kolumbarium für Pflanzen ist, trocknet die Revolutionärin die metaphorischen Tränen von Hiob, eines Mannes, der gegen ein Schicksal aufbegehrte, das ihm zutiefst ungerecht erschien. Revolte, Widerstand, was bringt sie hervor? In seinem Tagebuch erzählt der russische Anarchist Kropotkin die Ermordung des Zaren Alexander II. im Jahr 1881. Der Zar kehrt von einer Militärparade zurück. Eine kleine Gruppe von Revolutionären passt ihn ab, jeder ist mit einer Bombe bewaffnet. Eine erste Bombe verfehlt ihr Ziel, aber drei andere Bombenwerfer halten sich bereit. Die zweite verletzt den Zaren schwer, zerfetzt ein Bein, den Unterleib und einen Teil des Gesichts. In diesem Moment springt einer der Angreifer, dessen Bombe nicht zum Einsatz kam, wie einem Reflex gehorchend auf, den tödlich Verwundeten zu, um ihm beizustehen. Ist es denn Liebe, die den Revolutionär macht? Ist es Hass? Sind es Ideen oder ist es was Lebendiges, was den im Innersten erschüttert, der vor dem Unglücklichen steht, vor dem, der hungert, leidet, vor dem, der von einer Bombenexplosion zerfetzte Beine hat und sterben wird? Wenn das Leben von Diktatoren, seien es Khuzashu, Gaddafi oder Saddam Hussein, ein gewaltsames Ende nimmt, gibt es einen Kippmoment, in dem der verhasste Tyrann plötzlich selbst ein menschliches Wesen ist, das leidet, und mit dem sogar einer, der angetreten ist, ihn zu töten, Mitleid haben kann. Ist es also Liebe, die den Revolutionär antreibt, oder ist es Hass? Ist es in jenem Augenblick des Schreckens und der Schönheit nicht beides zugleich, untrennbar miteinander verbunden? Kasten 117 Unnachgiebigkeit der Liebe, Unnachgiebigkeit des Hasses. Wie wird man zum Krieg? Indem man ihn verkörpert, durch einen inneren Konflikt, einen intimen Schmerz, durch Verhaltensweisen, die Zwietracht säen, ein Schizophrenen werden lassen? Am 16. April 1921 wird der Kunsthistoriker Abi Warburg in die Psychiatrische Klinik Bellevue in Kreuzlingen der Schweiz eingewiesen. Die Internierung in die Abteilung von Ludwig Binswanger erfolgt nach immer heftigeren Anfällen von Wahnsinn, die seit dem Herbst 1918 um mehreren Aufenthalten in verschiedenen Anstalten in Deutschland auftreten. Die Familie, jüdische Bankiers, die seit Generationen als Mäzene von Museen, Universitäten und Krankenhäusern in Hamburg leben, beschließt, zu reagieren, als Warburg eine Waffe auf seine Frau, Mary Herz, in sich selbst richtet. Der verrückt gewordene Wissenschaftler nimmt einige Bücher und Bildermappen mit sich, jedoch nichts, was mit seiner Obsession der letzten vier Jahre zu tun hat. Dem Krieg. Der Krieg und seine Kultur, der Krieg und seine Bilder, der Krieg und seine Toten, Kriegs, Irrglaube, der Krieg und die Kirche. Unter den tausenden von Dokumenten, die Warburg zwischen 1914 und 1918 gesammelt und in den Archiven des Instituts aufbewahrt hat, das er dank der Großzügigkeit seiner Brüder errichten konnte, und das 1933 von Hamburg nach London verlegt wurde, ist das Material, das sich in Kasten 117 befindet, am erstaunlichsten. Ein Nachruf. Zettel für Zettel, mit Hilfe der Presse und seiner privaten Korrespondenz, führt Warburg Tag für Tag eine Chronik der Toten. Zettel für Zettel hinterlässt Warburg mit schwarzer Tinte ein kleines Kreuz. Zettel für Zettel notiert Warburg Namen und Datum derjenigen, deren Tod er erfährt, Personen, die ihm nahestehen oder der Öffentlichkeit angehören. Zettel für Zettel deklamiert Warburg eine Elegie, die er um meteorologische und klimatische Aufzeichnungen ergänzt, lauter Vorzeichen der Katastrophe. Elementarereignisse, Kriegsereignisse. Inmitten eines stürmischen Ozeans aus Verweisen und zahlreichen Papieren taucht der meteorologische Nachruf im Kasten 117 mit seinem kleinen schwarzen Kreuz am Bug auf. Karteikarten, die auf größere Dokumente verweisen oder mit Zitaten gefüllt sind, zwei- oder vierfach gefaltete Zeitungsartikel zum globalen Konfliktgeschehen, bleistiftgeschriebene fragmentarische Kunstwerke, Notizen zu Irrglauben und Verhaltensweisen während des Krieges, Reflektionen über Propaganda und ihren Einsatz in den Medien. Schließlich ziehe ich zufällig ein Blatt heraus, das auf die Figur des Ködes verweist, eine Johannes Garcaneus zugeschriebene astrologische Abhandlung aus dem Jahr 1568. Wird Warburg mit diesem Buch die verlorenen Bindungen zwischen dem Menschen und dem Kosmos wiederentdeckt haben? Denn bevor er dem Wahnsinn verfiel, verhärtete sich in ihm jene Vorahnung, die ihn 1896 in der mexikanischen Wüste befallen hatte, als er im Zustand der Trunkenheit die Rituale der Hopi studierte. Telegramm und Telefon zerstören den Kosmos. Während des Zweiten Weltkriegs sollte der Kosmos erneut in Anspruch genommen werden, und zwar vom Krieg mit den Blitzmädchen. Das waren die blitzschnellen Telegraphistinnen, dafür ausgebildet verschlüsselte Informationen über die Kriegslage und die gegen den Feind zu verfolgenden Strategien über große Entfernung hinweg, um mit der Geschwindigkeit elektrischer Impulse zu senden. Blitzmädel, sie sollten die Frauen sein, die blitzschnell zu Witwen wurden, denn einige Soldaten überlebten nicht einmal eine Stunde lang an der Front. Ein zum Scheitern verurteilter Kampf. Jeden Toten, jeden Namen in Erinnerung behalten wollen, niemanden in der Vergangenheit sich auflösen lassen, wenn manche Epochen die Menschen millionenfach verschlingen. Germaine Tillion, Ethnologin und Resistanzkämpferin, die nach Ravensbrück deportiert war, erinnert sich, dort erlebt zu haben, wie eine Frau, die man in den Tod führte, verzweifelt rief, «Je suis Madame Guillaume», damit wenigstens ihr Name ein paar Menschen in Erinnerung bliebe, damit nicht alles vernichtet sei. Und tatsächlich ist der Name in Germaine Tillions Gedächtnis haften geblieben und fortan vielleicht in unserem, wie ein leeres, nichtssagendes Kleidungsstück. Guillaume ist kein seltener Name in Frankreich. Wir, die wir Lageraufnahmen gesehen haben, werden uns eine abgemagerte Frau und gewissen Alters vorstellen. Alles, was wir je von ihr wissen werden, ist, dass sie diesen Namen trug und ihn dem Tod ins Angesicht geschrieben hat. Germaine Tillion gehört mit Otto Dovkulka, der lange über seine Deportation geschwiegen hat, zu den wenigen, die als Historiker in Geschehen erforscht haben, das sie selbst als Deportierte erlebt haben. Man hat Germaine Tillion eine gewisse Verblendung vorgeworfen, eine Voreingenommenheit, die den Historikern zufolge der Richtigkeit ihrer Forschung über die Lager geschadet hat. Ihre Antwort war, das Fehlen jeglicher emotionaler Beteiligung an einem Ereignis führt zu quasi vollständigem Unverständnis. Wären Ereignisse also nur denen verständlich, die sie erlebt haben? Wenn dem so ist, verfehlen die Historiker ihr Ziel. Und die übrigen, die Schriftsteller, die in Archiven stöbern und Zeugnisse ausgraben? Was ist deren Ziel? Welche Art von Wahrheit streben sie an? Ist ihnen das Dokument etwas anderes als ein vorzügliches Trampolin für ihre Fantasie? Als eine Tanzpiste? Was ist deren Ziel? Welche Art von Wahrheit präsenten sie an? Ein Dokument, ob sie etwas anderes als ein Trampolin für ihre Erinnerung für ihre Erinnerung haben? Eine Piste der Danse? Seite 125 Eine gänzlich weiße Bühne Pentameter und Hexameter betreten je von einer Seite die Bühne. Hexameter Wer bist du? Pentameter Ich bin Epos oder Pentameter das sechshüßige Tier und du, wer bist du? Hexameter Ich bin Elegos oder Hexameter das fünffüßige Tier Pentameter Weißt du, dass du aus meiner Hüfte stammst, dass man mir einen Versfuß abgerissen hat, damit du geboren werden konntest? Hexameter Es ist wahr, dass der elegische Vers aus dem heroischen Vers hervorgegangen ist, wenn wir an der ersten Zeile der Ilias die zweite Silbe des dritten Versfußes und die zweite Silbe des sechsten Versfußes streichen, erhalten wir einen Pentameter Pentameter eine Elegie mich Ist ja schön und gut all dieses Wissen, dass du in das ultrasabbernde Maul dieses alten Hundes Narziss wirfst, aber es hilft meiner Geschichte nicht weiter. Ich will mich für diesen abgerissenen Versfuß rächen. Pentameter Hey, sing nicht so laut! Es ist bloß eine philologische Vermutung, sie mag daneben liegen. Sie entstammt der Seite 125 einer Abhandlung über griechische Poesie aus dem späten 19. Jahrhundert, deren wissenschaftliche Zuverlässigkeit zweitelhaft ist. Das Buch unterstreicht die These, dass das Trauerlied Tat und Taten und Fall desjenigen erzählt, der zum Helden seines eigenen Untergangs geworden ist, was die Elegie zu einer Form zwischen dem Epigramm und dem Epos macht. Hexameter Du möchtest, dass ich meinen Achilleszorn vergesse, aber damit nimmt alles seinen Anfang. Ohne ihn hättest du im ersten Vers der Elias nichts streichen können, er hätte nicht einmal existiert. Pentameter Hör mal, willst du mich nicht lieben, statt mich abzuwehren, mich ehren, statt mich zu verfluchen? Ich entspringe deinem Rhythmus und ewig werde ich in diesem Versfuß weinen, der der erste Schritt zur lyrischen Dichtung ist. Hexameter Gewiss, paaren wir uns nach Horas Art, dass der Ausruf der Klage zu dem der Zufriedenheit werden möge. Als dann werde ich dich nicht mehr aus Hass, sondern aus Liebe töten, was heroisch aufs Gleiche hinausläuft. Pentameter Hüte dich, Epos, du vergisst, dass die ersten Elegien aus ungleich langen, gepaarten Versen entstanden sind, obwohl die Grammatiker nicht aufgehört haben, sich um den Namen des Erfinders zu streiten. Dir zufolge bringen Formen andere Formen hervor, keine Menschen. Wörter erzeugten demnach andere Wörter, Bilder, andere Bilder, ohne ursächliche Erfindung. Das würde bedeuten, dass wir ursprungslos sind und dass das Urheberrecht die Hochstapelei einer Gesellschaft ist, die weniger über die Macht der Nachäumung als über privates Eigentum weiß. Anders gesagt, hat dieser abgerissene Versfuß wirklich dir gehört? Nicht mehr, als er mir gehört, liebes Epos. Aber er macht dich zum Helden der Erzählung unserer zukünftigen lyrischen Formen, zum Helden, der betrauert werden muss. Hexameter Elegos Seite 125 ändert und der Krieg nähert sich in den Fußnoten. Wir müssen uns darauf vorbereiten, uns totzustellen. Hexameter und Pentameter gehen auf einer Seite von der Bühne ab. Poesie und Dokument treten von der anderen Seite auf. Poesie Dokument, aber wo sind wir? In welches neue, lehrhafte Land hast du mich wieder gebracht? Dokument Ich habe mich bloß an die Gebrauchsanweisung gehalten. Ich begnüge mich mit den Fakten. Manchmal bin ich ein Zeuge. Poesie Ach, Zeuge, was hast du mit deinen Augen gemacht? Deinetwegen haben wir uns zwischen dem Lied und der Erzählung dessen, was war, verirrt. Aber ich werde keine Gedichte schreiben, Geschichte schreiben, nur eine Elegie. Dokument Wisse, bevor wir beginnen, dass das Wort Elegie im Griechischen nicht die eingeschränkte Bedeutung hatte, die wir ihm geben. Es galt für alle Versstücke, egal welchen Themas und Umfangs, in denen sich Pentameter und Hexameter abwechseln. Der Eigenname des Pentameters war Elegos, der des Hexameters Epos. Was dich betrifft, Poesie, möchte ich dich daran erinnern, dass du Poeio warst, nicht mehr und nicht weniger als ein Hervorbringen, ebenso sehr eine Sache des Geistes wie der Hand. Denn deine Prosodie lässt sich zwischen Daumen und Zeigefinger ablesen, eine endlose, gespannte Linie auf der Innenseite der Hand, die Kosmos und Mensch im Kleinen miteinander verbindet. Poesie? Dokument siehst du nicht, dass die Ränder von Seite 125 voll sind und dass sich ein gewaltiger Aufstand anbahnt? Es ist der Krieg. Komm, wir müssen los, uns totstellen. Belgisch-Kongo. Ja, das ist Frank auf dem letzten Bild. Wir haben jetzt also nach und nach unsere Korrespondenz gelesen und es wird ja klar. Und vielleicht ist uns etwas klar geworden, was wir vielleicht gleich zu Anfang hätten sagen sollen. Nämlich, dass der Grund, warum wir, glaube ich, zusammen eingeladen wurden, ist, weil wir sozusagen, weil Muriel ein Buch geschrieben hat, dokumentarische Elegie, ist Dokumentar-Elegie, Elegie ist auch übersetzt worden bei Wallstein, beim Verlag Wallstein und ich habe geschrieben Annette, ein Helden-Epros. Und das ist ja auch in gewisser Weise dokumentarisch. Über das Leben einer Frau, die nicht nur gelebt hat, sondern die immer noch am Leben ist. Und das ist unsere Beziehung. Das heißt, die Beziehung zwischen Dichtung und Dokumentar-Dichtung und Wahrheit, Poesie und Dokumentation und der Realität. Also Zeugnisse, Archivdokumente, alles, was mit der Arbeit des Historikers zu tun hat und hier Verwendung fand, also wo es um Nachforschungen geht, um ein Dokumentar-Dichtung zu tun hat. Ja, es gab auch eine Frage, was macht ein Dokument mit der Poesie und was macht die Poesie mit den Spuren, mit den Erinnerungen und mit der Art und Weise zu denken? Das betrifft auch die Frage der Erinnerung und des Gedenkens, also diese Gedenkkultur und welche Rolle spielt bei all diesem die Poesie, die Dichtung oder Literatur im weiteren Sinne bei der Gedenkkultur. Und das war auch eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ich persönlich, das Gedenken ist eine Art Trauer, eine Trauer-Dauer, die mit der Bevölkerung zu tun hat. Das heißt, man sagt, dein Vater ist gestorben, du hast jetzt drei Tage Trauerzeit und dann ist das vorbei. Das heißt, es ist also begrenzt und dann ist aber der Vater als Phantom nach wie vor präsent, als Geist, als Gespenst und kann also diese Dauer des Gedenkens genügt nicht und Literatur ist genau dazu da, um zu zeigen, dass Trauer etwas ist, das mit Gefühlen zu tun hat. Alexander Kluge hat uns ja hier heute zu seinem Festival eingeladen und das ist also wirklich etwas Erratisches und das kann man nicht in einer Dauer festlegen, begrenzen. Ja, und in deinen Büchern ging es ja auch um dieses Gedenken und um das Gedenken, wie es politisch sozusagen platziert wird. Denken wir zum Beispiel und das Thema Widerstand in Frankreich, La Résistance, dass jemand, der aus Deutschland über die französische Résistance spricht, das ist schon etwas, das war ja in deinem Buch der Fall, Anne. Meinst du, dass es hier eine Legitimität gibt oder dass es nicht legitim ist? Also auf jeden Fall wirft das Fragen auf, dass sich jemand aus Deutschland über die französische Résistance äußert. Also es ist ja so, dass es immer einen bestimmten Blick gibt, den Blick eines Zeugen, also Zeuge im Sinne von es selbst erlebt gehabt zu haben oder wie zum Beispiel Germain Tillon oder der Historiker, der sozusagen die Vergangenheit erforscht und es gibt aber trotzdem immer eine Distanz. Also ich schaue von meinem Standpunkt aus, der sozusagen der Standpunkt einer Deutschen ist, wenn sie auch lange in Frankreich lebt. Und Germain Tillon, der Satz, den ich in meinem Text verwendet habe, den habe ich zufällig gehört, in einer Dokumentar, in einem Dokumentarfilm über sie. Und das war zu dem Zeitpunkt, als wir in Korrespondenz waren und der hat mich geprägt. Und das heißt, der Satz, dass wenn man sozusagen affektiv überhaupt nicht beteiligt ist an einem Ereignis, dass man dann auch nicht sozusagen die Dinge verstehen kann und analysieren kann. Und das ist ja das Problem bei dem Gedenken. Wir sind ja nicht affektiv beteiligt im Sinne von selbst betroffen sein oder dass man jemanden in seinem unmittelbaren Umfeld hat, der davon betroffen ist, der es erlebt hat, der dieses Ereignis erlebt hat oder dadurch geprägt ist. Gedenken im politischen Sinne ist ja ein Akt, wo politische Verantwortliche sich einem kollektiven Prozess hingeben. Und wenn es stimmt, was Germain Dillon sagt, dann ist das irgendwann nicht mehr möglich oder funktioniert das irgendwann nicht mehr, weil die affektive Beteiligung nicht mehr da ist und die Anteilnahme. Wir diskutieren jetzt hier auf der Bühne. Das haben wir uns jetzt so überlegt, weil wir keine Moderation haben. Also ich möchte mehrere Dinge sagen. Also ein Wissenschaftler, der sozusagen versucht, auf neutrale Art und Weise das Affektive zu betrachten, das ist ja auch seine Pflicht als Historiker. Und alles, was affektiv dort als affektiv erscheint, das ist das, was der Schriftsteller nehmen kann, aufgreifen kann und verarbeiten kann und mit Gefühlen verbinden kann. Also wir sind also in einem Haus, wir sind ja auch hier im Literaturhaus Berlin und mit Alexander Kluge, der ja als Person und Autor wirklich wunderbar gezeigt hat, was eine Gesellschaft ausmacht und dass es Träume gibt und Gefühle und dass man auch in gewisser Weise gelenkt wird beim Denken, beim Fühlen, beim Schreiben. Und nehmen wir eine Versammlung, wo ein Budget diskutiert wird, da sind ja bestimmte Dinge schon vorbestimmt. Und alles, was das Thema Gedenken, Gedächtnis, Identität betrifft, das sind ja schwierige Themen. Das sind grundsätzliche Themen und hier hat Literatur eine Verantwortung. Also nicht jetzt über einen engagierten Diskurs von politischen Aktivisten. Politischen Aktivismus ist sozusagen ein anderes Feld. Bei der Literatur geht es um Formen. das heißt über die Formen Widerstand leisten. Und nun könntest du mir sagen, ja, gut, du arbeitest ja nicht mit dem Gefühl. Du hast ja immer sozusagen die Pistole an der Schläfe von der Illige und es geht hier auch manchmal darum, etwas voranzuhen. Treiben vor sich her zu treiben und gerade Fußnoten sind ja auch oft Dinge, wo ganz unglaubliche Dinge sich verstecken oder Informationen über den Autor sozusagen zutage treten. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Antwort auf deinen Kommentar, aber wir können ja jetzt hier weiter im Dialog bleiben. Ich bleibe noch mal bei Germaine Tijon, weil das beschäftigt mich wirklich. Du sagst, der Historiker muss sozusagen das Affektive neutralisieren, aber sie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt ja das Gegenteil. Sie sagt ja, dass im Prinzip nur, dass der Historiker, der selbst davon betroffen war, kann einen Zugang zu einer gewissen Art von Wahrheit finden. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man so über wissenschaftliche Arbeitsmethoden immer sagt und über die Arbeit von Historikern. Sie hat das so empfunden und sehr intensiv so empfunden. Sie hat die Unmöglichkeit gesehen, für den neutralen Historiker Zugang zu haben zu bestimmten Ereignissen, weil natürlich hat sie ihre spezielle eigene Biografie, ihre eigene Geschichte. Aber die anderen, da sieht sie immer etwas, bei den anderen sieht sie immer etwas, das fehlt und das ihnen dann den Zugang zu etwas verwehrt. Und ein Dichter, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin, Dichterin kann eben vielleicht nicht, indem man es direkt selbst unmittelbar erlebt hat, aber doch indem man sich große Mühe gibt und einen sich sozusagen in die Situation rein zu versetzen, sich an die Stelle in den Geist einer anderen Person zu versetzen, kann sich diesem Ideal am ersten nähern. Ein Archivdokument im ersten Text, war das ja kurz angesprochen worden, in dunklen Räumen, in Schachteln, in Schubladen, warten einfach darauf, dass eine Träne auf ihr Papier fällt, um wieder aufzuerstehen, wie diese Wüstenblumen, die letzten Endes dann nach vielen Jahren Trockenheit doch wieder irgendwann blühen, wenn es Regen gibt, wenn es Wasser gibt. Das ist also eine Frage von Feuchtigkeit und Trockenheit. Das heißt, diese Wissenschaftlichkeit und das Affektive, das ist das, was bei mir gerade so durch den Kopf geht. Ann und Annette. Im Namen gibt es bereits eine Parallele. Ich hätte jetzt eher an etwas gedacht, das in Richtung Magisch, es geht an Besitz. Literatur kann sozusagen Magie hervorbringen. Literatur kann es noch, die ohne Literatur nicht mehr existieren würde. Anne Annette, da gibt es ja auch eine Beziehung. Du hast ja mit ihr auch an dem Buch gearbeitet, oder? das sind ja auch sozusagen Zeitzeugnisse und sie ist ja auch als Zeitzeugin und sie lebt ja noch. Anne Beaumanoir, also Annette, meine Heldin sozusagen, die musste ich nicht wieder auferstehen lassen. Die ist lebendig und sie lebt. das wirft andere Fragen auf. Ich hatte mir die Frage des Grubels gestellt. Also hier ist jemand, sitzt mir gegenüber und vertraut mir sein Leben an. Werde ich bestimmte Regeln einhalten? Werde ich alles einfach so aufgreifen? Werde ich Skrupel haben? Die Frage des Skrupels habe ich mir gestellt. Man kann diese Skrupel haben. Ich hatte sie mit dieser lebendigen Zeitzeugin, aber man kann sie auch im Zusammenhang mit Archiven haben. Denn Archiven sind ja in gewisser Weise Gräber von Personen, die irgendwann gelebt haben. Das heißt, wenn man schreibt, muss man sich, glaube ich, fragen, ob man das Recht hat, sich dieser Geschichten zu bedienen, zu seinen eigenen literarischen Zwecken. Das habe ich auch irgendwann mal aufgeschrieben. Das Dokument aus dem Archiv, ist es nicht vielleicht ein Trampolin für eine Art Vorstellungskraft und das auch eine gewisse Leichtigkeit oder dass es etwas leichter macht. Das heißt, der Autor hat sozusagen konkrete Personen, konkrete Geschichten, auf die er sich stützt, um sein eigenes Werk zu verfassen und andere müssen sich alles ausdenken. Und ich habe festgestellt, dass man, wenn man auf Dokumente oder auf Archive zurückgreift, auf die Realität, dass dann die Sache literarisch zu verarbeiten etwas leichter fällt. Es ist eine Art Übersetzung und es ist etwas anderes, als wenn man ein Buch aus dem Nichts schreibt. Also wenn man ein Buch schreibt, einen Roman, ohne dass man ein Dokument hat, dann hat man wirklich das weiße leere Blatt vor sich und dann ist die Lehre da, die man füllen muss. Dann muss man irgendwie anfangen mit dem, was einem so einfällt, mit dem, was der eigene Geist so hergibt. Aber wenn man jemanden beschreibt oder wenn man über Ereignisse schreibt, die tatsächlich stattgefunden haben, wo man sich auch mit Daten und Dokumenten behelfen kann, dann ist das eher eine Art Übersetzung. Man interpretiert diese Dokumente. Das heißt, man fängt nicht mit nichts an. Man hat nicht das weiße leere Blatt. Und diese Art von Schreiben fasziniert mich und zieht mich an, denn es scheint leichter zu fallen. Aber ich sehe mich gleichzeitig mit diesen Skrupeln konfrontiert, von denen ich sprach, also diese Art schlechtes Gewissen, das ich habe. ich verstehe, was du mit deinen Skrupeln meinst. Aber wenn man zum Beispiel eine Tür reparieren muss, wenn ein Stück Holz fehlt, dann nimmt man ein Stück Holz und versucht das dann so lange zu bearbeiten, bis in die Lücke passt. und wenn man Material benutzt, sollte man es sozusagen in der ursprünglichen Form besser belassen und es dann sozusagen von Null an bearbeiten. Auch wenn man ohne Dokumente und Archive arbeitet, fängt man mit nichts an. Die Vorstellungskraft, die Fantasie ist ja auch etwas, aus dem man schöpft, vielleicht bin ich zu rational dafür, aber ich glaube, dass die Vorstellungskraft ist auch eine Art Arbeit, die sich sukzessive vollzieht. Nehmen wir zum Beispiel Baudelaire, diese Analogien mit den Metaphoren und wo man sozusagen etwas aufgreift und über seine Vorstellungskraft verändert und in etwas Neues transportiert und dann hat es vielleicht auch irgendwann mit etwas zu tun, das man mal erlebt hat. Also es gibt auf irgendeine Art und Weise etwas, was bereits vorher existiert hat, schon. Also dieses Dokumentarische einzufordern oder das Infralyrische, was sich also von der Realität unterscheidet und auch von der Literatur, ist für mich auch eine Art Materialismus, ist ein politisches Engagement. Ich möchte, dass meine Poesie von etwas Tatsächlichem spricht und vielleicht auch Antworten gibt. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch zu Prora gearbeitet, das war eine Art Antwort auf die Frage zum Thema Massentourismus, die ich versucht habe zu geben, das ist ja etwas Katastrophales. Also es ist auch für mich eine Art Engagement. Und es ist also im Gegenteil für mich eher eine zusätzliche Schwierigkeit, das heißt, mit etwas bereits Vorgefertigten zu arbeiten und ausgehen von etwas, das schon da ist, etwas zu machen, ist fast noch schwerer, denn ich muss das, was ich mir dann so überlege, spontan immer wieder hinterfragen. also ich habe da eine ganz andere Haltung als du. Ich wusste, dass du so etwas sagen würdest. Ja, natürlich, natürlich, man fängt nie mit nichts an. Ich habe mir diesen Satz auch schon gesagt und trotzdem bleibe ich in meiner Analogie mit der Übersetzung. Wenn Übersetzer völlig zu Recht auch mehr Anerkennung fordern, denn es ist ja ein kreaktiver Prozess, dann ist das ja auch etwas, was von einem Original ausgeht, denn man kann ja nicht ohne Original etwas übersetzen. Und das ist sozusagen das Schreiben, das ist ein Unterschied. Also es ist schwieriger, etwas zu schreiben, egal ob man mit nichts beginnt oder sich auf etwas stützt oder ein geschriebenes Werkbuch übersetzt. Natürlich, man hat ja immer etwas im Hinterkopf und überlegt sich etwas. Aber manchmal ist das fast schwieriger, als von null anfängt, aber eigentlich fängt man ja nie von null an. mit nichts beginnen im Sinne von mit einem konkreten Material beginnen. Es gibt etwas, was mich bei dem homophonischen Übersetzung interessiert mich. Es gibt also die Objektivisten der Vereinigten Staaten, die diese Methode praktizieren und verwenden und das interessiert mich. Das heißt, es wird eine Form gefunden, die es vorher nicht gab und die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das heißt, das Produkt, die Übersetzung hat dann mit der Realität nichts mehr zu tun. Aber es ist doch auch etwas, das von einem konkreten Objekt ausgeht. Das ist jetzt etwas vage. Ja. Natürlich, jedes Werk geht von einer Art, die Welt zu lesen, zu betrachten aus. Ja, es ist etwas sehr breit gefasst. Erklär mir, warum du glaubst, dass du Recht hast. Wir müssen uns ja nicht einig sein. Aber wir haben sehr unterschiedliche Ausgangspunkte. Aber letzten Endes haben wir Berührungspunkte und das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier gemeinsam hier sind. Also für Anette ein Held in Epos, da hast du die Entscheidung getroffen, von einer biografischen Realität auszugehen. Aber das ist nicht systematisch bei dir. Ja, aber kannst du mir ein Werk nennen, das mit nichts angefangen hat, selbst Beckett? Wenn ich sage mit nichts oder von nichts ausgehend, dann meine ich Quellen oder Texte oder Ereignisse, konkrete Ereignisse, die es tatsächlich gegeben hat. Das meine ich mit irgendetwas, das tatsächlich war, Spuren, Ereignisse. Aristoteles sagt, ja, jetzt wo du das sagst, fällt mir das wieder ein, dass der Historiker mit dem arbeitet, was war und der Dichter arbeitet oder schreibt das, was sein könnte oder was gewesen hätte sein können. Wenn wir die Sache jetzt so betrachten und wenn wir die Zeitlichkeiten vermischen, dann gibt es diesen Unterschied. Sehr klassisch, also der Historiker spricht von dem, was war und der Schriftsteller von dem, was sein könnte und ich für meinen Teil, ich versuche auf jeden Fall meinen Geist öffnen. Ich versuche darüber zu schreiben, was hätte gewesen sein können, wobei ich versuche, eine gewisse Treue hinsichtlich der Form des Objektes, das ich beschreibe, beizubehalten versuche. Das ist mein Ansatz. Das ist das, was ich sagen kann. Dann muss ich jetzt noch etwas länger darüber nachdenken, ob Literatur aus dem Nichts entstehen kann. Ich denke, dass ich jetzt abschließend für mich noch sagen möchte, dass meine Bücher natürlich von der Vergangenheit sprechen, aber gleichzeitig sprechen sie nicht von dem, was war, sondern sie sprechen eher von meinem Weg, von meiner Annäherung an das, was war. Das heißt, natürlich etwas ist passiert, aber weder ich noch ein Historiker können es ganz genau wissen, denn das, was passiert ist, was geschehen ist in der Vergangenheit, ist abgeschlossen. Niemand kann mehr darüber ganz sicher sagen, wie es war. Und ich versuche mich dieser Vergangenheit, so wie sie war, zu nähern und beschreibe den Weg dahin. Hast du auch noch ein Schlusswort? Gut, ja, dann danke ich Ihnen dem Publikum, dass Sie uns zugehört haben. Vielleicht möchten Sie noch etwas sagen oder Fragen? Alle sind hier völlig sprachlos. Sprachlos. So viele Fragen wurden gestellt. Gut, dann herzlichen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...... 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 ......... ...... ......... ...... 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 ......... Dass es mich dann nicht mehr gibt, finde ich ziemlich schade. Aber vielleicht gibt es noch irgendwann Tabletten. Meister Weibel, Sie konnten das auch sehen. Ja, ja, das konnte ich gut sehen. Und das ist jetzt mal das Schöne und der Krieg. Das passt nicht zusammen. Das Schöne gibt es nicht. Und deswegen hat er sozusagen das hier vor seinem Fernrohr. Ich würde gerne jetzt von Jeanne noch einmal, und dann haben wir genügend Vorräte und dann können wir weitergehen. Können wir einmal den dritten Film vorführen? Und zwar, das ist der Film mit dem Jean Jeanne. Nein, Benjamin, fahren Sie bitte ab. Seit Homer, seit der Iliad. Jusqu'au 6. August 1945. Bis zum 6. August 1945. Au moment, au Enola Gay ouvre sa Soutabombe au-dessus d'Hiroshima. Als die, das Kriegsflugzeug seine, seine Bombe über Hiroshima abwirft. Und da höre ich auf. Ich höre also vor dem Atomzeitalter auf. Ich höre also vor dem Atomzeitalter auf. 45 höre ich auf, weil mein Großvater 45 gestorben ist. Das ist also die Militärmarke meines Großvaters. Der mit 32 gestorben ist. 1945. Und ich habe mir immer gewünscht, einen Großvater zu haben, der mir die Kriege erzählen würde. Und den habe ich einfach nicht gekannt, der mir die Kriege hätte erzählen sollen. Und deswegen muss ich mich jetzt alleine durchschlagen. Um mir die Geschichte aller Kriege zu erzählen. Boom, 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 boom. On n'avait pas le temps d'avoir peur, ni d'écouter les wham, assourdis, les projectiles qui passaient au-dessus de notre tête. Une sèche détonation, trop court, bam, encore trop court, boom. Une nouvelle masse de fumée recouvre la première et nous asphyxie. Ces fumées et, chose étrange à dire, les détonations qui les accompagnaient constituent la principale beauté du spectacle. Pouf, soudain, apparaissait une fumée ronde, compacte, chatoyante, de mauve, de gris et d'un blanc laiteux. Et boom, c'était une seconde après le son qu'annonçait cette fumée. Pouf, pouf, de fumée montaient, se bousculant et se confondant. Et boom, 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 les bruits venaient confirmer ce que voyaient les yeux. La dévastation qu'à peine, des collègues de l'Occurie. Et c'est la dévastation qu'à peine, des collègues de l'Occurie. La dévastation qu'à peine, des collègues de l'Occurie. La dévastation qu'à peine, des collègues de l'Occurie. Eine andere Zugeschichte. Während der Schlacht um Madrid, während des Spanienkrieges, wurden Vögel getötet, die in ihren Käfigen waren, weil sie es gelernt hatten, die Geräusche der Kugeln nachzuahmen. Und das machte die Soldaten sehr nervös. Das andere Beispiel ist das Schicksal von Vassili Grossmann. Er sagt, in den Schützengräben um Stalingrad waren die Soldaten beunruhigt durch Kugelgeräusche, deren Ursprung sie nicht kannten. Auch das war eine Vögelpopulation, die die Kriegsgeräusche nachahmte. Ich habe mich von diesen realen Geschichten anregen lassen, um diesen Text zu schreiben. Die modernen Zeiten wären Zeiten, in denen die Tiere anfangen, die kriegsführenden Menschen nachzuahmen. Und ich erinnere mich, dass in der Iliad die griechischen Phalanzen und das Geräusch der Waffen verglichen werden mit den Geräuschen der Vögel, der Störche und anderer Vögel. Denn Vögel sind eine Vielfalt, es ist ein Zwitschern. Und dann kehrten sich die Dinge um. Heute sind es die Vögel, die die Menschen, die kriegsführenden Menschen nachahmen. Wir sind für das Tierreich zu Metaphern geworden. Während man in der Tierwelt sich unser bediente, um Metaphern zu bilden. Bei den Bienen ist das noch komplizierter. Man sagt, dass man aus dem Geräusch der Bienen, des Geräusch der Bomben und das Tack-Tack-Tack der Maschinengewehre geschaffen hat. Es gibt 1914 eine Schlacht. Man stellt sich den Ersten Weltkrieg auf der europäischen Szene vor. Aber es fanden auch Kämpfe in den Kolonien statt. Und der erste Zusammenprall in Afrika zwischen Armen, deutschen Armen und englischen Armen hieß die Schlacht von Tanga. Mit dem Spitznamen, die Schlacht der Bienen. Weil Bienenschwärmen sich unter die Soldaten mischten. Als wären sie gekommen, um das Geräuschband, das Tonband des Krieges zu bilden. Um die Geräusche des modernen Krieges zu produzieren. Ja, die Kriegsgeschichten sind auch wesentlich Tiergeschichten. Als ich dir zuhörte, sagte ich, man kann die europäischen Kriege mit drei Vögeln erzählen. Mit dem Adler, mit dem Hahn und der Taube. Und der Kappeladler. Und der Lägler-Dutett. Und der Lägler-Dutett. Herr Survival, Sie haben ja über Krieg geschrieben. Ja. Ich kann Sie gut verstehen. Und die Gemeinde hier auch, Sie sehen ja nicht, hier sind eine große Menge von Leuten. Ich sehe, das sei das gut. Und jetzt ist es so, ich habe nicht gedacht, ich habe diesen Film ja noch nie gesehen in Gegenwart einer Frau. Und für mich ist es sehr interessant zu sehen. Denn die Tradition, das Narrativ über den Krieg ist uns, die wir mit Zinnsoldaten gespielt haben in unserer Kinderzeit, etwas anderes als möglicherweise bei Ihnen, Frau Pick. Obwohl sozusagen die Kriege mit ihrem Schlag, wenn man im Keller sitzt mit seinen Kindern, wenn man am Krieg stirbt oder wenn das, was man liebt, der Sohn oder der Mann im Krieg stirbt, dann greift der Krieg ja nach den Frauen genauso. Das ist ja eine Illusion, dass das Männersache wäre. Aber trotzdem ist es eigenartig, den Worten zuzuhören über Krieg, dem Narrativkrieg zuzuhören, im Gegenwart einer kritischen Frau. Also, bonjour, bonjour à tous. Ich werde nicht Deutsch sprechen. Ich habe das noch nie in der Öffentlichkeit getan, auch wenn ich es verstehe. Ich habe natürlich einen Bezug zur deutschen Sprache, aber werde jetzt Französisch sprechen. Ja, ich freue mich, dass Sie, Alexander Kluge, diese Bemerkung gemacht haben. Denn beim Anschauen des Filmes habe ich an ein Buch von Virginia Woolf gedacht. Drei Ginier. Also, sie muss eine Frage beantworten, die ein Mann gestellt hat in diesem Buch. Ein Journalist, glaube ich. Und sie ist dann schon doch recht fortgeschritten in ihrer Karriere. Und er fragt sie, ihrer Meinung nach, wie ist das? Wäre es möglich gewesen? Oder wie ist es möglich, den Krieg zu vermeiden? Und sie antwortet, wissen Sie, es ist schwierig, diese Frage zu diskutieren, denn ich bin eine Frau und ich mache keinen Krieg. Wir müssen zusammen diese Kriegsbilder anschauen und dann können wir vielleicht gemeinsam über die Emotionen sprechen und gemeinsam können wir dann vielleicht das Gefühl entwickeln, dass der Krieg sinnlos ist. Also sie wirft die Frage zurück und fragt, wie schauen wir den Krieg an? Wie schauen wir uns die Kriegsopfer an? Und das ist der Ausgangspunkt. Später dann, der von Susan Sonntag aufgegriffen wird, für ein Buch. Ich glaube, das ist eine sehr aktuelle Frage. Ja, es ist schwer. Wir müssen sozusagen Notausgänge finden aus diesen Bildern. Und gleichzeitig müssen wir der Realität begegnen. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus, ohne herauszugehen? Also wie den Ausweg finden? Natürlich muss man sagen, dass dank der Existenz Europas auch eine Kooperation möglich ist und dass wir keinen physischen Krieg auf europäischem Territorium haben. Aber natürlich, der Krieg ist ein Chameleon. Und er ist... Und Klausewitz sagte das ja in seinem Diskurs über den Krieg. Und jetzt? Eins geht's gut, genau. Ich denke, dass wir auch anerkennen müssen, dass wir Hoffnung brauchen und Energie, um uns dieser Frage zu stellen. Also, ich möchte noch hinzufügen, dass sozusagen, wie konnte man Napoleon verhindern? Das wäre eine Frage gewesen. Aber es gab ein Problem. Er hatte eine Grün-Rot-Blindheit. Das heißt, die Schlachtfelder voller Blut waren für ihn grüne Wiesen. Ich weiß gar nicht, ob es W.G. Sebald war, der diese Anekdote berichtet hat. Er hat sozusagen ein wunderbares Buch herausgegeben, das wir auch ins Französische übersetzt haben. Über Luftkrieg, über die Bombardierung, über die exzessive Bombardierung deutscher Städte. Und Alexander Kluge hat ja auch davon berichtet. So bin ich übrigens zu Ihnen, Alexander Kluge, gekommen. Ich habe bei Ihnen eine Art und Weise gefunden, uns den Krieg nahezubringen, die mir geholfen hat, daraus zu kommen, ohne davon wegzugehen. Ich habe auch heute Abend diese Einladung hier angenommen und improvisiere, weil ich in letzter Zeit die Dokumente, deutsche Dokumente durcharbeite von Abi Wabuk. Und ich habe sozusagen einen Karton mit Karteikarten, mit Blättern, mit Zetteln aus dem Ersten Weltkrieg, über den Weltkrieg. Warburg hatte ja eine Obsession für den Ersten Weltkrieg. Er ist darüber verrückt geworden, krank geworden. 1918 war er dann schizophren. Und auf diesen Zetteln hat er immer ein schwarzes Kreuz gemacht mit dem Namen der Person, die an diesem Tag gestorben wurde. Das heißt, unablässig hat er insgesamt etwa 300 Zettel ausgefüllt. Ich glaube, dass auch Literatur eine Verantwortung hat, zu übernehmen hat, in dieser Art Obsession. Also Literatur im Sinne von Kunstform, Literatur als Kunst im weitesten Sinne. Im Falle von Warburg hat er den Notausgang nicht gefunden. Es fand ein fatales Ende. Seine Beschäftigung mit dem Thema. Ja, ich hätte noch mehr zu sagen, aber vielleicht hören wir erst mal Herrn Weibel. und gehen dann auf ihr Stichwort Notausgang. Und das Wort Notausgang bezieht sich auf mehr als Krieg. Wir müssen auch nicht jetzt unbedingt beim Krieg bleiben. Mir liegt nur daran, dass diese merkwürdige Form des Ernstfalls, diese merkwürdige Form, den Zufall, sich mit Zufällen zu verbinden, um einen gedachten Gegner zu überwältigen. Und der Krieg ist nichts beherrschbares. Es ist sozusagen, Menschen führen sich aus als Dompteure des Zufalls und der gehorcht nicht. Das ist Krieg. Und diese Dinge sind nicht lösbar für uns heute Abend, aber sie müssen im Raum stehen, während wir über anderes diskutieren und nachdenken. Wenn ich vielleicht den Vorschlag mache, ich ziehe noch mal einen weiteren Film vor, damit wir das Thema etwas anders einengen und das zweite Thema dieses Abends damit verbinden, das ist Kenntnis der Notausgänge ist der Anfang der Philosophie. und dazu würde ich gerne aufrufen den Film Schiffskatastrophen und Meeresdramen. Das ist nicht Krieg, das ist jetzt was anderes. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, Auseinandersetzung mit der Natur, mit den Gefahren, mit den Zufallsmassen, mit Bedrohung. ist und da ist die Frage der Auswege etwas Elementares. Ich bitte um Abfahrt mit dem Zufallsmassen. Jetzt kommt der Sturm, das Meer arbeitet, als ob es Metall führt. Zwei Mann an die Ruder, Position schaffen, setzen! Alle Mann sind mal! Wir sind schon! Ich rinke! Sie retten mich! Was ist denn los? Lass los! Mein Gott, erbarme ich unsere Kinder! Lass los! Lass du los! Ich schlag zu! Ich schlage zurück! Das Brett trägt nur einen! Lass los! Habt mich klein! Ich hab Kinder zuhause! Mein Leben ist mehr wert als dein! Lass los! Mach mal! Geh unter! Lass los! Ich hab das schlagen! Hoffme, bleib mit mir! Ich geh runter! Ich geh runter! Lass los! 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 Sitz' ein Mann ab des Totenmannskiste, ho, ho, und die Bodelhoch-Ullerie. Schnaps, schnaps, schnets, auf der Höllenfahrtsliste, ho, ho, und die Bodelhoch-Ullerie. Rling, 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 rling. Ach, das Mann ab des Totenmannskiste, ho, ho, und die Bodelhoch-Ullerie. Schnaps, schnaps, schnets, auf der Höllenfahrtsliste, ho, ho, und die Bodelhoch-Ullerie. Rung, 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 rung. Das ist ja eine klassische Situation, 1912, der Untergang der Titanic. Und 100 Jahre später haben wir die Schiffskatastrophe der Costa Concordia. Ein eitler italienischer Kapitän, ein Muttersöhnchen, der bringt das Schiff zum Scheitern durch eine Paradefahrt an der Sandbank einer Insel entlang. Wiederum keine Rettungsboote oder zu wenig. Es ist also nicht viel gelernt worden an der Frage. Und hier gibt es eine Geschichte, und die würde ich gerne, Herr Weibel, wenn Sie einmal die Geschichte, die ist Ihnen zugeschickt worden, der zweite Geiger von links im Salon der Titanic. Wenn wir die einmal zu dritt lesen. Während Sie suchen, oder wir lesen Sie. Wir lesen Sie, ja, dann fangen Sie doch einmal an. Ich fange an und Sie fahren fort. Ich sehe den Notausgang, ja. Der zweite Geiger von links im Salon der Titanic. Wir sprechen vom zweiten Geiger von links. Ja. Er gehört zur Unterhaltungstruppe im großen Salon. Befreundet mit dem Klavierspieler, dem Trompeter und dem Akkordeonspieler. Sie repetieren trotz dramatischer Lage des Schiffes die gewohnten Stücke aus den Operetten und Schlagerpotpourris, die Sie aus Southampton mit sich führen. Sie lesen auf Deutsch. Sie lesen auf Deutsch. Nichts aber bleibt in den Stunden der Schiffskatastrophe gewohnt eismäßig. Nichts funktioniert. Die Seelenkräfte sind außer Trott. So wie die Naturkräfte, die Kälte draußen, das im Schiffsleib verarbeitete, heisen. Die Natur ist seit Stunden außer Kontroll. Nichts von den Tatsachen fragt nach dem Kapitän. Der musikalische Robinson im Orchester des Dampfers, eben der zweite Geiger, schlug vor, das gewohnte Programm durch Lamenti Trauerlieder zu ergänzen. Noten dafür waren nicht da. Aber man könnte, meinte er, aus dem Gedächtnisspielen sich aus der Kinderzeit an traurige Lieder erinnern. Nun aber wollte es die Variationsbreite der Menschheitsgeschichte, dass sich im sinkenden Schiff seit der zweiten Nachtstunde von den Ozeanwellen überspült eine Sauerstoffblase gebildet hatte, die auch den Salon umfasste. Immer noch spielte die Bordkapelle diszipliniert im Salon. Um sie herum stoische Charaktere, die noch in dieser Not beweisen wollten, dass sie kühn und eventuell auch voll Gottvertrauen auszuharren verstünden. Noch verfügten sie über Atemluft. Das war die neue Insel Robinsons, unter den Bedingungen der ozeandurchquerenden Moderne. Einen Ingenieur im Salon hatten die Melodien des zweiten Geigers eine traurige Weise angerührt. Ohne ihn lernte er aus Grundsatz ab, um zu verzweifeln. Er forderte die Anwesenden im Salon auf, die Paneele und Holzverkleidungen des Raumes und auch der erreichbaren Stegen in die Tiefe des Schiffsleibs, alles Holz aus bestem Material finnischer Wälder, abzutackeln und darauf Flüsse zu zimmern. Die Öffnung bestand darin, erläuterte der Ingenieur, dass die Schwimmer rasch genug zur Atemluft aufsteigen und es dann über Wasser so lange aushalten müssten, bis das langsame, emporstrebende Arbeitsholz, die imaginäre Insel aus Salonmaterial, zur Meeresoberfläche empor käme und dort bestiegen werden könnte. Wir haben also zu Ornamenten verarbeitetes Holz, Robur, Rohstoff aus finnischen Wäldern und dieses wertvolle Furniture-Holz, teuer, wird, das entspricht der Kunst, wird zu robusten Zwecken umfunktioniert, wird ein Floß. Mir scheint das zum Beispiel eine interessante Frage, das finden Sie von Auswegen zu sein. Herr Kluge, ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen, den einen, den Sie erwähnt haben und einen, den Herr Chourney erwähnt hat. Nämlich, Sie sprachen bei dem Film der Helge Schneider von der Schöne und der Krieg. Und das ist genau das Problem, das Sie angesprochen haben. Es gibt den Krieg und das Narrativ über den Krieg. Und hier hat Kant schon vor langer Zeit die entscheidende Frage gestellt. Er hat nämlich Unterschieden zwischen das Naturschöne, sagen wir also den Krieg, und dem Kunstschönen, dem Narrativ. Und das Naturschöne hat er definiert als die Vorstellung eines schönen Dings. Und das Kunstschöne hat er definiert als die schöne Vorstellung eines Dings. Das heißt, das Wort Adjektiv wandert er von dem Ding auf die Vorstellung. Und deshalb hat er gesagt, kann die Kunst und die Literatur eben nicht das Grausame, den Krieg und das Ekelhafte darstellen, weil es kann auch sonst passieren, dass eben ein schreckliches Ding schön dargestellt wird. Und wir haben aber in der Moderne diese Regeln nicht beachtet. Wir haben eine Ästhetik des Hessens entwickelt und eine mit Baudelaire Ästhetik des Bösen. Das ist das Problem, das wir heute haben, dass auch die Narrative, das ist mein Problem, Teil des Sinn des Krieges. Und das ist interessant zu zeigen beim Herr Schouanet, wie Sie es sehr schön gezeigt haben, hat er gewissermaßen beschrieben den ewigen Krieg, vom Troja bis Hobbes Kabul. Aber auf der anderen Seite haben wir das wunderbare Buch, das 1795 von Kant zum ewigen Frieden. Aber den gibt es nicht. Das ist das Erstaunliche. Wir haben dutzende Berichte über den Krieg, also das Narrativ beteiligt sich ein wenig selber und produziert und verherrigt ihn. Aber wir haben wenige Bücher, außer Kant, zum ewigen Frieden. Kant hat das sogar in seiner Einladung persifliert, in dem er gesagt hat, der Titel kam von einem hohenländischen Gasthaus und das stand zum ewigen Frieden und daneben war ein Friedhof gezeichnet. Also das Friedhof gehört aber zum Krieg, nicht zum ewigen Frieden. Also Kant war sich schon wohl bewusst, dass der ewige Frieden etwas ist, den wir Menschen nicht erreichen. Und da hat er genau die Frage, wieso erreichen wir nicht diesen Zustand? Also 1947 haben zwei kluge Menschen, Albert Einstein und Sigmund Freud, einen Friedensler gemacht zu dem Thema Warum Krieg? Aber sie hatten keine gute Antwort. Nun möchte ich jetzt auf zweitens kommen, auf das, was Herr Schourney berichtet hat. Die Vögel, die die Geräusche nachgemacht haben von den Geschossen. Das ist ganz wunderbar. Weil es gibt die Theorie von René Girard, die Mimesis, die wir sagen, die Gewalt entsteht durch die Mimesis, durch die Nachwärmung des Begehrens. Jeder begehrt, was der andere schon hat, und amt das nach. In der Bibel heißt das schon, du sollst nicht begehren, deines Nachbars, Weibhofer, Gut und so weiter. Das heißt, durch dieses Gleiche des Begehrens, entsteht die Rivalität, dadurch entsteht Aggression und dadurch entsteht dann sozusagen der Krieg. Und es kommen wir zu einem Punkt, das ist noch das Ganze. Und es ist schon darauf hingewiesen und er möchte ja vorweg schicken was anderes. Es gibt das berühmte Sacre du Breton von Stravinsky. Debussy hat diesem Werk einen wunderbaren Titel gegeben, Massacre du Breton. Nicht Sacre, nicht Heilige Frühling, sondern Massacre. Weil nämlich in diesem Stück, was leider immer falsch gespielt, interpretiert wird, sieht man genau den Notausgang. Wenn eine Gruppe beginnt, die Aggressionen skalieren, dann gibt es einen Notausgang und der schrecklich genug, nämlich das Opfer. Da finden wir plötzlich einen unschuldigen Menschen und sagt, das ist das Opfer. Aber klarerweise, dieses Opfer entspannt den Krieg. Und dadurch sozusagen wird euch meistens, wenn es dieses Opfer heilt, wird euch später dieses Opfer heilig gesprochen. Das ist zum Beispiel ein Notangang. Und sie haben jetzt auch ein bisschen das gemacht, indem sie diese Musiker, die so tapfer ausgehalten haben, das sind tatsächlich Leute, die könnten eigentlich unter Umständen heilig gesprochen werden. Also sie haben versucht, diesen Zustand des Krieges zwischen Natur und Mensch sozusagen zu deeskalieren. Also die Frage ist genau, und die ist bis heute schlecht beantwortet, wieso führen wir ständig Krieg, wie Sie genau betonen. Und da gibt es gleich viele Antworten, aber ich gebe Ihnen nur den Titel. Von der her ist das die Gesetzeskraft und die mystische Ursprung der Autorität. Also das kann nicht sein, dass wir sagen, der Autorität hat einen mystischen Ursprung. Und Freud sagt, das Gesetz ist nur die Konsequenz von Macht, nicht Gewalt, nicht umgekehrt. Das heißt, wir haben zuerst die Macht und die Gewalt und dann kommt das Gesetz. Darum ist es wichtig, weil Sie erwähnen Kabul, Herr Kluge, das ist ganz wichtig, eine Lektion, die leider niemand hören möchte. Der Staat fürchtet nicht die Verbrecher. Die Verbrecher sind für ihn Fliegen. Aber der Staat fürchtet Terroristen. Weil der Staat sozusagen erkennt, die Terroristen massen sich jetzt schon die Gewalt an, die später dann, die massen sich antizipieren, die Gewalt, die dann später Gesetz sein wird. Das heißt, gestern waren das noch meistgesuchte Verbrecher und heute sind das plötzlich die Herrscher von, die Taliban-Herrscher und sind plötzlich das Gesetz. Und das sieht aber genau den Konflikt. Gewalt kommt zuerst. Und dann kommt das Gesetz. Und solange wir das nicht umarbeiten können, auch durch Narrative, wird es keinen ewigen Frieden geben, sondern ewigen Krieg. Nur weil Sie beiden Bemerkungen, die Sie eben mit der Reihe gemacht haben. Hat er mich verstanden? Phonetisch? Danke. An Rosa Luxemburg gedacht. Sie war ja im Gefängnis, weil sie eben gegen den Krieg war, weil sie dazu aufgerufen hatte, gegen den Krieg zu stimmen. Und ich glaube, bei ihr war es so, dass sie selbst im Krieg weiter gegen den Krieg gekämpft hat, aber indem sie sozusagen auf die Tierwelt zurückgegriffen hat, also auf die Natur zurückgegriffen hat. Denn die Briefe, die sie schreibt, dort wird immer von ihren Erfahrungen mit der Natur gesprochen, wie sie den Vögel zuhört, wie sie die Natur wahrnimmt. Das heißt, sie stellt die Frage des Tieres und des Tierseins im Krieg anders, aus einer anderen Perspektive. Ich weiß nicht, welche Form der Pazifismus annehmen könnte, aber klar ist, und das wird in den Briefen von Rosa Luxemburg ganz deutlich, dass sie ein Konzept hat, jedes Individuum ist für sie ein Rhythmus. Jeder hat seinen Rhythmus. Jedes Insekt hat seinen eigenen Rhythmus. Und diese verschiedenen Rhythmen schaffen eine Kontinuität und den Wunsch sozusagen, jeder in seinem Rhythmus weiter voranzugehen und dadurch etwas Großes, das Ganze zu bilden. Und da begegnen sich Kunst und Natur und das wäre ein Berührungspunkt zwischen Natur und Kunst. In ihren Briefen liegt vielleicht ein Schlüssel für Künstler auf jeden Fall, wie sie sozusagen in den Krieg, wie sie in den Krieg einbezogen werden können oder gegen den Krieg vorgehen können, ohne dass sie sozusagen als engagierte Aktivisten auftreten. Also dieses Humane, dieses Menschliche und auch der menschliche Blick auf Formen und Rhythmen ist eine Art vielleicht, um zu etwas zu gelangen, dass man einen Weg in Richtung Notausgang nennen könnte, damit man nicht immer systematisch wieder in diesen Krieg zurückfällt. Also sie hatte auf jeden Fall eine wichtige Rolle und auch die Kunst hat eine wichtige Rolle zu spielen. Und das ist jetzt nicht nur, dass die Kunst Schönheit herbeireden soll, da wo keine ist und dass sie eine zu beschönigende Sicht auf Krieg oder andere Ereignisse haben sollen, aber es gibt eine Beziehung zwischen Kunst und Krieg und es kann interessant sein, diese Berührungspunkte zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Notausgang suche, um vor meinem weißen, leeren Blatt sitze und nicht weiß, wie ich anfangen soll, dann fange ich an zu beschreiben, was auf meinem Schreibtisch um mich herumliegt. Das ist ein Tipp, den ich von anderen Schriftstellern bekommen habe. Wenn man nicht mehr weiß, was man schreiben soll, dann muss man erst mal mit dem beginnen, was man um sich herumliegen hat. Und Jean-Yves Joanet macht das ja auch. Ich nummeriere auch. Das heißt, man ist eine Art Chroniker. Man hat eine Nummerierung, ein System und schafft sich so einen Mikrokosmos und dieser Mikrokosmos wird dann sozusagen zunehmend größer, weil das ganze große, große Ganze kann man ja sowieso nicht auf einmal erfassen, aber indem man Schritt für Schritt als Chroniker vorgeht, durch Nummerierung, durch systematisches Schritt für Schritt sich vorarbeiten, dann schafft man eine Beziehung zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos zu schaffen. Diese Beziehung zwischen dem ganz kleinen Detail und dem großen Ganzen oder zwischen dem Menschen und dem Kosmos ist meiner Meinung nach auch eine Art sozusagen Rettungsweg. Also ich versuche den Notausgang über das Schreiben zu finden. Ich versuche meine Beziehung zum Kosmos. Also aber der Kosmos nicht auf mystische Art und Weise, das ist mir zu mystisch, zu groß. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich mache das, was ich philologische Arbeit nennen würde, wie die Brüder Grimm zum Beispiel. Sie haben doch Deutschland eine große Tradition hinterlassen, eine Literaturtradition hinterlassen, indem sie die Volksmärchen gesammelt haben. Also diese philologische Arbeit besteht darin, dass man sagt, man kann das Detail nur verstehen, wenn man das große Ganze kennt, aber man kann das große und Ganze verstehen besser, wenn man das kleine Detail gut kennt. Und dieses Prinzip, dieses philologische Prinzip, dass man den Mikrokosmos in Verbindung setzt mit dem Makrokosmos auf der Ebene des Textes, indem man mit Dokumenten arbeitet, mit Fragmenten, mit Dingen, die man hat, dann kann man sich dieser Technik bedienen und dann könnte man auch sagen, Philologie ist ein Notausgang. Meine Art, gegen Fägnus zu kämpfen, hat jemand gesagt, ist philologisch heranzugehen. Man muss lesen lernen, man muss unterscheiden lernen in einer Aussage, was Propaganda ist und was Wahrheit ist, was ein Faktum ist. Denn wenn man die Propaganda dann sozusagen entlarvt, und das ist ja auch die Rolle von Kunst und Kultur, dann kann man Kriege verhindern. Dann kann man auch verhindern, dass Massen mobilisiert werden zugunsten des Krieges. Und ich glaube, das war auch das, was Rosa Luxemburg wollte. Ich möchte zunächst einmal sagen, ich finde es schön, dass wir in ruhigem Ton, das ist eine glückliche Situation, hier über so etwas Schlimmes doch in Ruhe sprechen können. Und es sind aus dem, was hier gesagt wurde, mehrere Aufgaben an uns gestellt. Das, was Rosa Luxemburg 1916 gesagt hat, das ist ihre Pazifismusrede, dafür wurde sie ins Zuchthaus gesteckt, aus dem sie eigentlich 1918 im späten November erst herauskommt. Das gilt es zu kommentieren, fortzusetzen, zu erhalten und zum Ansatz zu machen, ein Narrativ gegen die Kriegsmöglichkeit zu befestigen. Also mit den Mitteln des Erzählens kann man im Grunde so viel Absurdität und so viel Erfahrung des Krieges versammeln, dass man doch gegen das Kammer und gegen diesen Schwätzer etwas ausrichtet. Das Zweite, was mich sehr fesselt und was ich als Aufgabe nehme von heute, denn wir wollen ja in dieser Konferenz Aufgaben setzen, die wir in Zukunft erfüllen. Das ist nicht nur diese zwei Wochen, die wir hier tagen, sondern das soll fortgesetzt werden. Und da finde ich, Abi Warburgs Arbeit aufzugreifen. Sehen Sie, Abi Warburg würde von langen Zeiten her bis zum Jahr 1929 eine kontinuierliche Schrift, eine Archänoa, die Truhen von Schriften enthält, machen. Und Benjamin, dessen Passagenwerk quasi 1929 beginnt, setzt das fort. Wenn wir diesen beiden Vertrauensleuten folgen und hier das wieder aufnehmen, was sie begonnen haben, also Tafel 10 aus dem Nemosyne-Werk, mit Kommentaren versehen, mit Filmen ergänzen, solange bis das eine große Insel ist von Narration und von Darstellung, tun wir etwas Richtiges. Und was mich sehr bewegt, ist diese Liste der im Krieg Gefallenen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Die unserer Trauer wert sind. und ich kann Ihnen da Leute nennen, also meinetwegen, da gibt es Hergenrath, das ist der Philologe gewesen aus dem George-Kreis, der den Hölderlin überhaupt erst wieder aufgesammelt hat und ediert hat. Das ist der Beginn der Hölderlin-Tradition. Und der wird in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs in den Kopf geschossen. Das heißt, der Kopf, der das macht, wird zerschmettert. Also müssen wir seine Arbeit fortsetzen. Und er ist ja nicht allein. Und das ist, so verstehe ich auch Rosa Luxemburg. Und so verstehe ich die Verbindung, die sie zu den Vögeln vor ihrem Gefängnisfenster, die sind ja wie die Bleistifte auf ihrem Schreibtisch. Das ist das, was ihr am nächsten lag, zunächst einmal. Das ist nicht die Natur an und für sich, sondern der nächstliegende Verbündete, außer den Wärterinnen, die sie übrigens agitiert. Die sind alle am Ende, als sie entlassen wird, pazifistisch gesinnt. Nur, dass man in einem Zuchthaus nicht besonders pazifistisch sein kann. Sie hätten aber jeden freigelassen, der noch da war. Sie wären noch, wenn der Weltkrieg noch 14 Tage länger gedauert hätte und ihrer Haft, wäre sie entlassen worden von ihren eigenen Wächtern. Herr Kluge, zwei andere richtige Bemerkungen. Bertrand Rassel, der später Nobelpreisträger, war auch pazifist, wurde dessen sogar eingesperrt. Genau wie Luxemburg. Und weil sie vorgesprochen haben, eben von dem Entdecker und Hölderin, Laviossier, der große Naturwissenschaftler, der gezeigt hat, zwei leere Eprovetten und eine hatte Hydrogen, eine hatte Oxygen und so ein Chemikaler, die man nicht sieht. Wenn man sie zusammenführt, kommt daraus H2O, Wasser, also der größte Naturwissenschaftler der Welt, der hat die französische Nation, Ruxpeer, erschossen. Dann hat er gesagt, es dauert eine Sekunde, so ein Gehirn zu töten, aber es dauert 200 Jahre, 200 Jahre, so ein Gehirn wieder zu erzeugen. Das ist genau die Problematik, die sie geschildert haben. Wir haben jetzt heute Abend eine lange Konferenz noch und sie geht davon aus, wie dünn das Eis unserer Zivilisation ist, wie schmal die Haut unserer Erde ist. auf der wir leben. Das ist eine Scheinsicherheit, in die wir uns eingerichtet haben. Zur Erde hin, zum Kosmos hin, der sehr kalt sein kann, der kann sehr rücksichtslos werden. Und auch zu uns selbst hin, die wir ja zu dem Eis und dieser kleinen, dünnen Deckel auf der Erde gehören. Und sehen Sie, wir wüssten ja nicht, wo der Exodus liegt. Eneas hat seinen Vater auf dem Rücken. Er ist der Führer der Nachhut in Troja. Und er hat seinen Vater auf dem Rücken und der trägt eine Statue der Athene im Arm. und der Sohn an Jesus ist an seiner Hand und so flieht er aus Troja. Aber das Unlück dieser Stadt, das er nicht verschuldet hat, sondern die Griechen, die Beutejäger, das ist an seinen Sohlen. Und deswegen ist sein Besuch bei Dido für diese schöne Frau tödlich. Dann gründet er Rom und hier erzählt Heiner Müller die Fortsetzung. Nämlich Rom nur tausend Jahre nach dem Untergang Trojas vernichtet Korinth. Rossini hat es komponiert Lacedio di Korintho. Die Belagerung von Korinth. Das Verbrennen dieser Stadt, damit den Griechen geschieht, was ihre Taten vor Troja wert waren. Das ist nicht irgendwie eine Gerechtigkeit der Geschichte, sondern nur die Vollständigkeit der Erzählung. Und wenn ich das aufgreifen darf, Bruder Grimm, Stichwort Vollständigkeit und Treue zu Rosa Luxemburg zu Warburg zu dem, was schon begonnen war zu Sebald zu Benjamin und dem, was wir gut finden und wo wir die Arbeit fortsetzen dann ist das sozusagen eigentlich der Sinn dass man nicht aufhört mit der Erzählung am Schluss eines Stückes. Das sind manchmal fürchterliche Geschichten. Sehen Sie, da ist die Madame Butterfly und als ihr Verführer, der Kapitän, dann sie besucht mit Ehefrau aus Boston, protestantisch verheiratet, da bringt sie sich um und ein Kind von sechs Monaten bleibt übrig und wird adoptiert. Und wenn sie jetzt so nach dieser Vorschrift des Narrativen, der Narrativen Perseverance, der Beharrlichkeit arbeiten, dann müssen sie erzählen, dass im Jahr 1943 der gut militärisch ausgebildet von seinem Ziehvater oder seinem leiblichen Vater, der Offizier war, dann wird er auch Offizier. Und dann führt er das Moskito, die Moskito-Truppe an, die über der Holzstadt Tokio die Markierungen setzt für die Bombardierung. Und jetzt verbrennt der Ort, wo er geboren wurde und wo die Tragödie anfing. Das kann aber den Vorteil haben, dass man vielleicht nicht nur böse, fremde Städte zerstört, sondern man kann auch den Mythos verbrennen. Der mag zwar ein Phönix sein und wieder auferstehen, aber das muss ich nicht fürchten. Auf jeden Fall ist das vollständige Erzählen mit allen Mitteln aller Künste und aller Wissenschaften ein Vorsatz, das ist der Sinn von Warburg, der Sinn von Benjamin. Dieses vollständige Narrativ halte ich für eine Waffe, die auch Kriege obsolet machen kann. Sie kann keinen Krieg besiegen. aber sie kann dafür sorgen, dass man ihn vergisst. Und wir sprachen vorhin über zwei Fälle, die ich gerne hier an das Ende stellen möchte und Ihnen heute Abend zur Prüfung gebe. Das wir später in unserer nächsten Sitzung auch überprüfen. Das eine ist die Geschichte der Ephigenie. Ich habe immer da gesessen, wenn ich das Goethe-Stück sah oder von Glück die Ephigenie, die mich durchaus bewegt hat in der Musik ansah, dann habe ich doch sozusagen selber, weil ich auch mal was geklaut habe als Junge, weil ich nicht ein guter Mensch bin, bin ich nicht beharrlich genug. Ich habe immer nicht geglaubt, dass man durch Edelmut eine Generationskette von Mördern, von Tantalus über Pelops über Agamemnon und das Blut aus dem Badehaus, wo er wieder gemordet ist von seiner Frau, das fließt noch heute, sagt Ernst Jünger, die Treppen runter bis zum Eingang und ist im Grunde der Ursprung des roten Teppichs, auf dem wir fremde Herrscher empfangen. So geht eine Penetranz einer Überlieferung. Ich finde auch nicht schön, dass der Sohn die Mutter Kletemnestra dann umbringt, obwohl sie wirklich schuldig ist. Eigentlich interessiert mich nicht die Bestrafung von Schuld. Ich würde lieber nicht moralisch sein und die Mordkette soll aufhören. Deswegen habe ich mir vorgestellt, dass die Ephigenie, die ja gerettet wird vor dem väterlichen Mörderer, dass die zu schusselig ist für das Verbrechen, dass sie vergesslich ist, dass ihr das abhanden kommt. Sie ist zu ungeschickt für das Böse und das gefällt mir. Und dasselbe wiederholt sich, wenn der Oedipus, der ja irgendwie einen Klumpfuß hat und beim Wandern sehr schnell müde wird, wenn ihr die Strecke, wir haben uns darüber vorhin unterhalten, bis zu der Wegscheide, wo er auf den Vater trifft und ihn tötet, gar nicht schafft. Er kehrt 200 Meter davor um und ein Fatum weniger. Und solche Arten der Abrüstung von Kausalität, der Abrüstung von unangenehmen bösen Sortierungen des Zufalls genannt, das Böse, der Vorsatz, Tradition des Bösen, Perpetuierung. Also gewissermaßen der Krieg kann vergessen werden und abhanden kommen. Aber er kann nicht verboten werden und er kann nicht selber besiegt werden. Und dieses Aufhören des Siegens Das wäre etwas, was mich so erfreuen würde. Ich wäre so erstaunt. Und ich kann als Junge von 13 Jahren sagen, der kam 1945 im April abhanden. Er wurde weniger und hörte dann ganz auf. Und es gab nichts und da kommt ein Mann über die Elbe und er hat eine ganze Aktentasche voll Aktien, IG Farben, Deutsche Bank, also ganz hohe Werte, ein Millionen Vermögen. Er zeigt das dem Posten, der ihn durchlassen soll, einem amerikanischen CI, und der sagt, diesen Mist kann man mitnehmen. viele Jahre nach dem Krieg ist es wieder was wert. Das zeigt aber nur, dass wir den Krieg nicht begriffen haben. Aber einen Moment lang war es bedrucktes Papier, das gar nicht mal lohnt, beschlagnahmt zu werden. So etwas gefällt mir als Narrativ. Und ein vollständiger, also die Künste in ihren Wunderkammern, das versammeln, ein Narrativ wie ein Bankkonto, wie ein Kreditkonto versammelt. Das sagt, freu dich, wenn das Böse abhanden gekommen ist. Das Böse ist ein Defizit, kann nicht repariert werden, ist schwer zu reparieren. Ein Klagelied über die Schwierigkeit, das Böse wieder in Gang zu setzen, wenn es mal außer Takt kommt. Und das ist jetzt der Rhythmus, von dem Sie gesprochen haben, der uns missgegeben ist. Was meinen Sie, also eine Tagesschausprecherin singt nicht, wenn sie erschüttert ist. Auch die Bundeskanzlerin hat eigentlich nie gesungen, wenn sie etwas erregte, obwohl diese Frau, unsere Bundeskanzlerin, durchaus empfindungsfähig ist und von einem Tag auf den anderen die Kernkraftwerke außer Takt setzt. Aber unsere Zellen, die singen, unsere Mitgift, es müssen drei Sonnen explodieren, damit die Materie entsteht, aus der unsere Zellen entstehen. Ganz unwahrscheinlich, dass so eine Kausalität von irgendwem geplant ist. und die arbeitet in uns, die korrespondiert. Die könnte sogar eigentlich mit dem Virus sprechen, wenn sie lange genug daran lernt. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber dieses philologische, was Frau Pick sagt, dass es eine starke Macht, eine starke Kraft, das ist nicht irgendwie Ästhetik, sondern dass es tragfähig wie das Holz in den Wänden der Titanic, das zu schade ist, zur Zierde dort zu zerschehen, für Leute, die sich gerade in der Bar besaufen. Es ist nützlich, man kann sich an so einem Floß hochhangeln zur Meeresoberfläche. Und damit verbinde ich noch gar keinen Optimismus, denn ich weiß, dass in unseren Gesellschaften, wenn dann die Truppe aus dem Salon der Titanic sich gerettet hat mit dem Holz der Wand Paneele, kommt oben an in der Kälte auf dem Wasser und inzwischen ist schon durch die Aktualität, das Aktualitätsprinzip in der Öffentlichkeit, das Interesse abgewandert, kein Dampfer da, der sie aufnimmt, denn die Frage der Rettung ist schon ersetzt durch die Prüfung der Schuldfrage. Das heißt, wenn wir sowas Einfaches wie Rettung von Leuten aus der Titanic gelöst haben, müssen wir unsere Mentalität noch ändern und den Aktualitätsbegriff so wandeln, dass er ebenfalls geduldiger wartet, wer noch kommt. Ich habe ein bisschen ausgeufert, aber ich finde irgendwie dieses, unsere Innenausstattung und dazu gehört das Erzählen und zwar Erzählen einschließlich der Form, in der Kindheit Eltern den Kindern was früh erzählen. Da ist die Tonart wichtiger als der Inhalt. Einschließlich, also nicht nur, ich will das nicht vergotten, aber es ist ganz wichtig und bei Hegel sehen Sie, wir haben den Hegel die Phänomenologie des Geistes durch schwäbisch sprechende Leute aus der Unterstadt von Tübingen vortragen lassen und das ist wunderbar, Sie verstehen alles, das klingt wie Hölderlin, das heißt der Mann wie er als Kind sprach, so dachte er als Philosoph. Und deswegen stimmt das, was Sie gesagt haben und wir sind wieder beim Rhythmus und dieser Rhythmus muss zulassen, dass die plebeischen Sprachen, die Dialekte den gleichen Rang haben wie Mathematik, Latein oder die Hochsprache. Also wir müssen mit mehr Sprachen als der Hochsprache zu sprechen lernen. Könnten wir uns darauf eigentlich zu dritt verschwören? Eine kleine Frage hier aber noch, Herr Kluge. Sie haben das Wort Ausufern verwendet. Meinen Sie damit einen Landgewinn, mehr Land gewinnen beim Ausufern oder wird es mehr mehr? Ich würde mich freuen, wenn Sie sagen, mehr Land gewinnen, weil das heißt auch, dass Ausufern heißt, mehr Erkenntnis gewinnen, was Sie gerade gemacht haben. Das Ausufern heißt das mehr Land oder mehr Meer? Was meinen Sie? Mehr Meer als Land? Also sagen wir mal so, das Meer über der Titanic ist sehr kalt. Also in diesem Fall müssen wir nicht das Meer gewinnen. Wenn Sie auf der Landmasse von Pangäa sind, wo nur Land ist, das ist vor 280 Millionen Jahren, dann ist es schön Talata, zum Meer zu kommen. Und bei Xenophonen, die wollen ans Meer. Und ich würde so sagen, wir brauchen alle Elemente unserer lieben Erde. Und wir brauchen auch alle Sinne für die Narration, von der wir hier sprechen. Das Zwerchfell erzählt, die Fußsohle erzählt, die Haut ist kundig und erzählt. Sigmund Freud sagt in einem Brief an Thomas Mann gegen den Krieg hilft keine Moralität und Unterschriften unter einem Pamphlet sind ganz sinnlos. Aber die Haut, die spricht und reagiert in Flandern, in den Gräben bei den Soldaten und beendet den ersten Weltkrieg wirksam im Winter, also im November, weil die Haut ist untrüglich und unser größtes Organ, sodass wir mehr als einen Verstand besitzen. Also das heißt, aufrufen ist für Sie ein sehr optimales Narrativ. Ein optimales Narrativ, ein umfassendes. Also wir müssen babylonisieren. Es gab für beim Turmbau die Bauleute, die haben alle, jeder aus dem Ort, aus dem er kommt, gesprochen. Keiner konnte entziffern, was der andere sagt. Sie haben sich aber verstanden. Und dann kam die Einheitssprache darauf und niemand verstand den anderen mehr, das ist die Sprachverwirrung. Die Sprachverwirrung ist nicht die Verschiedenheit. Und ich habe einen chinesischen Arbeiter und einen Arbeiter aus Nordrhein-Westfalen beobachtet, die sich längere Zeit damit beschäftigten, wie man eine Schraube richtig schön so schraubt, dass sie passt, wackelt und Luft hat. Das wäre verbal 600-Seiten-Text gewesen. Und sie konnten sich aber verständigen, obwohl der Chinese nicht Deutsch sprach und der andere nicht Chinesisch sprach. So etwas gefällt mir. Und das wäre Re-Babylonisch. Und das gehört zum Philologismus, von dem sie sprachen. Diese Sprache, dass Menschen Sprachen haben und alle Sprachen gleicherweise differenziert sind. Das Baskische etwas mehr als das Spanische. Aber insgesamt, alles ist jede Sprache und es gibt die Sprache der Keten, die wird nur von 200.000 Leuten an der Lena in Russland gesprochen. die hat 20 verschiedene Ausdrücke je nach Beziehung. Ich denke, freundlich sind, du hast mich soeben vor den Schienbein getreten. Würden die grammatisch verschieden ausdrücken. Also die Sprache soll uns offenkundig überlegen. Aber dass solche Sprachen nebeneinander ubiquitär existieren und alle sind differenziert. Jeder ein bisschen anders. Das rührt mich an. Und das ist etwas, wo ich sage, wir müssen nicht mutlos sein. Also wir müssen den Kopf nicht hängen lassen. Jetzt müssen wir aber aufhören. Wir müssen noch etwas essen und wir treffen uns wieder um 20 Uhr. Und ich bin sehr glücklich, Meister Weibel, Sie zu sehen und wir werden eröffnen mit dem kleinen Song, den ich Ihnen ja gewidmet habe zum Geburtstag. Den spielen wir hier einmal ein. Danke. Danke. Alles Gute. Gute Gute Vielen Dank. 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 ... Wie immer das TamTam, liebe Festivalgesellschaft, ich weiß gar nicht, ob es online zu hören ist, eröffnet die nächste Veranstaltung, die wir hier im schon jetzt sehr reichen Programm haben. Sie trägt den Titel Landung auf der Membran des Lebens, das dünne Eis der Zivilisation und wenn Sie sich jetzt fragen, was heißt denn Landung, werden wir sicherlich im Laufe der Veranstaltung darauf kommen. Es verweist aber auch zugleich auf jemanden, der leider heute nicht bei uns sozusagen auf dem Podium landen kann, nämlich den französischen Philosophen Bruno Latour. Bruno Latour wollte gerne zum Festival nach Berlin kommen, war allerdings, hatte dann schon einen Termin in Bordeaux, der sich nicht verschieben ließ und hatte zugesagt per Stream dazuzukommen und ist dann leider kurzfristig gesundheitlich verhindert, was ihm und uns natürlich sehr leid tut und an dieser Stelle nach Frankreich ganz herzliche Genesungswünsche. Wir freuen uns aber, Peter Weibel wollte sowieso dabei sein, erst er jetzt hat sozusagen die Stream-Rolle übernommen und Sie haben ihn vielleicht schon bei der letzten Veranstaltung gesehen, er prangt jetzt schon groß über uns und ich freue mich sehr, dass noch zwei weitere Vertreterinnen und Vertreter auch der Ausstellung, die Bruno Latour mit Peter Weibel zusammen am ZKM kuratiert hat und überhaupt vom ZKM bei uns sind, nämlich Bettina Korindenberg, links neben Herrn Kluge und Philipp Ziegler, der heute auch freundlicherweise die Aufgabe übernommen hat, das Gespräch etwas zu moderieren. Also wir werden sozusagen thematisch gar nicht so weit abweichen von dem, was wir sowieso vorhatten und das Gespräch wird sicherlich auch immer wieder auf Bruno Latour und das Denken des Terrestrischen zurückkommen. Lassen Sie mich noch kurz die Gäste vorstellen. Wir haben, wie gesagt, Bettina Korindenberg hier zu Gast. Sie hat in Freiburg promoviert zu einem Thema Museum als Heterotopie in postkolonialer Perspektive und war danach am ZKM kuratorisch tätig, hat mehrere Projekte gemacht, die alle im Grunde die Frage des Umgangs mit gesellschaftlichen, ökologischen Transformationen, in denen wir uns derzeit befinden, zum Thema haben. Ausstellungsprojekte wie etwa Digital Imaginaries, Africa's in Production oder eben Critical Zones, mit denen wir hier im Festival auch kooperieren und ich bin sehr froh, dass Bettina Korindenberg bei uns ist. Und der Moderator des heutigen Abends, Philipp Ziegler, kommt aus Stuttgart, also nicht weiter, und Karlsruhe hat dort Kunstgeschichte und Geschichte studiert und mehrere Jahre in Stuttgart kuratorisch gearbeitet, bis er 2012 an ZKM gekommen ist, hat dort mehrere Projekte kuratorisch betreut und auch mehrere Publikationen als Herausgeber zu verantworten. Zuletzt eben den Band in diesem Jahr, glaube ich, erschienen zu Digital Imaginaries, afrikanische Position jenseits des Binären und er ist am ZKM Leiter der kuratorischen Abteilung. Ich bin sehr froh, dass er gekommen ist und gestern ja auch das ZKM, lieber Herr Weibel, sehr, sehr würdig und schön vorgestellt hat. Und ich habe Sie ja eben schon vorgestellt, aber für die, die noch nicht dabei sind, auch wenn es natürlich gilt, man muss Sie nicht vorstellen, doch ein paar Worte dazu, Peter Weibel ist sozusagen von dem, wie er ausgebildet wurde, wie er weiter gedacht hat, weiter geschaffen hat, immer schon ein Kooperationskünstler gewesen zwischen den Wissenschaften und den Künsten. Er hat mehrere wissenschaftliche und auch künstlerische Fächer studiert im Bereich Film, Experimentalfilm, aber auch Konzeptkunst, Experimentalkunst gearbeitet, Skulptur. Ja, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und auch als Forscher im Bereich Medienkunst, Verbindung zwischen Philosophie, Technologie, Politik und Gesellschaft, viele Arbeiten vorgelegt und er ist seit 1999 der Vorsitzende des ZKM, unseres geschätzten Kooperationspartners und ich bin sehr froh, lieber Herr Weibel, dass Sie jetzt sozusagen über allen zu sehen sind und jetzt ist das Podium in Vieren übergeben, lieber Herr Kluge. Herr Weibel, Sie sind mein Lehrer, was den Begriff der Moderne betrifft. Sie haben einmal gesagt, wenn man etwas Gelungenes in den Vergangenheiten sieht, Kaspar David Friedrich meinetwegen, und bildet eine Obertonreihe, dann gelangt man von einem dieser Töne in die Gegenwart. Und das ist Avantgarde. Avantgarde ist nicht, dass irgendetwas wie ein Husar davonprescht und alles hinter sich lässt. Da habe ich mir sehr gemerkt, arbeite ich nach. Und Sie sind mein Meister. Und ich möchte gerne als kleiner Hommage für Sie hier Sie zeigen in einer etwas jugendlichen Form mit dem Lied Weh dem, der keine Heimat hat, von Nietzsche. Danke. Abfahrt bitte des Films. Bald wird, es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Und stehst du schnarrt, sonst drückt es ach, wie die Lied. Lange schon, was bist du nah? Vor Winter sind die Welt entflogen. Wie weit ein Tor, zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht. Dem Rauche gleich, der stets nach kälten Himmels sucht. Flieg, Vogelschnarrt, dein Lied im Wüstenvogelton. Versteck, du Narrt, dein blunden Herz in Eis und Ton. Flächenschwein, ziehen schweren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Danke, danke. Wunderbar verfilmt, wunderbar verfilmt. Danke. So, wir beginnen. Wir beginnen. Lieber Alexander Kluge, lieber Asmus Strautsch, vielen Dank für die Einladung und die Kooperation, die ja schon vor einiger Zeit begonnen hat. Und die Ausstellung Critical Zones, über die wir heute sprechen, oder das Projekt, was wir am ZKM mit Bruno Latour umgesetzt haben, das ist eben die Membran des Lebens, das dünne Eis, wie es heute im Titel steht. Und über das wollen wir heute gemeinsam sprechen. Kuratiert wurde diese Ausstellung von Bruno Latour, von Peter Weibel, aber auch von Bettina Korindenberg und von Martin Guinard, einem französischen Kurator, der heute eben nicht bei uns ist. Und eigentlich der Ansatz, mit dem wir gestartet haben, der Anspruch, ist eigentlich, dass Bruno Latour meinte, wir müssen neu lernen, auf unserer Erde zu landen. Und das wird eben heute das Thema unseres Gesprächs sein. Wie können wir auf unserer Erde landen? Wie können wir terrestrisch werden? Dieses Landen wollen wir hier in diesem Gespräch eigentlich als Spaziergang machen. Als Spaziergang, der aber durchaus viele Umwege auch hat, wir können uns verzweigen, wir können anhand der Bilder, die wir gleich zeigen, auch der Ausstellung abschweifen. Wir werden immer wieder zurückkommen, hoffentlich nicht in allzu viele Sackgassen geraten und hoffen, dass wir damit Ihnen auch einen Eindruck der Ausstellung, aber natürlich auch der Themen von Bruno Latour zeigen. Ich möchte beginnen mit einem Dialog, den Bruno Latour hier, Sie sehen es auf dem Katalog, und das ist nur das dünne deutsche Exzerpt des Katalogs. Der englischsprachige ist wesentlich dicker, heute zu schwer gewesen mitzubringen. Und deshalb eben auf Deutsch und auf diesem Cover ist ein Dialog, den Bruno Latour über diese Situation des Landens geschrieben hat und das vielleicht zum Einstieg. Sie wollen, dass ich auf der Erde lande? Wieso das? Weil Sie in der Luft hängen und auf einen Absturz zusteuern. Wie ist es da unten? Ziemlich angespannt. Ein Kriegsgebiet? Fast. Die kritische Zone, ein paar Kilometer dick, wo alles passiert. Ist sie bewohnbar? Kommt auf die von Ihnen gewählte Wissenschaften an? Werde ich da unten überleben? Kommt auf Ihre Politik an. Der Kriegszustand ist ja auch eine Überleitung zu Ihrem Gespräch, das Sie vorher vor dieser Veranstaltung hatten und wo Sie ja über verschiedene Türen und Auswege gesprochen haben, über den Exit. Und wenn wir jetzt dieses Bild der Erde sehen, dann möchte ich gleich vielleicht Peter Weibel und Bettina Korindenberg bitten, darauf zu reagieren, was war ja auch ein Auslöser, diese Vorstellung der Erde, die mit diesem Bild verknüpft ist, von der wir in der Ausstellung gestartet sind. Also, ich möchte mich zuerst bedanken bei Alexander Kluge für den schönen Titel Membran des Lebens, das Dünne als Zivilisation. Es ist tatsächlich so, er hat auch im vorherigen Gespräch erwähnt, draus dem Kosmos ist es sehr kalt, es ist ein luftigerer Raum und Licht und Energie und allem. Das heißt, es ist erstaunlicher, wir leben in einem Universum von Milliarden von Galaxien und jede dieser Galaxien hat Milliarden von Sternen, Milliarden von Milliarden von Galaxien. Und es gibt einen einzigen Planeten, das ist dieser sogenannte Blau Planet und mit diesem Planeten gehen wir so unvorsichtig um, wie man sich gar nicht anders, also wie man es ersetzt, wenn man sich vorstellt, wie unvorsichtig wir mit diesem Planeten umgehen. Es ist so, dieser Blau Planet heißt er seit 1879, also das heißt vor fast 150 Jahren, hat Henry George in seinem Buch bezeichneterweise Progress and Poverty, Fortschritt und Arme, hat er das eingeführt, der Begriff eben, dass die Erde ein Raumschiff ist, mit dem wir durch die Welt segeln. Und es gibt ein Buch vom Surkamp-Verlag, das heißt eben, die Blau Planet Erde kennt keinen Notausgang. Das ist ein Thema, was ihm vorhin Kluge angebrochen hat. Wir brauchen eine Wissenschaft der Notausgänge. Und die Ausstellung Kritik, die wir so haben, ist eine der Aufgaben, die er vorhin erwähnt hat, die wir erfüllen möchten, also noch viele, viele Wissenschaftler. Wir suchen nach Notausgängen, wie wir verhindern können, dass dieses Planeten Erde zerstört wird. Da muss ich einmal sagen, es gibt schon einen Notangang, einen Notausgang, aber der kann ich nicht empfehlen. Welcher Notausgang ist das? Nämlich, man kann in der Wissenschaft streiten, ist die Welt ein Gefängnis aus vier Gitterstäben, nämlich aus einem drei Koordinatenraum, also XYZ des Raumes, und aus dem letzten Koordinat in die Zeit, also ein vier Koordinatensystem, eine Welt, ein Gefängnis aus vier Gitterstäben, hat das Dekat erfunden, weil er dieses System, der Koordinat erfunden hat, und gibt es erst seitdem die Welt als Gefängnis von vier Gitterstäben, XYZ und T, oder hat er die Weltrichter beschrieben? Und wenn das stimmt, dass die Welt ein Gefängnis ist, dann wissen wir, es gibt einen Notausgang, einen Escape-Button, das heißt der Tod. Den kann man aber nicht empfehlen, weil wir, siehst du, keinen zurückgekommen, und keiner soll sagen, und das Leben ist ja berühmterweise ein Code, und der Tod ist auch ein Code, nur den können wir als Lebende nicht dechiffrieren. Dadurch bleibt uns nichts anderes üblich, als zu sagen, es ist der einzige Planet, der lebt und auf dem wir leben können. Das ist die schöne Metapher vom Landen. Wenn wir landen wollen, brauchen wir Land. Aber wir sehen heute, dass das Land unseren Augen zusehends immer mehr zerstört wird. Also erheben Sie die Frage, wo können wir noch leben? Und das würde ich Sie bitten, Herr Ziegler, das nächste Bild zu zeigen, das Observatorium. Es ist so, ah ja, das ist ein sehr gutes Bild. Sehen Sie, das ist genau die dünne Membran des Lebens, die eben Kluge so genannt hat, ja. Das heißt, wir leben nicht auf einem Globus. Wir leben nicht auf einer Erde. Wir leben auf einem wahnsinnig dünnen Biofilm, 15 Kilometer hoch, 15 Kilometer tief, das ist das 30 Kilometer. Und das extrem dünne Biofilm, davon leben wir, auf dem leben wir. Und da gibt es jetzt, glaube ich, sehr viele Fragen, und viele Illusionen, weil die Illusion ist immer die, die Leute sagen, so bin ich sehr froh, dass er kluge gesprochen hat von der Heimat. Die Leute sagen mir, dort lebe ich in Frankfurt oder in Berlin. Nein, ich lebe nicht in Berlin oder in Frankfurt, sondern ich lebe von anderen Ländern, von anderen Kontinenten. Das heißt, wir leben in Wirklichkeit, nicht nur an einem Ort, sondern wir leben von vielen anderen Orten und von der Arbeit vieler anderer Menschen an vielen anderen Orten. Das heißt, wir müssen lernen, eine neue Form, wir haben noch besprochen, des terrestrischen, wie wir diese dünne Membran, im Jahre 1885, war der Österreicher, Edazys der Erste, der auf 2000 Seiten beschrieben hat, in einem Buch mit dem Namen, das Andes Erde, der hat beschrieben, wie die innere Kräfte der Erde diese Faltung hervorbringen, also wie die innere Blut der Erde, die ganzen magnetischen und Zyklen, die Erde im Inneren hat, mit der dieses Andes, dieser Membran, die Erde geschafft hat. Und darum geht es in dieser Wissenschaftskritische Zone, diese dünnen Zone, von der wir leben und auf der wir leben, also von beides, von der wir leben und auf der wir leben, zu retten. Und das ist so, wenn jemand gesund ist, dann misst er nicht jede Stunde seinen Puls, seinen Herzschlag, seinen Blutdruck und so weiter. Aber wenn jemand krank ist, dann wird das alles im Takt von einer Stunde gemessen. Blutdruck, Puls, Fieber, Mermetel, etc. Und jetzt haben wir in der Welt hunderte von Beobachtungsstationen, die beobachten das Wirken auf der Erde. Das heißt, die Erde ist jetzt schon ein Patient, Planet Erde ist ein Patient, jetzt schon irreversibel. Deswegen haben wir eben hunderte Beobachtungsstationen und wir haben angefangen mit einer Beobachtungsstation in der Ausstellung aus Stringbach, im Alsace, die ist nachgebaut worden. Und die Besucher, die jetzt kommen, sind keine Touristinnen-Ausstellungen, sondern Natur. Und ich nenne ja unsere Ausstellungen Gedankenausstellungen, wie man macht in der Physik, Gedankenexperimente. Das heißt, die Besucher werden selbst die Beobachter, die Beobachter, die Wissenschaftler, die Welt beobachten. Das sind gewissermaßen mit Luhand, mit Niklas Duhmann gesprochen, Beobachter zweiter und dritter Orte. Kann man das Bild zeigen, Herr Ziegler, von der Beobachtungsstation von Stringbach? Genau. Frau Korinberg, wollen Sie das ein bisschen erklären? Ich höre Sie nicht. Noch nicht so vertraut sind, um so ein bisschen... Okay, da mache ich es nicht. Da mache ich es nicht. Da mache ich es nicht. Sie sehen vorne eine Art, ein Modell, ja, das ist die Landschaft bei Stringbach, ja. Und dann sehen Sie dann so Eisenstangen in der Luft, ja, die tun die Landschaft, die Sie vorne, die Sie sehen, nachmachen, Sie sehen hinten so Gestänge und oben so kleine Holzboxen. Diese Holzboxen stehen auf der Erde und die Holzstangen sind Bohrungen in die Erde hinein. Dann haben wir weitere Boxen, die stehen in der Natur herum und dann sehen Sie Bilder und Filme wie die Wissenschaftler unerbrochen, kontinuierlich 24 Stunden das Geschehen in der Erde, in der Temperatur vermessen jahrelang. Und die Messgräte sind heutzutage so sensibel, dass die Vorgänge im Atlantik, also am Ende von Frankreich, am Westen von Frankreich, dass Sie die auch mitmessen können. Das heißt, wir haben glücklicherweise ganz genaue Instrumente entwickelt, die den Suchstand des Patienten in der Erde vermessen. Und das über hunderte solche Stationen weltweit. Und wir haben eine Station nachgebaut in Strengbach und da können die Leute in die Boxen gehen. Und wie gesagt, vorne sehen Sie das Landschaftsmodell, dahinter sehen Sie aus Stangen nachgebaut die Kurve der Landschaft und dann genau und dann sehen Sie eben Filme, die dokumentieren wie die Wissenschaftler Sommer, Winter, Frühling und Herbst den Zustand der Landschaft, der Natur vermessen und dadurch ihre Schlüsse ziehen können. Und das ist interessant, sehen Sie, das sind diese Stangen und oben sind dann diese Boxen, in denen die Geräte versteckt sind und die Stangen sind dann auch die Rohre und so weiter, die in die Erde hinein gesteckt werden. Und wie gesagt, die ganze Jahre wird das vermessen wird das vermessen und das zu sagen, wir haben was wir jetzt tun ist gewissen lassen, den Zustand des Planeten zu ermessen und zu vermessen und zu verhindern, dass er noch kranker wird, dass er stirbt und das wird damit auch sterben. Weil das ist das wesentliche Aussage, die kritische Zone ist mehr wie Erdkunde, ist mehr wie Erdwissenschaft, mehr wie Geologie, nämlich die kritische Zone die Forschungen von Frau Magenis zu den Prokaryotischen Organismen und der Aufstieg zu eukaryotischen Zellen und so weiter, also im Bereich der Bakterien und die damit verbundene sogenannte Endosybiotentheorie, die gezeigt hat, dass von Anfang an von den Schutzen der Bakterien die Bakterien nicht einfach nur abhängig waren von der Umwelt, sondern die Bakterien selbst sich eine Umwelt geschaffen haben, die ihr Leben erleichtert. Das ist das Neue an der Geiertheorie und an der ganzen Theorie des symbiotischen Planeten. Von Anfang an war nicht der Teil eine Symbiose von Lebewesen, sondern es war eine Symbiose von Lebewesen und Umwelt. Die Tränen, die wir bis heute noch machen in der Allgemeinheit, dass sie die Lebewesen, die stimmt schon lange nicht mehr, sondern die Lebewesen haben es sich nicht aktive Teilnehmer einer Umwelt, die sich anpassen. Nein, die Lebewesen von den Bakterien angefangen, von den Zähnen angefangen, die schaffen sich selber Bedingungen, durch Symbiose, diese Lebenswege halten. Das heißt, das hat Geiertheorie gemeint, nicht die Erde sein riesiges, sie ein riesiges, aber es ist was, nein, sondern eine Verwandtschaft, ein symbiotisches Prozess von Leben, und wie ich vorhin gesagt habe, das ist der einzige Planet in Milliarden von Galaxien und Sterne, die das geschafft hat. Und das ist gewissermaßen das Wunder, in Kosmos, dass es gelungen ist, durch diese symbiotische, durch den symbiotischen Ursprung des Lebens, das Leben zu erhalten. Also wir müssen lernen, es gibt ein gewissermaßen ein Inseparabilitätstheorem, ein Theorem, das sagt, wir können zwischen Umwelt und Leben nicht unterscheiden. Wenn wir jetzt sozusagen die Umwelt zerstören, dann ist das ein Selbstmordprogramm. Es gibt Bücher von Glyph Hamill in Australien, schon zehn Jahre alt, die heißen The Requiem of Species, und die Spezies sind wir Menschen, nicht irgendwelche Lebewesen. Also der Sterben und der Artenvielfalt trifft auf uns genauso gut, weil wir sind abhängig, symbiotisch von dem Leben an der Lebewesen. Das ist das Problem, das ist genau die Untersuchung von der Ziele der Wissenschaft der griechischen Zone. Wir leben auf der Erde und es ist geworden eine kritische Zone, die müssen wir jetzt beschützen durch wissenschaftliche Forschung und durch wissenschaftliche Maßnahmen. Peter Weibe, ich glaube, wir müssen noch mal diesen Begriff der kritischen Zone erklären, woher der... Wir machen das. Weil dieser Begriff hat ja auch sehr viel mit Zusammenarbeit und Kooperation zu tun. Genau, vielleicht können wir auch noch mal zur Visualisierung einmal zurückgehen, diesen Schritt, dass wir verstehen, also was die Ausstellung macht, ist eigentlich ein bisschen eine These auf, dass wir eine Art kosmologischen Shift brauchen, also eine Art von, andere Art von Weltverständnis, von unserem Verständnis in der Welt und wie wir in Beziehung zu allem, was Lebensformen sind, also nicht nur menschliche Lebensformen, sondern eben auch gerade nicht menschliche Lebensformen, wie wir alle gemeinsam in diese kritische Zone eingefaltet sind. und das Spannende ist die These von eigentlich wir, die Modernen, dass man sich, wenn man an die Erde denkt, unseren Lebensraum immer sofort, wie wir eben gesehen haben, entweder dieses signifikative Bild der Blumabel oder noch, eigentlich noch ikonischer als fast der Globus, der in Längen und Breiten gerade aufgeteilt ist, also unser Orientierungssystem, wie wir uns auf der Erde orientieren, ist in so ein Rastersystem gepackt und das ist auch ein Ansatzpunkt von Bruno Latour gewesen, dass dieser Überblick des Wirens, wie wir uns dazu positionieren, ist eigentlich im luftleeren Raum, wir gucken auf die Erde drauf, das heißt, wir sind in Distanz, wir fühlen uns in Kontrolle, wir können die Erde überblicken, wir sehen die Erde eigentlich als ein homogenes Ganzes und das sind alles so Problemaspekte, die die Ausstellung, eigentlich von der die Ausstellung ausgeht, dass unsere Vorstellung von unserem Lebensraum, unserem Lebensterritorium, und wie wir uns darin eigentlich in Bezug setzen, dass da die Problematik liegt aller Krisen, diese multiplen Krisenphänomene unserer geteilten Lebensbedingungen, in der wir uns befinden und wir haben in der Ausstellung mit Architekten zusammengearbeitet, Alexandra Renn und Sohail Hachmir-Baba, die genau da angesetzt haben, wir sehen jetzt den Film, wir haben beim Globus gestartet, der Globus wurde aufgeschnitten und jetzt passiert der wichtige Punkt, der Globus wurde wie eingestülpt und die kritische Zone ist jetzt dieser dünne Biofilm, tatsächlich, das ist die Zone auf der Erde, in der das Leben stattfindet und das Leben ist auch der Begriff der Ausstellung, die im Zentrum steht und was bei dieser Grafik jetzt spannend ist, wir sind weg von diesem statischen Globus, der in Längen und Breiten gerade aufgeteilt ist, die Atmosphäre ist nach innen gestülpt, was zeigt, wir kommen und das hat wieder mit der Exit-Strategie zu tun, das ist unsere Erde, wir sind in diese Erde eingeschlossen, aus diesem Lebensraum kommen wir nicht in dem Sinne raus, wir können nicht zum Mars fliegen und da eine zweite Erde haben, weil die Erde nämlich über, und da ist der Aspekt der Tiefenzeit sehr wichtig, über diese Jahrtausende von Leben geschaffen wurde, das heißt, sie ist nicht einfach replizierbar oder wie Elon Musk die Planung des Lebens auf dem Mars schon, ich glaube 2024 plant er da schon Siedlungen zu bauen und was jetzt bei dieser Grafik noch spannend ist, die Sie gerade sehen, das ist eine bewegte Grafik, die kritische Zone kann nie in einem statischen Bild eingefangen werden, sondern es sind die Lebenszyklen der unterschiedlichen Elemente, die durch die kritische Zone eigentlich immer in einer konstanten Metamorphose sich befinden und wir sind zwischen zwei Energiesystemen, also dem Sonnenenergiesystem und dann dem, hier sieht man jetzt Deep Earth Energy, also die Erde, die aus den tiefen Schichten der Erde kommen, eigentlich eingefasst und das ist ein bisschen dieser Twist, dieser Shift, den die Ausstellung macht und wir hatten es vorhin davon, Herr Kluge, Sie haben gesagt, aber wir fühlen uns ja immer noch irgendwie wahrscheinlich machtlos gegenüber dieser Ausbreitung der kritischen Zone und für Bruno Latour ist das aber genau der Ansatzpunkt zu sagen, zu denken, dieser Begriff Natur ist zu groß, der ist eigentlich was, wo wir nicht wirklich wissen, wo wir einhaken können und eine Handlung daraus eigentlich entwickeln können und für ihn war eigentlich dieser Begriff der kritischen Zone, der aus den Naturwissenschaften, also den Geowissenschaften kommt, die Möglichkeit, Handlung eigentlich in Gang zu setzen, weil der viel kleiner ist und genau bestimmbar, das ist tatsächlich nur die Ausdehnung von der obersten Vegetationszone bis ins Grundwasser und die ist sozusagen auch eben kein, also was ganz wichtig ist, die kritische Zone ist nicht universalisierbar, sie ist nicht auf einen Blick zu erfassen, sondern wir brauchen eine Vielzahl, was Herr Weibel eben angesprochen hat und uns Herr Weibel schon so wunderbar durch die Ausstellung eben geführt hat, eine Vielzahl von Observatorien gibt es über die Erde, also in der kritischen Zone verteilt und die messen alle, worauf Herr Weibel eingegangen ist, diese unterschiedlichen biochemischen Zyklen, die sich dort abspielen und ein ganz anderes Gefühl und Brunel Latour spricht tatsächlich von Gefühl für Landschaft und für unseren Lebensraum geben, also einen anderen Orientierungspunkt und das ist vielleicht auch was, wo Sie gut einhaken, wie wir Orientierung finden und wie wir daraus Erzählungen schaffen. Ja, Grunel Latour spricht ja oder analysiert das heute als große Orientierungslosigkeit und eine der Aufgaben ist ja für die kritische Zone neue Repräsentationen auch zu finden, damit wir uns überhaupt mal eine Vorstellung machen können und er hat eben da diese Kriegsmetaphorik, er meint vom Frontverlauf erstmal sich eine Vorstellung machen, damit man merkt, wo Freund und Feind ist und das ist glaube ich auch ein Unterschied zu dem, wie bisher Kriege geführt wurden und er spricht sogar vom Zweiten Weltkrieg als einen relativ begrenzten Konflikt im Angesicht dieser planetarischen ja, dieses Zustands der Krise oder dieser planetarischen Schlacht, die natürlich alle, uns alle betrifft und alle Zonen und alle Lebewesen eben nicht nur auf den Menschen begrenzt ist, sondern eben auch auf die nichtmenschlichen Akteure. Kann man da von diesen Bildern noch ein bisschen mehr sehen? Das ist ja ein interessanter Umgang nicht durch diese Ausstellung und es ist eigentlich etwas ganz Phänomenales, dass man das hier in einem öffentlichen Raum einmal betrachten kann. Es gibt ja keine Öffentlichkeit in den Medien, die sich damit überhaupt beschäftigt. Das ist kein großes Problem. Absolut das Problem. Und 1755 gibt es in Europa eine Erregung wegen des Erdbebens in Lissabon. Das ist ein Tsunami, die Stadt verbrennt, ein Erdbeben findet statt, also alles so wie in Fukushima, aber gewissermaßen gegenüber der Stadt des Christentums, das ist der äußerste Westen Roms in Lissabon. eine Stadt mit den meisten Kirchen der Welt und da sitzt Voltaire und sagt, jetzt müssen wir der Natur den Krieg erklären. Willkürlich darf Gott nicht sein, willkürlich darf auch die Natur nicht sein. Das ist sozusagen ein erster Anfang, sich mit Ereignissen, diese dünne Haut, auf der wir leben. Dieses dünne Eis betreffen. Siehen Sie mal, ein dünnes Eis und Kinder fahren darauf Schlittschuh und dann bricht so ein Kind ein und so ist es absolut schwer, das wieder zu retten. Jetzt kommen Leute, aber wenn sie keine Leitern haben, wenn sie nicht eine Leiter aus Menschen bauen könnten, wo einer den anderen anfasst und dann langt der Letzte ins Wasser und holt das Kind. Dann kann das Kind nicht gerettet werden, denn jeder, der sich der Einbruchstelle nähert, wird mit einbrechen. Ich sage Ihnen, das können Sie als Albtraum in der Nacht erleben. Und gleichzeitig ist so etwas wirklich. Und wenn man dann ein solches Kind rettet, das ist ein ganz starkes Gefühl. Und zwar nicht nur für die Eltern, für die Retter selbst. Und in dieser Richtung, das Übertragen jetzt auf unsere Zeit 2021 und eigentlich auch 2031 gleich mit. Das ist ja unsere nächste zeitliche Nachbarschaft. Das zeigt diese Dünnhäutigkeit. Und da sind wir Illusionisten und wenn wir am Samstag befriedigt vor so einer Fernsehsendung im ZDF sitzen und uns einlullen, dann ist das irgendwie nicht auf der Höhe der Evolution, aus der wir gemacht sind. Wir waren mal einst bei der Toba-Katastrophe, als in Indonesien ein riesen Vulkan explodierte und in den oberen Atmosphären der Welt Aschen sozusagen, die Sonnenlicht abschirmten und die Welt gewissermaßen verarmt. Da sind wir und sind unsere Vorfahren von ungefähr Millionen Einwohnern in Afrika auf 18.000 Leute zurückgegangen. Diese 18.000 verteilt im Lande. Sieben Löwen hätten der Menschheit ein Ende machen können. Und durch dieses Nadelöhr sind wir gegangen und etwas von der Zähigkeit der Menschen, ihrem Phönixcharakter, dass sie aus Abgründen immer wieder auferstehen, das mag daher kommen, dass wir mal in Not waren. Und in dieser Not sind wir jetzt wieder, merken es nur nicht. Und dass das in einer Ausstellung dargestellt wird, ist nicht nur eine Warnung, das ist nicht Kassandra, sondern es ist ein Spiegel, etwas, was eigentlich alles, was sich wie eine tragische Opernvorführung uns vorstellen können, toppt und verbessert. Eigentlich müsste man dazu Musik komponieren. Monteverdi würde hierzu etwas komponieren. wäre er da. Also nochmals anders, lassen Sie uns hier das mal noch ein bisschen mit weiteren Bildern beschreiben. Sehen Sie, Anselm Kiefer hat zu mir gesagt, die Berge sind für ihn, die er sehr gerne malt, hat. Das sind wie Meere, die nur sich sehr langsam bewegen. Sind sie übrigens tatsächlich und Ebbe und Flut machen auch die Gebirge mit. Nur sind sie so wenig, das sind ein paar Dezimeter. Aber das Ganze ist in Bewegung. Da ist nichts Statisches zwischen Marianengraben und Himalaya. Lauter Bewegung und das hat auch eine Seite und ich glaube, dass Latour oder auch Sie, lieber Herr Weibel, durchaus als Erzähler dieser Sache das ansprechen, was Lust macht, zu beobachten. Diese Biosphäre ist extrem lebendig und der kleine blass blaue Planet von Saturn etwa gesehen, sieht das wie ein kleines Kügelchen, aber blass blau, mit einem eigenartigen blau, das ist nicht so leicht, ich kenne es bei keinem Maler, das sind wir. Und in dem Moment, in dem ich mir vorstelle, das gäbe es nicht, muss ich eigentlich meine Erde lieben. Und in dem Moment, wo ich denke, die gehört mir, da werde ich sie nicht lieben und da werde ich sie vergessen und vernachlässigen. Und das ist die Situation und dafür sind Ausstellungen, Öffentlichkeiten dieser Art, wie sie sie hier machen, so wichtig. Aber Herr Kluges, Sie sagten gestern auch, dass Künstler die Messgeräte haben. Ja. Und auch um in die Details zu gehen. Ja. Wir haben Messgeräte und sie sind sehr komplex. Das ist nicht nur unsere Augen, unsere Sinnesorgane, unser Tastgefühl, sondern es ist auch unsere Emotion, die sich anspannen kann oder träge da sitzen kann. Der Hermann Patzinger beschreibt zum Beispiel eine Situation im Unterägypten, bevor die Pharaonen begannen zu herrschen. Das war das Land, wo Milch und Honig floss. Man machte den Mund auf und die Nahrungsmittel flossen da hinein. Und das waren träge Leute, die zu nichts Nutze waren. Da schläft der Mensch ein. Er wird auch kleiner. Eigentlich ist er unnütz. Er ist eigentlich nur noch ein Ernährungsfilter. Und dann kommt die Not. Und dann müssen die Pharaonen Vorratshäuser machen und dann entsteht Kultur. Aus Not entsteht sie. Und insofern könnte man das, was hier geschildert ist, auch positiv nehmen. Wenn wir rechtzeitig verstehen, auf was für dünnem Eis unsere Zivilisation besteht und wir wohnen. In zwei Dinge. Die Zivilisation kann in den Krieg ausbrechen und untergehen, in einen digital dark age enden mit Krieg schaffen und das mühelos. Und die Erdkruste enthält ein paar Tücken, die wir noch nicht kennen und die wir kennenlernen können, wenn wir die Erde reizen. Tücken da sitzen die Dekanen noch heute. Die sind nicht gezähmt. Also der langen Worte kurzer Sinn ist, das ist ein Agora, was sie da machen. Das ist ein Beratungszentrum. Wenn wir das ansehen, werden wir auf uns zurückgeworfen und kommen zum Ratsschluss. Und das ist doch etwas Gutes. Und das ist doch etwas auch Lustvolles und etwas, was eher Mut macht, wenn wir es vergegenständigt haben, als wenn wir uns vor unbekannten Gefahren fürchten. Und außerdem ist es das beste Mittel gegen Schichtstorms und diese Dauererregung, die entweder gleichgültig ist oder übererregt. Wo doch jeder Psychologe bei jemand, der so manisch depressiv ist, entweder total, also wie heißt es bei Goethe Himmelhoch, die auch zu Tode betrübt und das immer zu gleichzeitig. Da würde ich doch sagen, der gehört in Behandlung. Und die beste Kur sind Ausstellungen dieser Art. Und das finde ich als Kooperation so schön, dass wir hier mit den Mitteln der Literatur, mit den Mittel der Deutschen Oper, mit der Musik, mit dem Wissenschaftskolleg, mit ganz anderen Narrationen hier zusammenwirken. Es ist ein symbiotisches Modell, gewissermaßen, Herr Globier, eine Symbiose, auch ein symbiotisches Modell, symbiotische Kooperationen. Gehen wir mal kurz weiter. Jetzt gibt es noch ein Werk, was glaube ich dieses Leben, eingebettet sein, im terrestrischen, für Brunulatur sehr gut darstellt. das zeige ich hier in einem kurzen Film von Sarah See, einer amerikanischen Installationskünstlerin. Ja, das war tatsächlich das Werk, was auch als erstes feststand, weil für Brunul das eigentlich dieses Moment des eingefaltet Seins in die kritische Zone, es ging ganz viel in den Gesprächen darum, dass wir da drin stecken, wir stecken da alle miteinander drin, das ist auch so etwas, was Donna Haraway immer sehr, sehr stark macht und was für ihn auch wichtig ist, was auch schon angesprochen wurde, was diese Installation wahnsinnig gut ausdrückt, die besteht aus unglaublich vielen kleinen Bildschirmen, die bespielt werden und so eine Heterogenität an Lebensformen und Lebenszyklen präsentiert, die eben nicht auf einen Blick erfassbar sind. Man ist da drin und man ist auch mit involviert, weil Sachen auf einen drauf projiziert werden, also man bekommt wirklich so ein Gefühl des Inneseins, aber auch eben dieses Nicht-Verfügbaren unbedingt, man ist eingefaltet in diese Prozesse, in diese Lebensprozesse, aber sie sind nicht homogenisierbar und das ist auch so eine Problematik, die eigentlich aus der Moderne resultiert, also ganz plakativ an der Monokultur, aber das alles eigentlich über eine Maßeinheit skalierbar gemacht wird und das ist eigentlich etwas, was dem Leben, der Vielheit des Lebens in der kritischen Zone nicht gerecht wird und das ist so ein Kernstück von ihm. Aber vielleicht zu den Kooperationen könnte man auch noch Ja, vielleicht bevor wir zu diesen Kooperationen, die natürlich auch vielleicht einer der Auswege sind, zu einem Begriff, den Bruno Latour aus dem Deutschen auch immer wieder genommen hat, nämlich den Begriff Erdkunde. Peter Weibel, wir haben ja auch einen historischen Teil, der eigentlich zurückgeht auf Humboldt. Humboldt war der Erste, jetzt in der Forschung der Vorläufer von der Idee der kritischen Zone, dazu gehört auch sogar der große Universalist Athanasius Kircher. Also Humboldt war der Erste, der gesagt hat, wir sollen nichts in den Himmel schauen, sondern wir müssen schauen auf die Erde. Das ist eine interessante Blickrichtung, weil die ganzen Gemälde der Kunstgeschichte von Kirchen bis Palästen. Da sagen wir immer, der Blick ist nach oben gerichtet, die Finger sind nach oben gerichtet, die Flammen sind nach oben gerichtet, man erwartet das Seil von oben. Wie hat Jungi schon gesagt, über uns ist ein tödlicher Kosmos, luftleer, energieler, sonnenleer und so weiter. Also es ist eine merkwürdige Erbe der Religion, dass wir sagen, dass man dieses oben, die Hölle ist unten, das Gegenteil ist der Fall, dass man dieses unten, wir müssen den Blick nach unten denken und dann Zusammenhänge zeigen, wie eben das ist, das hat Humboldt das erkannt, er hat ja auch seine Reise gemacht mit vielen, vielen Messinstrumenten, aber wirklich der erste Pionier Vermessern der Erdoberfläche, er hat ihm gesehen, dass er sozusagen diese Zyklen gibt von Wasser, von Wolken, von Regeln und all diese Dinge, also genau zum ersten Mal, das hieß es an diesen Tabellen, hat ich vermessen, die biochemische Prozesse, soweit er konnte damals mit seinen Instrumenten, hat er vermessen, den Kreislauf, sozusagen den ökologischen Kreislauf, wie diese Erdoberfläche, wie die funktioniert und deshalb haben wir eben auch eine große Abteilung gewidmet, mit vielen seiner Originalbücher, mit vielen seiner Zeichnungen und Gemälde, wir haben auch eine kleine Niederlage erlitten, Bruno Natur und ich, denn wir waren gemeinsam im Kunsthistorischen Museum in Wien, um Bildquellen zu suchen, mit dem Blick nach unten, haben wir aber keine gefunden, da habe ich gesagt, der Bruno sagt, kann man niemanden finden, der uns das malt, eine Auftragsarbeit, habe ich gesagt, naja, ich könnte mir vorstellen, rein technisch, könnte das der Bruno, könnte das machen, der Maler aus Tressen, aus Leipzig, der Neorauch, dann habe ich den zwei Briefe geschrieben, ob er nicht eine Auftragsarbeit annimmt und ein Bild malt, wo der Blick nicht nach oben ist, es wäre eine Wende in der christlichen Ikonografie, wo faktisch die die Päpste nicht nach oben zeigen, sondern die Päpste von nach unten zeigen und er hat leider das abgelehnt, dieses Bild zu malen, das war eine kleine Niederlage, aber wie gesagt, Humboldt, er will ja nicht erst, der es gezeigt hat, ob das mikroskopisch deine Organismen sind, ob das Tiere sind und Pflanzen sind, ob das Felsen sind oder das Gewässer sind, alles bildet einen symbiotischen Kreislauf und das hat er wunderbar gezeigt, in seinen vielen Büchern, zum Kosmos-Sachen. Und in der Ausstellung gibt es eben auch Das sind seine Instrumente. Ja, das ist ein wichtiger Teil. Das ist ganz wichtig. Wir haben eine Aufgabe getroffen, ganz möglicherweise, als der Kunsthalle von Karlsruhe, von romantischen Bildern. Man muss sich vorstellen, das war vor 200 Jahren. Da haben die Kunstwelt und auch die Menschheit noch geglaubt, die Natur sei etwas Unrührtes von Menschen. Erst vor 200 Jahren. Das war noch der Glaube, man kann die Wolken malen, man kann die Landschaft malen, man kann Kelsen malen, man kann Meere malen. Und es hat ganz wenige gegeben, eigentlich fast niemand, der diese Erde, diese idyllische Erde bedroht gesehen hat. Das ist der Kontrast. Wenn Sie dann, also Sie sehen ja diese berühmten, von Karlsruhe, bis Weißgarten, die berühmten Bilder über die Landschaft, auch von Coupé und auch französische Romantik und so weiter nach. Und dann gehen Sie vor die Ausstellungstür, da sehen Sie plötzlich die Brutalität und Großamkeit, wie wir jetzt der Erde sozusagen kontrollieren müssen, damit es nicht unter den Füßen verschwindet, damit das Land, auf dem wir leben, auf dem wir landen sollen, nicht sich unter unsere Füße auflädt. Innerhalb von 200 Jahren hat sich auf diese derartige dramatische Weise das Leben auf diesem Moment verändert. Und da zeigen wir Ihnen hier wunderbare romantische Bilder, um zu zeigen, das ist lange vorbei und es ist nur mehr die Macht von Ideologie und die Macht von Fiktionen. Es gibt wenige Ausnahmen, wie ein gewisser Otto Mauser, das ist von Schrick. Das ist ein Bild, hier sehen Sie in der Mitte nach rechts, da sehen Sie der nicht genau rechts. Das ist auch ein Todes, das ist auch sehr interessant. Nämlich der Maler, der, gehen wir noch mal zurück. Dieser Maler, wenn Sie genau hinschauen, im Kopf oben, der hat sich selbst gemalt. Das war hier schon Rückkupplung, kymianetische Rückkupplung, das heißt, die Versuche des Heiligen Antonius zeigt er in der Katastrophenlandschaft und er reißt das Maul auf, in dem die Leute dann versucht, sich zu retten. Also ein Art Titanic-Motiv, wie das heute schon besprochen wurde. Auf dem Kopf oben, in seiner Kopfhöhle, sitzt der Maler selber und malt dieses Bild. Eine wunderbare, genau schon, wir sind Teil der Katastrophe, wir sind eingefallen in diese Erde. Also ein großartiges Bild. Und daneben war der Herr Schrick, der war da einer wenigen, der nicht gemalt hat, die Pflanzen, die Berge, sondern der hat gemalt, nur das kleine Geziefer, das Geziefer, die Schlangen, die Schmetterlinge, der hat da umgeschaut, hat das Unkraut gemalt, die kleinen Tiere, die Boden ruckrige, eine wenige Ausnahme. Nächstes Bild vielleicht, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Sehen Sie, wie das konfrontiert mit der berühmten Kunsthergruppe Forensic Architecture aus London. Das ist genau die Wende. Die machen eine wunderbare Installation, Cloud Status, Wolkenstudien. Aber die zeigen nicht nur die Wolken, wie sie Natur hergestellt hat, sondern die zeigen die ständige Produktion von giftigen Wolken, die wir erzeugen durch unsere Fabrikschlote und durch Kriege. Das heißt, dass sie nach Künstlern sind, ist in Forensik Architecture, weil sie sind investigativ, wie der Herr Kluge schon gesagt hat, Künstler haben Werkzeuge, diese Einsätze, um uns bei zu helfen, Notausgänge zu finden und Kriege zu beenden. Das heißt, die analysieren öffentliche Bilder aus Satelliten, aus Fernsehstationen, genau, das ist die Station. Und all diese Bilder, das sind öffentliche Bilder, die kann man über das Internet und so weiter und so weiter, kann man diese Bilder, sei es wissenschaftliche Bilder, sei es Staatsbilder, sei es Google Bilder, Fernsehbilder, die sammeln sie und versuchen dann mit ihrer Kenntesse die Giftstoffe zu erklären und zu analysieren. Das ist hier Bilder kennen unter anderem Art. Also nicht Bilder kennen, was ist das für ein Mensch und es geht um eine Bildererkennung, das ist der einige Sinn von Bildererkennung, so ein Ziffern, den biochemischen Kot, aus dem diese Giftwolken bestehen. Also das ist mein Punkt. Vor 200 Jahren waren das noch Wolken aus Wassergebilden, aus Luft und so weiter. Ressalme Wolken und die beherrschen unser Leben. Das sind die Wolken in unserer Umgebung, das sind die Wolken in den Kriegsgebieten, in Arabien und so weiter. Das heißt, jetzt haben wir eine Landschaft von Giftwolken und nicht bei mir vor 200 Jahren diese schönen Wolken, die Katalatrinik und Kodachmalen kommen. Das ist das Zustand. In 200 Jahren hat die industrielle Produktion das geschafft, dass wir leben jetzt in einer Welt von Giftwolken. Was wichtig ist hier, ich habe eben den Begriff eingeführt vor 20 Jahren, Infosphäre. Wir leben auch in einem Magnetfeld, wo Orbital Informationen getauscht werden können. Und man sieht hier, wenn man sich dieser Infosphäre bedient, kann man mithelfen, dass wir sozusagen wir analysieren können, zumindest analysieren können, die Zusammensetzung dieser Giftwolken und dadurch sozusagen der Öffentlichkeit erklären können, wie das gesagt hat, erklären können, wie ist die Lage. Und das ist wichtig, dass wir der Kunst imstande sind gegen die Politik. Die Politik verheimlicht das. Wir und auch die Massenmedien verheimlichen das. Wir versuchen, die Kunst versucht, uns aufzudern über den Zustand der Wolken. Was ähnliches passiert, wenn wir weitergehen, das sind auch dazu, sehen Sie hier, wir sprechen von Flüssen. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt, die Erfindung des Ganges. Wenn Sie in das Gebirge gehen, sehen Sie einen Betonkanal aus dem anderen. Wir versuchen sozusagen, die Natur zu zähmen, indem wir Ihnen Betonkanäle bauen. Wir haben jetzt gesehen bei der Stuttkatastrophe, wie schlecht das funktioniert, wie hier menschliche Versagen und nicht der Britische auch sich schwerstechnisch dazu führt. Die Idee ist, dass wir sagen, wir leben seit Jahrtausenden in verschiedenen Zuständen der Nässe und der Feuchtigkeit. Und das Buch heißt Die Erfinder des Ganges. Bei Jahrtausenden war das kein Fluss, sondern es war eine große, breite Ebene, verschiedene Grade der Feuchtigkeit und der Nässe, die dann sich langsam über Tausende, Jahrtausende kanalisieren und dann im Meer gelandet ist. Auch hier das Sybiotische Evolutionäre. Es gibt Wasserquellen in den Bergen, dann gibt es auf einer Seite das Meer und das Fischen gibt es verschiedene Grade von Feuchtigkeit und Verwässer. Das müssen wir lernen. Wir können nicht mal sagen, das ist der Fluss. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, wie viele Millionen ausgegeben werden, jährlich, um den Rhein und den Rhein industrialisiert, so zu halten, dass er für die Boote befahrbar ist. Weil der Rhein ändert sich auch Dauer, nur das darf er nicht. Da investieren wir Millionen jedes Jahr, um ihn so festzahlen, dass der Fluss rein bleibt. Und das, und angefangen von Gebirgsmächern bis zu Rhein und anderen Situationen, müssen wir hier umdenken. Wir müssen auch dem Wasser, der Feuchtigkeit, der Nässe, den Feuer geben, den das Leben braucht, das Lebewesen. Also das heißt, den ganzen Planeten, damit wir hier leben können. Nächstes bitte. Gut. Frau Korinthenberg, bitte. Wir sind ja auch in zwei Welten, in denen wir leben. Und das ist jetzt in dieser Sektion, Bettina Korinthenberg vielleicht. Genau, die wir genannt haben, wir leben, also wo wir sind, leben wir nicht. Es ist eigentlich eine Auseinanderfallen von dem Territorium, auf dem wir leben und oft unsere Nationalität ist. Also wir sind gerade in Deutschland lokalisiert, aber wenn wir nur wahrscheinlich an uns heruntergucken, was wir für Kleidung tragen, wenn wir überlegen oder die ganzen Smartphones, die ganzen technischen Apparate, die hier versammelt sind, wenn man schaut, wo die ganzen Rohstoffe herkommen, wo die alle verarbeitet sind, bekommt man eigentlich ein komplett unübersichtlich verzweigtes Territorium, was Geisterflächen genannt wird, Ghost Aquatus, was auf einen Historiker Kenneth Pomerance zurückgeht, dass wir eigentlich uns gar nicht bewusst machen, von was wir leben und was unsere Existenz eigentlich möglich macht. Und dieser Auseinanderfall, das ist auch diese Metapher bei Bruno Latour des Landens kommt daher, dass er diese beiden Territorien eigentlich wieder wie zusammenführen möchte, eigentlich so eine Überlappung der Karten, wo wir lokal ansässig sind, aber von welchen Geisterflächen wir leben und wahrscheinlich haben einige von Ihnen auch schon mal von dem World Overshoot Day gehört, also eigentlich der Tag im Jahr, an dem Deutschland die Ressourcen, die mit unserer Territoriums-Nationalgrenze übereinstimmen würden, schon verbraucht hat. Und ich glaube, der liegt irgendwie im März oder im April. Im März oder April, ja. Genau, also im März oder April, das ist eigentlich das verbraucht, was wir verbrauchen könnten mit unserem Territorium, was die Erde überhaupt nur regenerieren kann wieder innerhalb von einem Jahr. Genau. Nächster Spiegel. Gerne mal. Nächster Spiegel. Kurz etwas einspielen, dass man mal ein kurzes Bewegtbild, also einen Film, da drin hat, ja. Einfach, um das zu verstärken, ja. Und ich würde mal sagen, Benjamin, wenn Sie das Wüstetoben in Wald, Kosmos und Mathematik einmal einlegen, dauert nur zwei Minuten. Es ist einfach nichts weiter, als nur mal Bewegtbild auch einzubringen, ja, weil das, was Sie zeigen, bewegt sich ja auch, ja, nicht? Oder zeigt Bewegung. Alles zusammen wäre moderne Kartografierung, ja. Also das, was vor die Entdeckung Amerikas, die Piloten, also Piloten nannte man die Kartierer auf den Segelschiffen, ja, die Seekarten machen, ja, und Steuermänner sind, ja. Und so ähnlich brauchen wir neue Steuerungskarten, ja, für unser Weltenschiff, ja. Wir sind längst eingeschifft, sagt Hans Blumenberg. Da steht in einem Museum in Paris jemand vor dem Floß der Medusa und denkt, er steht dem Bild gegenüber. Und Blumenberg sagt, nein, wir sind eingeschifft, ja, übrigens auch emotional, empathisch, ja, sind wir dort auf der anderen Seite, ja. Und können da schon mal darüber nachdenken, wie verhält man sich, wenn man auf der Titanic eingeschifft ist und nicht weiß, wo die Notausgänge sind und wo die Rettungsboote liegen, ja. Dann kann man sich ja erkundigen. Das ist eine Aufforderung, ja. Und so müssen wir von allen Seiten, ja, eine Öffentlichkeit schaffen, die diese notwendige Neugierde, die übrigens die Menschen vor Entdeckung der Welt außerhalb von Europa, ja, ja, durchaus hatten. Gehört für die Portugiesen sehr viel Neugier dazu, ja, Indien zu entdecken, ja, und für die Spanier, Amerika zu entdecken und so weiter. Aber etwas viel Wichtigeres ist, uns selbst, ja, zu entdecken. Und zum Beispiel, was Sie eben sagten, meine Brille, meine Kleidung, meine Uhr und so weiter. Sie sind wie aus Gespensterland, ja, an mich geraten. Ich trage sie übrigens wie Siegfried seiner Hornhauten umher. Aber die hat immer irgendeine Lücke, ja, nicht, wo der Speer mich trifft. Also Sie können das beliebig vorerzählen und es wird immer interessanter, aber braucht eine Öffentlichkeit, ja. Und das ist das, was das ZKM hier eben macht mit solchen Ausstellungen. Und Sie müssten im Grunde jetzt in Paris, müsste jetzt Sie als Wanderzirkus, ja, dorthin weiterreisen, wenigstens mit Teilen der Ausstellung, mit anderen nach Berlin, ja, dass das nicht hat und so weiter. Und wenn wir das uns angewöhnen, mit dem Zirkus wird es das nicht mehr geben, weil es ist ja verboten, vom Tierschutzamt und von den Organisationen sehr viel Tiere zu zeigen. Aber Weltausstellungen, Zirkus und so weiter hätten heute alle ihre Entsprechung in etwas Neuem, ja. Und dazu gehören solche Ausstellungen, denke ich mir. Jetzt bitte ich mal, Film ab für das Wüstetoben, von Wald. Ich sehe der Film nicht, ja. Nein. Ich sehe der Film nicht, ja. Erstes. den Teaching-Ehm'in, den Teaching-Ehm'. Wuhira. Ja. deadiert der Film nicht. wie sie gut Nmitöhm'in. Ich sehew das. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Danke. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schabe! Schabe! Diese Linien zu ziehen, ja, nicht? Und sie sind größer was ergänzend, ja, nicht? Recht verschwindet dafür, dass man Filme macht. Wenn ich den Filme kannte, hätte ich ihn gerne gezeigt in unserer Ausstellung. Hätte wunderbar gepasst. Leider kannte ich ihn nicht, aber wir werden beim nächsten Mal. Herr Sieglas. Bereits angesprochen wurden ja die Theorien von Lynn Margolis und James Lovelock, die auch hier sich in der Ausstellung hier im Literaturhaus widerspiegeln. Eine große Sektion ist ja dieser Zusammenarbeit dieser beiden Wissenschaftlerinnen gewidmet. Vielleicht nochmal, Lynn Margolis ist ja erst relativ spät dann auch zur Bekanntheit geworden und heute ja umso wichtiger. Ja, genau, Lynn Margolis ist eine wahnsinnig wichtige Figur eigentlich, also Biologin für die Evolutionstheorie, die aber in den 70ern als der Neodarwinismus vorherrschend war, also da nahm man eigentlich an, dass für die Evolution entscheidend ist, sowohl Mutationen, Anpassungen, aber auch Selektion, also eigentlich auf einer rein genetischen und Anpassungsebene argumentiert und Lynn Margolis hat, weil sie sich immer viel mit Mikroben, vor allem mit Bakterien beschäftigt hat, eine Gegentheorie in den 70ern aufgestellt, die sogenannte Endosymbionten-Theorie und das ist total spannend, weil sie sagt, die wirklich großen innovativen Sprünge in der Evolution finden statt, eigentlich durch Symbiosen, also wenn zwei vormals getrennte Organismen dauerhaft zu einem kooperativen gemeinschaftlichen Leben zusammenfinden und das ist natürlich, wenn man es überträgt, auch auf gesellschaftliche Strukturen, auf philosophische Strukturen, was in der Ausstellung passiert, eine wahnsinnig spannende These, also das eigentlich alles auf Symbiose aufbaut und was für mich wahnsinnig faszinierend war, wir stammen eigentlich alle von Bakterien ab, also wir sind eigentlich alle Lebewesen mit Zellkernen, genau, sind wir großgewordene Bakterien, weil ganz vor unglaublich vielen Jahrhunderttausenden zwei Bakterien zusammengekommen sind und Zellen mit Zellkernen geformt haben, das war ein wahnsinniger Innovationssprung und auch Bakterien eigentlich diejenigen waren, die den Sauerstoff in die Atmosphäre gebracht haben, weswegen wir auch nur da sein können. Also das sind so sehr, und wenn man sich das nur mal vorstellt, auch wir sind zu 50 Prozent Bakterienzellen, also wir sind 50 Prozent menschliche Körperzellen und 50 Prozent Bakterien. Und darum geht es in der Ausstellung ganz viel, dass wir unser holobiontisches Dasein, also holobiont ist auch ein Begriff, den Lynn Margulis geprägt hat, der bedeutet, dass wir Konsortien an Lebensformen, an kooperierenden Lebensformen sind, dass wir Überlappungen haben, dass wir abhängig sind. Und in der Ausstellung geht es auch sehr viel darum, neue Erzählungen zu finden, die sowas wie den Wert von Abhängigkeit, aber auch von Verletzlichkeit, Fragilität in einen positiven Wert wenden und schaut, wie darüber neue Lebensmodi des Zusammenlebens sich eigentlich entspinnen. Und jetzt nehmen Sie mal ein Ereignis, das mir zum Beispiel Hoffnung macht. Also wir können nicht so wandlungsfähig sein wie unsere Vorfahren, dafür sind wir zu komplex. Obwohl wir auch wieder sehr einfach sind, diese vier Kilo Pilze, Bakterien und Viren, die wir im Bauch tragen, wie einen zweiten Kopf, da leben wir ja schon mal recht. Das ist ja recht symbiotisch. Und die schützen uns. Und es gibt einen, hat mir Karin Mölling, die Biologin, erzählt, es gibt einen Überläufer von vor fünf Millionen Jahren aus der Virenwelt und der ist in unser Genom damals übergelaufen, wie so ein U-Genotter, der nach Preußen kommt und dort General wird. Und der kämpft noch heute in uns gegen Krankheiten vor fünf Millionen Jahren, die längst ausgestorben sind. Ein Träumer unserer Rettung. Könnten wir mit dem uns verständigen, würden wir ihn einsetzen können als einen universalen Impffreund. Er ist ein Patriot. Und der heißt Phoenix und ist vom Pasteur-Institut in Paris isoliert worden und sitzt jetzt in einem Kaninchen in New York und lebt. Ich sage nur mal, wir haben mehr Beziehungen, als wir meinen. Und es gibt noch etwas, was mich da auch ganz anrührt. Sehen Sie, es gibt so Umwälzungen. Und die sind manchmal auf dem Gebiet der Juvenifizierung, also wie eine Jugendbewegung. Da gibt es ganz langweilige Knollengewächse am Erdboden der Ozeane. Und die Jungen davon, die Sprossen, haben sich eines Tages verselbstständigt. Sie wollten keine Erwachsenen werden. Auch Adorno und Benjamin sagen, wir wollten nie Erwachsene werden. Die blieben also jugendlich, Larven, entwickelten ein Knochen in sich und gingen teilweise ans Land. Daraus entstanden die Bauchkratler und die Rückkratler. Die Rückkratler sind wir, also unsere Vorfahren. Die Bauchkratler sind die Insekten geworden. Die haben sozusagen die Linie bis zum Schädel am Bauch. Haben also eine Schichtinenhülle. Sind also rund. Können niemals so groß wie Elefanten werden. Weil das Eiweiß, sozusagen von unten bloß gehalten, kann die Hülle nicht beliebig groß werden. Wir mit unserer Stange, die uns hält, dem Rückkrat, ja, und wie so ein Kleiderschrank aufgehängt, ja, die, das viele, äh, Chlorophyll und was wir so sind, ja. Wir konnten im Grunde relativ groß werden, aber die Mittelgröße, die wir darstellen als Menschen, hat sich als irgendwie geeignet erwiesen. Ich will nur sagen, diese, aus dem Willen, nicht erwachsen zu werden, nicht dasselbe zu bleiben, die Fehler der Vorgenerationen nicht zu übernehmen, Erbe zu vergessen, abzustreifen, liegen zu lassen wie ein Rucksack. Das ist eine Chance und das könnten wir auch. Wir könnten sozusagen einen Teil unserer schlechten Eigenschaften, unserer Nachlässigkeit, ja, unserer Ignoranz gegenüber den Dingen und den Erdverhältnissen und Rücksichtslosigkeit gegenüber der dünnen Kruste auch ablegen, ja, an der Garderobe ablegen, ja, und juvenifiziert, ja, weitermachen. Ich glaube, dass das spirituell möglich ist, physisch nicht, ja. Herr Kluge, Sie haben gefragt nach einem Trost, eventuellen Trost. Ich habe auch einen Freund von mir, den Nobelpreisler Adam Rieser mal gefragt, beim Jubiläum des Z-Camps, Adam, ich brauche Planungssicherheit, also wie lange sozusagen, der wird uns noch bestehen, hat er erklärt, in der Scherzscher der Vorgang, der Kosmos gibt es ungefähr, ich bin ein bisschen auf, 15 Milliarden Jahre. Aber wir haben noch, der Kosmos hat noch 35 Milliarden Jahre vor sich. Das heißt, wir haben jetzt erst, das erste Drittel der Reise hinter uns. Wir haben noch zwei Drittel, wie lange die Menschen leben, die lange hat aber nicht, das ist eine andere Frage. Aber der Kosmos existiert doch laut Physik 35 Milliarden Jahre. Das ist eine erklärt gute Botschaft. Also wir haben, wir brauchen keine Panik haben, hat er gesagt, das ist eine gewisse Planungssicherheit. Eine zweite gute Botschaft ist die, von Lynn Margulis selber, sie hat ein Buch gemacht, Mikrokosmos. Das ist anders als der Kosmos von Humboldt. Das ist wunderbar, nicht wie der Kosmos, sondern der Mikrokosmos, die Bakterien. Und das Buch hat einen Untertitel, 4 Milliarden Jahre mikrobiologische Evolution. 4 Milliarden Jahre. Das heißt, wir haben schon so lange die Evolution auf dem Mikrokosmos hinter uns. Das kann uns auch Hoffnung geben, dass das klarerweise nicht aufhört, sondern dass das weitergeht. Und dass wir die Unterstützung haben werden von den Bakterien und von den Mikroben. Gründlichkeit, ja bitte, wir in der Evolution uns entwickelt haben, also vor den Bakterien, als wir Bakterien waren und dann langsam zusammenwuchsen. Die mag noch einige Reserven enthalten, die uns vielleicht retten. Also ich muss gar nicht sagen, das liegt jetzt daran, dass es so schön ist, mit Ihnen da drüben, in Westdeutschland zu reden. Und noch den Gedanken zu haben, dass der Latour ja auch in Bordeaux sitzt und uns dem Geiste zuhört. Diese Telekommunikation hat etwas Bezauberndes und macht Mut, dass wir in solchen Dimensionen eben auch denken können. Also wir verlieren, wir haben so viel Gepäck aus der Evolution, so viel Mitgift, dass wir vielleicht auf die Hälfte unserer Sünden verzichten können, unserer schlechten Eigenschaften, und es wird noch genügend übrig bleiben. Und so etwas evoziert eine Ausstellung wie die Ihre. Wir müssen nur mehr davon haben. Und ich will noch mal einen Gedanken, wir sind übermorgen bei der Deutschen Oper, Grand Opera. Das ist ein Haus, das kann die große Oper in Frankreich, die eine Emanation der Weltausstellungen ist. Also Mayer Bär macht im Grunde die eingeborenen Ausstellungen da 1851 im Kristallpalast. Die bringt er in die Oper Afrikaner ein. Und so weiter. Die Afrikaner, das ist ja auch so großzügig übrigens wie die Weltausstellung. Das heißt, die Oper heißt die Afrikanerin, betrifft aber eine Brahmanin, die offenkundig also nicht aus Afrika kommt. Als Geliebte dann für den Westler verlassen wird, wie Madame Butterfly. Und dann unter dem Manzanillerbaum, dem Gift des Manzanillerbaums stirbt, mit einem Liebestod von 23 Minuten Länge. Ein Riesenerfolg im Frühjahr, 1865. Und Wagner, der Rivale, der sich nicht genug tun kann, über das Judentum in der Musik zu wettern. Der macht ihn nach, im gleichen Jahr mit Tristan und Isolde, mit 8 Minuten Liebestod. Da arbeiten die Rivalen unterirdisch zusammen. Haben sie auch nicht geabsichtigt. Alle diese Listen, die stecken ebenfalls in unserer psychologischen dünnen Kruste, mit der wir leben. Also wir haben zwei dünne Zivilisationsschichten. Das eine ist diese 15 Kilometer Erde und 15 Kilometer Himmel. Und die zweite ist in unserem Seelenleben und unserem Innenleben, wo wir auch noch eigentlich dünne, brüchige Menschen sind. Also ich glaube, dass diese Schwäche des Menschen eine Tugend sein kann, denn sie lässt Veränderung zu. Herr Kluge, wir haben ja mit Kriegsmetaphern auch bei Bruno Latour begonnen. Jetzt sind wir aber doch in einem Modus, der hoffnungsvoll stimmt. Bettina Grönberg, du hattest ja auch erzählt, Bruno wurde im Lauf der Vorbereitung der Ausstellung durchaus hoffnungsfroer. Ich weiß gar nicht, ob auch Hoffnung das so sehr richtige Begriff ist. Aber was schön war, an dem Tag, an dem wir endlich aufmachen konnten, was ja viel später als geplant war, durch die Covid-19-Krise, in der wir uns ja auch noch befinden, war es irgendwie schön. Das ging nie darum, in der Ausstellung irgendwelche Horrorszenarien der Zukunft gegenüber zu stellen. Das war nie die Intention, weil es darum ging, das Terrestrische oder die Erdgebundenheit und was das für uns und unser Zusammenleben oder Leben heißt, eigentlich so attraktiv wie möglich zu machen. Das waren irgendwie immer Bruno's Worte. Wir wollen das Terrestrische ja so attraktiv wie möglich gestalten. Aber was schön war, war an diesem Tag, dass er durch die Ausstellung ging und bei manchen Werken, die gerade so dieses Lebensbejahende oder auch gerade so ein Moment von Gemeinschaft und gemeinschaftlicher Allianz, Resistenz und woraus irgendwie so eine Fröhlichkeit des Moments entsteht, gab, dass er dann meinte, dass es so schön ist, dass es dann trotzdem noch so etwas Leichtes hat. Und das war irgendwie ein guter Moment und vielleicht ist das auch ein guter Moment. Ich habe ein Zitat mitgebracht, was vielleicht ganz schön ist, einfach wie Sie, Herr Kluge, in den Raum zu werfen, weil es aus einem ganz anderen Raum und einem ganz anderen Denken und einem ganz anderen Zugang zur Welt kommt, von einer Aymara-Soziologin, Silvia de Verda-Kusikanki, und zwar Indigen zu sein ist eine Wissensform, also wir haben viel über Wissen und Wissensform und Zugänge zur Welt gesprochen und das ist, glaube ich, nochmal ein interessanter vielleicht Input. Indigen zu sein bedeutet keine Identität und keine Hautfarbe. Eher können wir es als eine Wissensform begreifen, ein Epistem, eine gedankliche Umgebung, in der man beispielsweise nichtmenschliche Subjekte in der Welt auszumachen sucht. Wer ernsthaft und regelmäßig Zeremonien vollzieht, spricht mit den Atachilas, sakralen Wesen mit den Bergen, Flüssen, dem See, den Steinen. Ich spreche mit Steinen, das ist das Erste. Dann kommen Hand und Geist zusammen oder Säen und Ernten. Die Zeremonien der Aussaat und der Ernte schaffen einen anderen Bezug zur Nahrung. Und letztlich geht es darum, Gemeinschaft stiften zu wollen. Und Gemeinschaft ist auch eine Umgebung des Wissens, eine epistemische Umgebung, eine Umgebung gemeinsamen Erkennens, des Erkennens von Vorgängen, des Wissens um das Tun und um das Tun-Können. Sehr schön. Ja. Ich würde gerne noch jetzt auch wieder meinem Meister zuliebe hier noch eine Sendung, einen kleinen Film vorführen. Jede Zukunft ist sterblich, nur die Hoffnung ist unsterblich. Das fängt an mit Seneca, wird aber dann interessant. Ich bitte um Abfahrt, jede Zukunft ist sterblich. Ich bitte um Abfahrt, jede Zukunft ist sterblich. Ich bitte um Abfahrt, jede Zukunft ist sterblich. Ich bitte um Abfahrt, jede Zukunft ist zerblich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 weil wir nicht nur diesen wunderbaren Abend mit Ihnen, Frau Korindenberg, Herrn Ziegler und Herrn Weibel hatten, sondern weil auch unsere Ausstellungen vernetzt sind und unsere Ausstellung ist viel kleiner und bescheidener als Critical Zones, aber Sie werden die Motive sehen, Herr Ziegler hat es erwähnt, dieses symbiotische Denken, das Denken, dass sozusagen alles Wechselwirkung ist, wie ein berühmtes Zitat von Alexander von Humboldt lautet und diese Wechselwirkungen häufig Abhängigkeiten sind und die uns aber nicht notwendigerweise bedrohen, sondern auch einladen können, sie überhaupt zu verstehen und dass wir, wie Sie hier auch in diesen Beispielen sehen, die Erde im Ganzen, die seistischen Wellen, aber vielleicht auch den einzelnen Baum, in dem Wasser, was er transportiert, in der Photosynthese, verstehen müssen. Das sind unsere Ausstellungen verbunden und ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass ja unter anderem die Videos von Lynn Margulis, die eben eine große Rolle gespielt hat, von John Feldman und Bruce Clarke über die Vermittlung von Critical Zones auch in unsere Ausstellung gekommen sind und heute wurde es bei der Führung erwähnt, die Arbeit For the Love of Corals von Sonja Levy und Martin Safransky, die Sie genau hinter dieser Wand in unserem Korallenzimmer sehen können. Und als kleine Ankündigung, Sonja Levy und Martin Safransky werden auch Teil einer Veranstaltung sein, werden dann aus London dazukommen, wenn Ulrike Dresner und der Meeresbiologe Christian Wild am Sonntag, morgen in einer Woche, so lange dauert das Festival, über Korallen und ihre Bedrohungen sprechen werden. Und insofern danke ich ganz besonders auch über diese Vernetzung der Ausstellung, also uns ist sozusagen ein ganz kleines Fenster auf einem Satelliten, was dann sozusagen auch nach Karlsruhe und hoffentlich dann auch nach Mumbai und so weiter geht. Und ich glaube, diese vernetzten Öffentlichkeiten, diese Wechselwirkung, das ist das, was unser Festival im Sinn hat. Und insofern einen ganz vielfachen Dank nochmal an Sie, an das Panel und der Hinweis, morgen geht es weiter, auch nochmal eine Vernetzung, aber nicht so weit nach Karlsruhe, sondern einfach nur um die Ecke im Cinema Paris, da haben wir im Maison de France in Zusammenarbeit mit dem Institut Francais einen ganzen Kinotag für Sie vorbereitet. Es beginnt mit dem System K des französischen Regisseurs Renaud Barret, da gehen wir gleichzeitig in den Kongo und schauen uns Künstlerkooperationen dort an. Dann gibt es verschiedene Filme, pandemisches Geflüster von Alexander Kluge, Helge Schneider, ein Minutenfilmprogramm, auf die Minutentexte von Annette Kröschner und Texte von Tristan Marquardt reagieren und Orphea, die ja schon sozusagen die Alternative zum scheiternden Orpheus mit Lilith Stangenberg wird nachmittags zu sehen sein. Und um 18 Uhr reifen wir den Gedanken, dass Geschichte auch anders verlaufen kann, wenn wir uns ihre Möglichkeiten, wenn wir mit Möglichkeitssinn auch zurückblicken und gleichzeitig voraus mit Goddard's Film Allemagne Neuf-Zirot. Davon ausgehend schauen wir uns das Jahr 1990 und die Möglichkeiten einer anderen europäischen Zukunft an und zum Schluss gibt es um 21 Uhr mit Helge Schneider zusammen und Lilith Stangenberg Trompetenkino also nochmal die Werbung auch an die Festivalgesellschaft an den Bildschirmen. Kommen Sie morgen ins Cinema Paris und jetzt einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank Bettina Korindenberg, Philipp Ziegler, Peter Weibel, Alexander Kluge. Dankeschön. Danke. 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 Danke.